seltsame geschichten dies ist eine librivoxaufnahme alle librivoxaufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei der untergang des karnatik von a j mordmann kapitän clifford unser kapitän war mit seiner jugend geliebten fanny der er mit unbeschreiblicher von ihr leidenschaftlich erwiderter liebe zugetan war seit zwei jahren verheiratet als er von ihr begleitet auf seinem damaligen schiffe der englischen barg karnatik eine reise von rio de janeiro nach batavia antrat das unglück wollte daß das schiff dessen reise in die schlechte jahreszeit fiel durch anhaltende nördliche stürme weit aus seinem eigentlichen kurse nach süden verschlagen wurde und dem gürtel des antarktischen treibeises näher kam als rätlich ist bald war der karnatik von eisbergen und eisfeldern umgeben die seine fahrt immer gefährlicher gestalteten anstatt sich aus dem eise herauszuarbeiten gerieten sie durch den andauernd ungünstigen wind immer tiefer hinein nach einer kalten und stürmischen nacht war das schiff zwischen schollen von fast unübersehbarer ausdehnung geraten die sich zusammenpressten und das schiff hoben so daß es ohne im übrigen schaden zu nehmen festsaß es war da starker frost eintrat bald vollkommen eingefroren und zu jeder bewegung unfähig wohin es die eismassen an die es festgeschmiedet war trieb mußte es willenlos folgen ein bleiben auf dem schiffe würde nur das verderben der ganzen mannschaft im gefolge gehabt haben der vom kapitän zusammengerufene schiffsrat entschied sich einstimmig für das verlassen der bark die beiden boote wurden mit großer anstrengung über mehrere hundert fuß der unteren eisfläche in offenes wasser gebracht und mit kompass wasser und mundvorräten versehen dann brach man auf das boot welches zuerst abfahren sollte wurde unter den befehl des steuermanns gestellt und in ihm sollte die frau des kapitäns aufnahme finden weil es größer war und mehr bequemlichkeiten darbot als das andere das der kapitän in person führen wollte als die mannschaft des ersten bootes fort war schickte kapitän clifford die des zweiten nach und beeilte sich nachdem er das schissjournal an sich genommen und noch einmal im raume nachgesehen hatte ihnen zu folgen weil von süden her eine unheimliche weiße wand heranrückte einer jener nebel die in polargegenden oft einfallen und so außerordentlich dicht sind daß man tatsächlich auf drei schritt entfernung nichts mehr unterscheiden kann als der kapitän sich über den bug des kanatik hinab ließ war es höchste zeit denn schon umhüllte ihn der nebel er war froh als er in der undurchdringlichen lichtlosen luft sein boot erreichte und die fünf mann die außer ihm die besatzung ausmachten beisammen fand das andere boot war schon fort aber niemand hatte es abfahren sehen man steuerte in dem dichten nebel nordwärts immer nach dem größeren boot auslugend aber man bekam es nicht wieder zu gesicht den ganzen tag und die ganze nacht setzte man die düstere fahrt fort und als der morgen kraute sprang ein heftiger südost auf der den schiffbrüchigen viel zu schaffen machte aber wenigstens das gute hatte daß er den nebel vertrieb gegen mittag flaute der wind ab bald darauf schimmerte durch die einförmige graue masse der erste fetzen blauen himmels er dehnte sich immer weiter aus und nach einer halben stunde lag hellerer sonnenschein und heitere himmelsbläue auf den unruhig wogenden und mit leichten schaumspitzen gekrönten meeresfluten vom eise war weit und breit nichts mehr zu sehen dagegen wurde ein anderer erfreulicherer anblick der bootsmannschaft zuteil in einer entfernung von etwa zwei seemeilen lag eine brick unter klein gemachten segeln bei sie mußten dort an bord guten ausguck halten denn kaum war das schiff in sicht gekommen als dieses auch schon manöver einleitete um sich ihnen zu nähern kapitän clifford schloß daraus daß die brick das erste größere boot schon aufgenommen haben müsse und von diesem benachrichtigt nach dem zweiten ausgeschaut habe das zerwies sich auch als richtig denn der erste der clifford als er als der letzte seiner leute hinauf geklettert war auf dem verdeck der brick entgegentrat war sein steuermann aber trotzdem erstarrte dem kapitän beim anblick seines untergebenen das blut in den adern das antlitz des steuermanns war totenbleich und für schreck verzerrt der kapitän mußte sich an der reling halten um nicht umzufallen als der mat mit heiserer stimme fragte wo ist denn ihre frau kapitän haben sie sie nicht bei sich ich meine frau sie war doch in ihrem boot allmächtiger gott nein die übrigen matrosen drängten sich mit verworrenen rufen und schreckensbleichen gesichtern um steuermann und kapitän denn die wunderliebliche frau fanny clifford war für sie alle wie ein höheres wesen gewesen das sie abgöttisch verehrten man hatte sie das glück des kanadik genannt aus den unzusammenhängenden worten den rufen und dem in abgebrochenen sätzen gestammelten bericht des steuermanns kam sehr rasch die niederschmetternde wahrheit zutage die frau des kapitäns der allgemeine liebling war an bord des im eise eingeschlossenen schiffes zurückgeblieben allein hilflos einem sicheren tode preisgegeben der zusammenhang so unerklärlich er anfangs schien war doch im grunde sehr klar und einfach frau clifford war mit der mannschaft des ersten bootes bis an den rand des eises gegangen wie sie aber abfahren wollten bemerkte sie den heraufziehenden nebel und ihr der erfahrenen frau des seemanns war bald klar daß eine trennung der boote nicht nur möglich sondern vollkommen gewiß sei ich bleibe bei meinem manne rief sie entschlossen und sprang wieder auf das eis zurück allen schien das so natürlich daß niemand sich getraute sie zurückzuhalten die mannschaft des zweiten bootes war noch nicht eingetroffen die frau winkte dem steuermann zum abschied zu und rief ich gehe ihnen entgegen fahrt ab das boot stieß dann auch ab und war nach wenigen sekunden fahrt bereits so von nebel eingehüllt daß sie das eis und alles darauf befindliche aus dem gesicht verloren das war das letzte was man von ihr gesehen hatte sie muß in dem dichten nebel ihren weg verfehlt haben und in einiger entfernung an dem kapitän und seiner mannschaft vorbeigekommen sein ohne sie zu bemerken oder von ihnen bemerkt zu werden dies war umso eher möglich als durch das gewirr von eisblöcken und schollen zwei wenn auch raue doch gangbare wege vom schiff nach dem eisrande führten die zum teil in nicht unerheblicher entfernung voneinander verliefen den seelenzustand des unglücklichen kapitäns kann man sich vorstellen er war wie wahnsinnig und wollte durchaus über bord springen und den tollen versuch machen das eis schwimmend zu erreichen nur mit anwendung von gewalt gelang es ihn zurückzuhalten der kapitän der brick war von diesem furchtbaren verhängnis so ergriffen daß er mehr tat als er eigentlich seinen rädern gegenüber verantworten konnte er wich von seinem kurse ab und steuerte südwärts bis man das treibeis erreichte hier kreuzte er zwei tage aber ohne erfolg der kanatik wurde nicht gesehen und der brick war es ohne gefahr der ihr kapitän sie nicht aussetzen durfte unmöglich durch den gürtel des losen treibeises bis zum festen eise vorzudringen sie mußten unverrichteter sache ihren alten kurs wieder aufnehmen die verzweiflung cliffords hatte einem dumpfen dahinbrüten platz gemacht das noch ergreifender und entsetzlicher war als die wilden schmerzausbrüche denen er sich anfänglich hingegeben hatte erst als man sich kapstadt näherte trat in diesem zustand eine änderung ein clifford wurde wieder etwas redseliger seine umdüsterte mine nahm einen ruhigen sinnenden man möchte sagen fernschauenden ausdruck an er hatte das wesen eines mannes der sich zu einer festen überzeugung und zu einem unabänderlichen entschlusse durchgerungen hatte in kapstadt rüstete clifford einen kleinen schoner aus mit dem er auf eigene faust eine aufsuchungsreise nach den arktischen gewässern unternahm seine frau davon war er unerschütterlich überzeugt lebte noch und nach dieser überzeugung handelte er seine gesamte mannschaft blieb ihm treu und begleitete ihn die reise war erfolglos obgleich sie tollkühn und entschlossen allen gefahren trotzten um die mit schwimmendem eise bedeckten gewässern nach allen richtungen zu durchforschen man kehrte erst um als die proviantvorräte vollständig aufgezehrt waren noch einmal wiederholte clifford den versuch abermals vergebens dann aber waren seine mittel erschöpft und er musste das in den augen jedes verständigen aussichtslose unternehmen aufgeben wenn ich sage jedes verständigen so sind darunter die mannschaften cliffords nicht mit inbegriffen er selbst ist ja unzurechnungsfähig und hat dafür eine voll wichtige entschuldigung aber es ist und bleibt eine sehr merkwürdige geschichte dass seine fixe idee auf eine so nüchterne und erfahrene schar von leuten wie seine ehemaligen und jetzigen offiziere und mannschaften ansteckend gewirkt hat denn um das hier zu erwähnen die leute die jetzt auf schiff lady godaiwa dienen sind noch immer dieselben die auf dem kanadik gewesen sind und sie alle mann für mann teilen den unverbrüchlichen glauben ihres kapitäns dass sie eines tages doch noch den kanadik und frau fanny clifford wiederfinden würden darum nahmen sie nur dienst auf schiffen deren dienst sie nach den südlichen teilen des atlantischen und des indischen ozeans führte sogar der steuermann war geblieben er hätte längst selber kapitän sein können aber er verließ seinen alten vorgesetzten nicht und machte dessen torheiten mit der steuermann hat mir diese ganze geschichte erzählt und sein fester glaube an die illusion des kapitäns rührte wohl daher dass er ein norweger war und wie viele seiner landsleute eine mystisch veranlagte natur ist ole johansen hatte einen ganzen abend auf seiner wache mit mir darüber gesprochen und dass ich es nur offen bekenne meinen ursprünglichen skeptizismus stark erschüttert allerdings nicht durch einen umstand auf den er selbst viel gewicht legte und auf dem des kapitäns festgewurzelte überzeugung in erster linie beruhte träume nämlich die ihm oft wiederkehrten und ihm immer seine frau an bord eines eisumschlossenen kanatik zeigten das war natürlich wahre torheit und lediglich verwechslung von ursache und wirkung der kanatik war als er verlassen wurde noch vollkommen dicht und seetüchtig man konnte daher wenn er in offenem wasser triebe damit rechnen dass er trotz seines mangels an jeglicher besatzung nicht gleich verunglücken würde denn es ist eine beinahe unglaubliche tatsache aber doch eine durch zahlreiche vorkommnisse mit absolutester sicherheit verbürgte tatsache dass während die geschickteste und achtsamste handhabung eines seetüchtigen schiffes dieses nicht immer vor katastrophen zu bewahren vermag andere fahrzeuge die als dem untergang nahe von ihrer mannschaft verlassen wurden nachmals nicht etwa tage und wochen sondern monate und jahrelang einsam auf dem ozean umhergetrieben worden sind und allen stürmen trotz geboten haben eine eigentümlich berührende und beinahe unheimliche vorstellung diese leblosen ziellosen zwecklosen wesen die in sturm und gewitter in wogengetümmel und brandungsschaum ihr geheimnisvolles treiben mit größerer sicherheit fortsetzen als ihre von menschen handgelenkten genossen trotz ihrer unleugbaren realität wahrhafte gespensterschiffe der kanatik war nun allerdings im eise eingefroren und daher mancherlei gefahren ausgesetzt die ihn in freiem wasser nicht bedrohen mochten aber sie waren nicht so schlimm wie man glauben könnte das eisfeld auf das er gehoben war hatte eine große ausdehnung so daß die schlimmste gefahr in arktischen gewässern ein zusammenstoß mit eisbergen die in ihrem falle das schiff zertrümmern würden eine sehr fernliegende eventualität war vielmehr mußte diese eisige umklammerung eher als eine art schutzwall dienen der erst mit ihrer zerstörung aufhören konnte wirksam zu sein nach dem wahrscheinlichen verlauf der dinge war diese gefahr so gering daß man sie füglich ganz außer betracht lassen konnte da nämlich der kanatik bei den verschiedenen expeditionen nicht aufgefunden worden war so wurde die annahme gerechtfertigt daß er mit seinem zwar ungemein ausgedehnten aber doch noch treibenden eisfelde noch weiter südwärts in den gürtel des festen eises geraten und dort vollkommen eingefroren war die letzten winter waren ungewöhnlich streng die sommer kalt und unfreundlich gewesen ein milderer winter und ein früher sommer würden das feste eis wegschmelzen und den kanatik befreien er würde ins wasser sinken und von den vorherrschenden strömungen nordwärts getrieben werden gegen diese ausführungen johansens hatte ich nicht viel einzuwenden der einzige vorwurf den man mit recht erheben konnte daß nämlich die dinge wirklich so vor sich gegangen sein könnten daß sie aber der höchsten wahrscheinlichkeit nach sich nicht so sondern anders gestaltet hätten ist ja einem fanatiker gegenüber unnütze wortverschwendung er würde nie einsehen wollen daß mit einer chance gegen hundert zu wetten torheit ist ein bedenken jedoch konnte ich nicht unterdrücken ich fragte johansen nach ihren mitteilungen ist der traurige vorfall vor ungefähr drei jahren passiert nicht wahr genau drei jahre und fünf monate wie wird angenommen daß alles so verlief wie sie sich vorstellen frau clifford sich während dieser zeit ernähren da kam ich schön an johansen lachte gerade hinaus wir hatten so widerlegte er meinen einwand für unsere gesamte mannschaft für ein jahr proviant an bord davon war höchstens ein viertel verbraucht mit dem reste könnte ein starker esser über zehn jahre leben ich schwieg wie ich schon vorhin bemerkt habe die zuversicht dieser wackeren leute hatte mich angesteckt so unterdrückte ich meine besorgnis fanny clifford könne der kälte erlegen sein oder in einem anfall leicht begreiflicher verzweiflung hand an sich selbst gelegt haben die antwort würde lauten das könnte sein aber es müsste nicht sein und haben sie nicht recht übermorgen fuhren wir von hier weiter ich war von derselben unvernünftigen und fieberhaften spannung ergriffen wie meine schiffsgenossen es sollte mich nicht wundern wenn eines schönen morgens der kanatik vor uns auftauchte eine weiße gestalt an der brüstung stehend die uns zuwinkte das abenteuer des kapitäns clifford hatte ein so hoch dramatisches ende genommen dass ich noch jetzt nicht ohne die tiefste erschütterung daran denken kann bis in meine träume hinein verfolgt mich das erlebnis und ich fahre in schweiß gebadet und an allen gliedern zitternd auf wenn ich noch einmal sehe und höre was ich dort sehen und hören musste die eisverhältnisse waren heuer einer solchen unternehmung ganz besonders günstig alle nachrichten stimmten darin überein dass das treibeis im verflossenen winter weit tiefer im süden zurückgeblieben sei als in gewöhnlichen jahren zudem war der lens ausnahmsweise früh eingetreten man durfte also mit sicherheit darauf rechnen dass wir dem pool näher kommen würden als sonst möglich war unter diesen umständen wuchs die spannung an bord unserer lady goddiver mit jeder stunde und als eines mittags der kapitän mit heiserer stimme und vor aufregung gleichem gesicht ankündigte wir hätten heute den breitegrad erreicht da ging es durch uns alle wie ein erschauern ich war überzeugt der dolmetsch der allgemeinen stimmung zu sein indem ich clifford die hand reichte und sagte nun gott helfe uns kapitän sind wir einmal so weit so wollen wir nicht eher ruhen als bis wir sie gefunden haben alle drängten sich um uns und wir schüttelten uns die hände clifford konnte vor bewegung kaum ein wort des dankes hervorbringen und mir standen die hellen tränen in den augen noch segelten wir südwärts und diesen kurs änderten wir erst am nächsten tage als wir an das feste pack eis kamen wir hielten ausguck und betrachteten es als ein günstiges zeichen daß das lästige und gefährliche treibeis nur in äußerst geringer menge auftrat der bug des schiffes wurde jetzt nach osten gerichtet und wir blieben so weit es ohne gefahr geschehen konnte dicht an der grenze des eises nachts wurden die segel beschlagen und wir legten bei damit wir nicht etwa in der dunkelheit am kanatik vorbeifuhren so waren wir drei tage gesegelt und hatten dabei auch den längen grad erreicht unter dem der eingefrorene kanatik gelegen hatte wir fuhren unmittelbar über den fleck hinweg wo er gelegen haben musste und obgleich die sonne bei heiterer luft hell schien und weit und breit keine spur von einem schiff zu sehen war hatten wir doch alle ein gefühl wie man es haben mag wenn man die nähe eines geistes ahnt wir warfen das blei und hatten mit hundertzwanzig faden grund der talg am unteren ende des bleis brachte kies und sand herauf hier lag kein versunkenes schiff am nächsten morgen winkte mir der steuermann ole johansen zu um mir heimlich etwas mitzuteilen sein gesicht war aschfahl ich will's dem alten nicht sagen flüsterte er mir zu indem er auf den kapitän zeigte der mit einem fernrohr den ganzen horizont absuchte aber sie sollen es wissen weil sie von uns allen der ungläubigste sind merken sie auf meine worte und denken sie daran wenn sie wieder zweifeln wollen heute nachmittag werden wir den kanatik sichten ich starrte den mann mehr erschrocken als ungläubig an ja sie werden es erleben fuhr johansen fort ich bin heute nacht aufgewacht und da habe ich es gesehen der kanatik schwimmt noch und in wenigen stunden werden seine masten am horizont auftauchen dort im nordosten und dann sie haben geträumt mensch sagte ich das ist der alb da bildet man sich ein daß man wacht und in wirklichkeit schläft man na ja wie sie meinen erwiderte johansen gleichgültig wir werden ja sehen passen sie nur auf wie es kommt ich habe deutlich den namen kanatik am bug gesehen so nah war ich heran und die frau des kapitäns davon weiß ich nichts das gesicht erlosch mit dem augenblick da wir das boot aussetzten aber aus dem nebel ist dann noch ein anderes bild aufgestiegen er neigte sich zu mir und flüsterte mir etwas ins ohr was mich bis auf die lippen erbleichen machte das mittagessen ging sehr schweigsam vorüber clifford war von einer unruhe erfaßt als habe er ebenso wie johansen eine ahnung daß die erfüllung seiner wünsche unmittelbar bevorstehe kaum hatte er einige löffel hühnersuppe gegessen als er aufstand und mich mit einem blick wegen seiner rastlosigkeit um entschuldigung bittend wieder auf das verdeck eilte johansen sah ihm gedankenvoll nach und nickte wir haben noch eine stunde zeit sagte er lassen sie uns essen wer weiß ob wir nachher noch appetit haben trotzdem beeilten auch wir uns nach möglichkeit und folgten dann dem kapitän nach oben merkwürdig die gesamte mannschaft war von demselben fieber verzehrender ungeduld ergriffen und stand vollzählig an deck vom bug und über das bollwerk nach nordosten blickend vier glasen zum zeichen der abgelaufenen vollen stunde schlug der mann am steuer an es war ein uhr nachmittags das fieber meiner erwartung war auf einen unerträglichen grad gestiegen noch eine viertelstunde verging während der wir eher einer versammlung von trappisten als von redenden menschen glichen und dann ertönte vom mastkorb herunter der ruf schipp ahoi ein schiff in diesen breiten es konnte kein anderes sein johansen stand bei mir stumm sahen wir beide uns an jedem war der letzte blutstropfen aus dem gesichte gewichen wo rief der kapitän hinauf der mann wies mit der hand nach links und vorn glifford sprang ans steuer und drehte selbst das rad bis der bug des schiffes gerade nach dem himmelsstriche wies wo unser ausguck das schiff gesehen hatte so stetig unterwies glifford den mann am steuer nord nordwest zwei west ei ei erwiderte der matrose der kapitän nahm nun sein fernrohr und stieg selbst in den mastkorb hinauf johansen und ich mochten ihm nicht folgen denn es war in gliffords gesicht etwas das uns zurückhielt fünf minuten sah der kapitän unausgesetzt nach der gegend wo das fremde schiff sichtbar war dann schob er das fernrohr zusammen sah noch einmal nach den segeln von denen wir alle führten die wir nur führen konnten und kam langsam und oft halbmachend herunter es ist ein dreimaster sagte er und es ist ich kenne ihn es ist der kanatik ja ich kenne ihn er ist es und nun zuckte es plötzlich in seinem bis dahin starren gesicht und die tränen stürzten ihm unaufhaltsam aus den augen er nahm seine mütze ab und hielt sie wie betend in den gefalteten händen vor das gesicht von den matrosen wischten sich einige mit den ärmeln über die augen andere starrten unverwandt ins weiter die masten knarrten der wind pfiff im takelwerk sonst war es an bord der lady godai war still wie in einer kirche das kielwasser schäumte und gurgelte hinter unserem heck in schnurgerader linie der steuerer hielt die richtung mit eiserner kraft inne nach einer viertelstunde konnte man die drei mast spitzen mit bloßem auge erkennen noch eine viertelstunde weiter und wir sahen dass der fremde segel und steuerlos in der dünung schlingerte das boot wurde hier gerichtet um gleich zu wasser gelassen zu werden sobald wir dem verlassenen schiff so nahe gekommen sein würden dass eine weitere annäherung gefährlich wurde es war fast keine überraschung mehr für uns als wir nach verlauf von anderthalb stunden den vom wetter hart mitgenommenen rumpf so weit unterscheiden konnten dass sein zustand das jahrelange verlassen sein des drei masters zur gewissheit machte nun drehte sich der rumpf schwerfällig ein wenig und der letzte zweifel schwand dort stand es in verblichenen goldenen buchstaben ein bild trostloser öde und melancholie war das unglückliche schiff dessen blanken von farbe entblößt waren dessen segelbruchstücke in kurzen fetzen zerrissen an den rahen hingen dessen taue und wanden jene lockerung aufwiesen die dem auge des sorgsamen seemanns ein so widriger anblick ist wir waren so nahe daß wir das knarren der masten und das knirschen der rostigen ruder kette hören konnten das boot wurde bemannt kapitän clifford ole johansen ich und sechs matrosen stiegen ein und wir ruderten nach dem schiffe hin während der ganzen fahrt wurde kein wort gesprochen für einen nicht seemann wäre es schwierig gewesen auf das verdeck des ziemlich hoch aus dem wasser aufsteigenden schiffes zu gelangen da keine treppe und kein tau hinaus hing johansen aber und der kapitän kletterten ohne große mühe hinan und der erstere half mir hinauf als ich fröstelnd und aufgeregt vom bollwerk auf das deck sprang war der kapitän schon die kajütentreppe hinuntergeeilt wir folgten langsamer zwei der matrosen die ebenfalls an bord geklettert waren begaben sich in den raum und in das vorgelegene mannschaftslogis um auch diese örtlichkeiten zu durchsuchen in der kajüte fanden wir nichts auch im schlafzimmer des kapitäns nichts das suchen der matrosen blieb ebenfalls erfolglos stundenlang setzten wir unsere nachforschungen fort und wir würden nun das schiff wieder verlassen haben wenn uns nicht ein eigentümlicher und unheimlicher umstand zurückgehalten hätte die luft in der kajüte und dem mannschaftslogis war dick und muffig wurde aber da wir alle türen und luken öffneten bald besser und nun merkten wir dass ein beängstigendes gefühl dass wir in der kajüte nicht loswerden konnten nicht wie wir anfänglich geglaubt hatten der schlechten beschaffenheit der luft sondern etwas anderem zuzuschreiben war während uns auf dem verdeck und in allen übrigen räumlichkeiten des schiffes nichts auffiel hatten wir in der kajüte ein beklemmendes gefühl vor dem sich mir die haare sträubten wie ist ihnen hier fragte mich johansen und ich las in seinen augen welche antwort er erwartete wie ihnen mat erwiderte ich ich sehe niemand aber es ist außer uns noch jemand da vollendete johansen den satz das war es und wir merkten clifford an daß es ihm ebenso gehe wie uns darum ließen wir mit suchen nicht nach und suchten an den unmöglichsten stellen und an solchen wo wir schon gesucht hatten immer wieder die sonne stand schon tief am horizont als wir endlich voll müder traurigkeit unsere bemühungen aufgaben der kapitän bedeutete uns daß er jetzt noch einmal in die kajüte gehen wolle um nachzusehen was von dort zu bergen der mühe wert sei wir wußten aber daß dies nur ein vorwand sei und clifford noch einmal allein und ungestört an dem orte sein wollte wo er so lange mit seinem weibe glücklich gewesen war wir achteten dies gefühl und blieben oben an der treppe stehen zwei minuten mochten verstrichen sein da hörten wir einen lauten schrei und stürzten hinunter indem wir in die kajüte eintraten sahen wir deutlich wie die tür zu einer der seiten kabinen zugeschoben wurde ein einfacher und doch grauenhafter umstand denn außer uns und dem kapitän war kein lebendes wesen im zimmer doch etwas anderes nahm unsere aufmerksamkeit zunächst in anspruch der kapitän saß starr und regungslos auf dem sofa er war tot in der hand hielt er einen fetzen bunten wollen zeuges seine offenen augen trugen den ausdruck des entzückens sein antlitz war wie zu einem freudigen lächeln verzogen johansen und ich drückten uns wortlos die hand denn das war es was wir soll ich sagen gefürchtet oder vielmehr nicht gewünscht hatten seit wir johansens vision kannten er hatte nämlich geschaut wie man die leiche des kapitäns nach seemanns art in das meer versenkte doch waren damit die grauenhaften umstände noch nicht erschöpft der schrei den wir oben gehört hatten war ein weiblicher gewesen und in der kabine deren tür vor unseren augen zugeschoben worden war fanden wir als wir endlich den mut fassten einzutreten eine zur mumie eingetrocknete weibliche leiche die trotz der seit ihrem tode verstrichenen langen zeit von johansen und den matrosen als frau jenny clifford erkannt wurde sie trug ein buntes wollenes kleid dem am ärmel das abgerissene stück fehlte das wir in cliffords hand gefunden hatten noch eins darf ich nicht unerwähnt lassen jene kabine war von uns wie jeder andere raum des schiffes vorher genau durchsucht worden ohne dass wir darin eine spur von frau clifford gefunden hätten von entsetzen gepeitscht hatten wir nur den einen gedanken von dem unheimlichen schiff so rasch wie möglich fortzukommen wir ruderten nach der lady godaiva zurück und erst nach geraumer zeit hatten wir die uns gewordenen eindrücke so weit überwunden dass wir unserer pflicht gegen die toten eingedenk noch einmal an bord des kanadik zurückkehrten um den verstorbenen ein christliches begräbnis zuteil werden zu lassen wir holten die leiche des kapitäns zu uns an bord und baden sie in der nacht in der kajüte auf nachdem wir sie in segeltuch eingenäht und eine eiserne kugel an ihren füßen befestigt hatten meine anregung auch die verstorbene frau des kapitäns in gleicher weise für das begräbnis vorzubereiten war auf den nicht unfreundlichen aber darum nicht weniger hartnäckigen widerstand der seeleute gestoßen keiner wollte um die leiche zu holen an bord des verfluchten schiffes zurückkehren alle meine vorstellungen und bitten waren vergebens ich nahm mir vor diese am nächsten morgen zu wiederholen aber was in der nacht geschah berührte mich derartig dass ich selbst um alle schätze der welt nicht auf den kanadik zurückgekehrt wäre ich war nämlich wie wir alle lange wach geblieben und kurz vor dem schlafengehen wurde ich noch einmal von johansen auf das deck hinauf gerufen um etwas zu sehen was die gesamte auf dem hinter deck stehende mannschaft mit staunen und grausen erfüllte der kanadik trug die vorgeschriebenen lichter grün an steuerbord und rot an backbord und die kajüten fenster waren hell erleuchtet ich habe die ganze nacht kein auge zugetan und doch sollte auch mit diesem nächtlichen spuk noch nicht die letzte szene dieser furchtbaren tragödie gekommen sein als wir die leiche des kapitäns über die reling in ihr nasses grab hinab gleiten ließen erhob sich unser stilles gebet durchbrechend plötzlich ein gemeinsamer ruf aus allen kehlen der kanadik der nur wenige kabellängen von uns entfernt dahin trieb kränkte ohne ersichtliche ursache stärker als bisher erst nach backbord und darauf nach steuerbord über und schoss dann jäh links mit dem bug voran in die tiefe die wellen liefen in wirbelnden strudeln über der stelle seines untergangs zusammen der schaum spritzte in die luft und die lady goddiver schwankte in den von dort herüber kommenden wogen reihen die ihren weg weiter nach süden fortsetzten und dann war alles vorbei wir hatten gestern den kanadik genau untersucht und wussten gewiss dass er nur sehr wenig wasser im rumpf und nirgends ein leck hatte der untergang des gespenstischen schiffes war ebenso unerklärlich wie alles andere das mit ihm zusammenhing was aber mich anging so hatte ich zwar nicht eine erklärung aber eine deutung zur hand was die menschen in ihrer blinden furcht ihnen verweigert hatten das gemeinsame begräbnis das gewährten ihnen die furchtlosen und mitleidigeren elemente ihre liebe war stärker als alle schrecken der natur und alle vorurteile der menschen und vereinigt ruhen die das leben getrennt hat auf dem boden des antarktischen ozeans der untergang des karnatik gelesen von hokus pokus mein begräbnis von hans heinz evers diese librivox aufnahme ist in der public domain drei tage vor meinem tode schrieb ich eine postkarte an die roten radler ach so diese geschichte wollen ja auch die berliner lesen die berliner sind fein sie sagen nicht fahrstuhl sondern lift sie sind gents und beileibe keine herren und wenn sie etwas besorgen wollen so schicken sie zum messenger boy institut und daraus kann man schon ersehen dass diese geschichte nicht in berlin passiert denn ich schrieb meine karte an die roten radler weil das sehr hübsch klingt und gar nicht an die messenger boys weil das ein ganz abscheuliches wort ist meine karte lautete bitte drei tage nach empfang dieser karte mittags um zwölf uhr eine kiste zum friedhof zu besorgen die gegenwart aller roten radler ist dabei erforderlich bezahlung und nähere instruktionen liegen auf der kiste dann name und adresse die roten radler kamen pünktlich und mit ihnen kam der herr oberradler in berlin würde man sagen der messenger boy institutsvorsteher es war eine große lange eierkiste die sie holen sollten und ich hatte mit vieler mühe darauf gemalt glas und zerbrechlich und vorsicht und nicht stürzen in der alten eierkiste lag natürlich meine leiche aber ich hatte den deckel nicht zuschlagen lassen weil ich durchaus eine schöne leiche sein wollte und daher aufpassen musste ob auch alles richtig besorgt würde der oberradler nahm zuerst das geld das ich auf den deckel gelegt hatte und zählte es nach 45 rote radler sagte er für zwei stunden es stimmt er steckte das geld in die tasche und las nun meine instruktion nein sagte er dann das geht nicht das ist nicht unser geschäft ich machte meine stimme recht dumpf und antwortete aus der kiste die roten radler besorgen alles der herr oberradler wußte nicht recht wer da gesprochen hatte er kratzte sich an der nase meinetwegen sagte er meinetwegen sein gewissen schlug ihm in all seinen ankündigungen hieß es ausdrücklich die roten radler besorgen alles einer der jungen wollte den deckel zunageln aber der oberradler wies ihn zurück fort sagte er auf den zettel zeigend hier heißt es ausdrücklich der deckel soll offen bleiben der mann gefiel mir nun er einmal die besorgung angenommen wich er um keinen buchstaben von meiner instruktion ab die er auch noch einmal genau durchlas wir sprechen jetzt ein kurzes gebet sagte er wer von euch kennt ein kurzes gebet aber keiner der roten radler kannte ein kurzes gebet weiß vielleicht einer ein langes aber ein langes kannten sie erst recht nicht die roten radler besorgen alles sagte ich hohl aus meiner kiste der oberradler sah sich um aber natürlich rief er das wäre noch schöner wenn die roten radler nicht einmal beten könnten er wandte sich an den allerkleinsten fritz du weißt doch sicher ein gebet ein gebet wüsste ich schon meinte der knirps aber nicht ordentlich darauf kommt es nicht an unterbrach in der oberradler ob man nun ordentlich betet oder unordentlich die hauptsache ist dass man eben betet also spricht ein gebet und wir alle sprechen laut mit fritz betete und die anderen schrien mit so laut sie konnten lieber herr jesus sei unser gast und segne was du uns beschert hast amen sagte der herr oberradler salbungsvoll das ist ein ganz ausgezeichnetes gebet merkt es euch alle für künftige gelegenheiten dann traf er immer meiner instruktion gemäß seine anordnungen die eierkiste wurde auf ein transport dreirad geladen das der stärkste junge fuhr fritz mußte sich obendrauf setzen damit der deckel nicht herunter fiel alle die roten radler sprangen auf ihre räder und so schnell sie konnten ging es nun durch die straßen die leute freuten sich über den flotten zug der roten radler und ich dachte in meiner kiste daß es doch ein ganz anderes ding sei so vergnügt zum kirchhof zu fliegen als langsam in der schwarzen trauerkalesche mit grässlichen leichenbittern daher zu trotten in zwanzig minuten waren wir schon draußen alle stellten ihre räder an die gittertüre die vier stärksten nahmen vorsichtig die eierkiste auf der herr oberradler sah in meiner instruktion nach und befahl zweiter querweg achter seitengang links vom hauptwege auf der rechten seite grab nummero 48678 dahin brachten sie in feierlichem zuge die alte eierkiste das grab war schon aufgeworfen ein paar große schaufeln staken in dem erdhaufen ganz vorsichtig krochen einige der roten radler in die grube und setzten die kiste hinein dann umstellten sie in weitem kreise das grab jeder soll sich eine zigarette anzünden befahl der herr oberradler die meisten hatten zigaretten bei sich den andern bot er sein etui an ich kann noch nicht rauchen sagte fritz es macht mich aber ich unterbrach ihn die roten radler besorgen alles beleidigt blickte der chef auf seine rote gesellschaft wer spricht da rief er ich verbitte mir jedes unnütze wort von euch selbstverständlich besorgen die roten radler alles da rauch fritz ein roter radler muss so gut rauchen können wie beten fritz brannte seine zigarette an und alle anderen auch so sagte der oberradler und sah wieder in seinen zettel jetzt beginnen wir die trauerfeierlichkeit wir singen nach der melodie der sänger von finsterwalde gemeinsam diese verse die roten radler besorgen alles sie leben und sterben für den beruf alle sangen daß es schallte und ich sang in meiner kiste mit jetzt kommt die leichenrede fuhr der chef fort und begann wir haben heute die ehre und das große vergnügen zum ersten male von berufs wegen jemanden zur letzten ruhe geleiten zu dürfen wenn auch über die sonstigen tugenden des verblichen hierorts nichts weiter bekannt ist so genügt doch die tatsache dieser letzten verfügung ihm im herzen aller roten radler einen bleibenden denkstein zu setzen zu zwei mark fünfundvierzig die stunde aus diesem grunde laßt uns alle einstimmen in den ruf unser freundlicher gönner weiland der selige verblichene hurra 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 und die roten radler brüllten hurra 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 sehr gut sagte der ober radler während ich in meiner kiste dankbar klatschte zum schlusse singen wir nun das lieblingslied des im herrn entschlafenen tochter zion frohe heue dich jaha hauchze laut jeruhuhuhuhu salem da erscholl aus nächster nähe ein anderer gesang Dritter Querweg, achter Seitengang links vom Hauptweg, fand nämlich auch eine Beerdigung statt. Nr. 48679 auf der linken Seite, also mir schräg gegenüber. Es war der geheime Oberregierungsrat von Ehrenhaft, der da bestattet wurde, und es waren schrecklich viele Menschen dabei, Räte und Richter und Offiziere und Assessoren, alles seine Leute. Aber es war doch nur ein Begräbnis in aller Stille, ohne Rote Radler. Der Herr Oberradler wartete höflich, bis die Leute fertig waren, und dann rief er von Neuem, »Wir singen nun das Lieblingslied des Entschlafenen, Tochter Zion.« Aber er kam nicht weiter. Drüben begann mit dröhnender Stimme ein dicker Pastor die Leichenrede. Der Oberradler wartete weiter, fünf Minuten, zehn Minuten, aber der Pastor hörte nicht auf. Mir wurde ganz schlecht dabei. Solche Reden befördern den Vorgang der organischen Zersetzung sehr wesentlich, sagte ich mir. Der Oberradler schien meine Gedanken zu teilen, er sah auf die Uhr. Aber der Pastor redete und redete. Schließlich dauerte es dem Herrn Oberradler zu lange. Er war ja nur für zwei Stunden bezahlt. Er kommandierte von Neuem, und diesmal platzten alle 45 Radler auf einmal los. »Tochter Zion, freue dich!« Der Pastor kämpfte und wollte nicht nachgeben. Aber was ist der stimmgewaltigste Prediger gegen 45 Rote Radler? Ich konstatierte mit Genugtuung, dass die Jugend siegte und die modernen Ideen und dass die alte bürgerliche Welt beschämt das Schlachtfeld räumen musste. Der Pastor schwieg. »Nun aber gibt die Geistlichkeit nie eine Niederlage zu.« »Das tut sie nie.« Der Pastor sprach mit ein paar Herren im Zylinder, und diese sprachen wieder mit einigen Schutzleuten. Die Schutzleute setzten ihren Helm auf den Kopf und kamen zu meinem Grabe herüber. Sie redeten eifrig auf den Herrn Oberradler ein. Aber der hielt stand. »Wir stehen hier in Ausübung unseres Berufs«, sagte er kalt. »Haben Sie eine Konzession?« fragte einer der Schutzleute. »Jawohl«, sagte der Herr Oberradler und griff in die Tasche. »Hier ist sie. Eine amtliche Konzession für mein Institut der Roten Radler.« »Hm«, machte der Schutzmann. »Aber eine Konzession für Begräbnisse?« »Die Roten Radler besorgen alles«, erklärte der Chef stolz. »Bravo, bravo«, rief ich aus meiner Kiste. »Hier hat niemand bravo zu rufen«, rief der Schutzmann. Er verlangte, dass die Roten Radler sich entfernen sollten. Aber der Oberradler wollte nicht. Er sei noch nicht ganz fertig mit der Feierlichkeit, für die er nach dem Tarif bezahlt sei. Und er sei ein Ehrenmann. Und sein oberstes Prinzip sei strengste Pflichterfüllung. Er provozierte die Schutzleute ordentlich. »So ein Schlauberger«, dachte ich, »nun wird die Sache in die Presse kommen und eine tüchtige Reklame für ihn machen.« Die Schutzleute schrien, aber der Oberradler schrie noch viel mehr. Dann kamen langsam all die Herren des oberregierungsrätlichen Begräbnisses her und mischten sich herein, die Räte und Richter und Offiziere und Assessoren. Ganz zuletzt kam der Pastor. Er sah die Roten Radler in ihren roten Mützen und Jacken die Zigaretten im Mund. »Pfui«, rief er. Dann setzte er die Brille auf und las auf meine Eierkiste. »Zerbrechlich, nicht stürzen.« »Was geht hier vor?«, fragte er scharf. Es war der kleine Fritz, der ihm eine schreckliche Antwort gab. Er konnte wirklich noch nicht rauchen, und die Zigarette war ihm sehr schlecht bekommen. Er beugte sich vor, dann wieder zurück und wieder vor in schneller Bewegung. Da geschah das Unglück, gerade über den guten schwarzen Rock des Herrn Pastors. Der war erst ganz sprachlos. Dann aber, wie sich alle mit ihren Taschentüchern um ihn bemühten, faßte er sich und erklärte ernst, »Das übersteigt wirklich alle Grenzen. Ich nehme daran öffentliches Ärgernis.« »Ich nehme auch öffentliches Ärgernis«, stimmte ihm ein Herr mit 27 Orden bei. »Wir nehmen von Amts wegen öffentliches Ärgernis«, sagten die Schutzleute. Nun wurde mir die Sache doch zu bunt. Ich sah ein, daß ich den bedrängten roten Radlern zu Hilfe kommen müsse. Ich stieß daher den Deckel in die Höhe, richtete mich auf und rief zornig, »Und ich, meine Herren, ich nehme an ihrer ungebetenen Teilnahme an meinem Begräbnis meinerseits ein öffentliches Ärgernis.« Der Pastor starrte entsetzt in die Grube. »Ist das ein christliches Begräbnis?« stammelte er. »Nein«, sagte ich, »das ist ein modernes Begräbnis mit roten Radlern.« Ich setzte mich auf meine Kiste, klemmte mein Glas ins Auge und schaute die Leute an. Ich war im Pyjama, aber da ich fürchtete, kalt zu werden im Grabe, so hatte ich mir meinen Pelz mitgenommen, und das imponierte den Herrschaften. Mitten im Sommer. Ihr alter geheimer Oberregierungsrat nebenan hatte gewiß keinen an. »Machen Sie, daß Sie wegkommen,« fuhr ich fort. »Dies Grab ist von mir bezahlt worden und gehört mir. Ich bin regelrecht gestorben und kann mich begraben lassen, wie es mir Spaß macht. Gehen Sie also. Hier in diesem Loch und in dieser Kiste bin ich Hausherr und ich rate Ihnen, keinen Hausfriedensbruch zu begehen.« »Es ist ein Skandal,« sagte der Herr mit den Orden. »Es ist ein beispielloser Skandal.« Da kam der Herr Staatsanwalt. »Man muß diesen Narrenpossen ein Ende bereiten,« zischte er mich an. »Ich verhafte sie im Namen des Gesetzes. Ich ersuche die Schutzleute, ihre Pflicht zu tun.« Die Schutzleute stiegen in das Loch und legten ihre breiten Tatzen mir auf die Schulter. Aber ich sah sie scharf an und sagte, »Haben Sie denn alle Ehrfurcht vor der Heiligkeit des Todes verloren?« »Er ist gar nicht tot. Er ist ein Schwindler,« rief ein sehr mutiger Reserveleutnant. »So,« lachte ich, »bitte sehr.« Damit reichte ich den Schutzleuten meinen Totenschein. »Hier, überzeugen Sie sich.« »Und außerdem«, fuhr ich fort, »falls Ihnen der Zettel des Bezirksarztes nicht genügen sollte, so riechen Sie doch, alter Esel.« Der Herr mit den Orden steckte die Nase ein wenig vor. »Pfui, Teufel!« rief er dann und fuhr zurück. »Bewahren Sie die Grenzen des Anstandes, mein Herr,« ermahnte ich ihn. »Bedenken Sie, wo Sie sind. Es ist ein glügend heißer Julitag und gerade Mittag. Ich bin eine Leiche. Ich habe also wohl ein Recht zu stinken.« Aber der königliche Staatsanwalt beruhigte sich nicht. »Das geht mich gar nichts an,« meinte er. »Ja, ich sehe nur, dass hier ein grober Unfug begangen wurde. Und dieser grobe Unfug bedarf gerichtlicher Sühne. Ich suche die Schutzleute, den Herrn in seine Kiste zu stecken und fortzubringen, die anderen aber bitte ich, mir zu folgen.« Die Schutzleute faßten an. Ich versuchte, mich zu wehren, so gut es ging. Aber sie waren viel stärker als ich, steckten mich rasch in die Kiste und trugen mich aus dem Friedhofe hinaus zu einem Wagen. Alle folgten. Die Herren stiegen in die Kaläsche und die roten Radler sprangen auf ihre Räder. Sogar die Totengräber kamen mit. Ich freute mich nur, dass der geheime Oberregierungsrat, der mich mit seinem altmodischen Leichenbegängnis so gestört hatte, nun ganz allein und verlassen da lag. Musste der dumme Kerl sich ärgern. Meine Kiste stand auf dem Bock und der dicke Schutzmann saß oben darauf. Gott sei Dank konnte ich durch ein Astloch ein wenig hindurchgucken. Wir fuhren zurück in die Stadt in scharfem Trabe, dann hielten wir vor dem Gerichtsgebäude. Saal 41, rief der Staatsanwalt. Die Schutzleute trugen mich in meiner Kiste dahin. Alles drängte eilends nach. Der Herr Amtsrichter saß oben zwischen seinen Schöffen. Der Herr Staatsanwalt hielt eine lange Rede. Er entschuldigte sich, dass er plötzlich die Sitzung unterbreche, aber es handele sich um eine sehr eilige, dringliche, wirklich unaufschiebbare Sache. Dann erzählte er den ganzen Vorgang. Der Kerl behauptet, tot zu sein, schloss er, und ist auch im Besitz eines regelrecht ausgestellten Totenscheines. Der Herr Amtsrichter ließ mich aus meiner Kiste herauskommen. Befindet sich vielleicht ein Arzt im Publikum? fragte er. Es kamen gleich drei heran. Ein gewöhnlicher Arzt, ein Stabsarzt und ein Medizinalrat, der Vorsitzende der Landesirrenanstalt. Sie untersuchten mich, hielten sich dabei aber ihr Taschentuch dicht unter die Nase. Sie machten es sehr kurz. Er ist ganz zweifellos eine Leiche. Ich triumphierte. Ich werde gegen den Herrn Staatsanwalt wegen Leichenschändung vorgehen, sagte ich. Einstweilen stehen Sie hier als Angeklagter, fuhr mich der Vorsitzende an. Nicht zu lange mehr, lieber Herr, antwortete ich. Ich bin im Stadium des... Beachten Sie die Würde des Gerichts, unterbrach er mich. Ich werde Sie in eine Ordnungsstrafe nehmen. Erlauben Sie, rief ich. Schweigen Sie, schrie er. Nein, sagte ich. Ich werde nicht schweigen. Ich habe als Preuße das Recht, meine Meinung in Wort, Schrift oder bildlicher Darstellung frei zu äußern. Da lachte er. Wir sind hier nicht in Preußen. Und außerdem sind Sie auch kein Preuße mehr, sondern eine Leiche. Ich bin kein Preuße mehr? Nein. Dann bin ich ein toter Preuße. Und ein toter Preuße hat gar keine, aber auch nicht die allergeringsten Rechte. Das muss Ihnen doch schon Ihr gesunder Menschenverstand sagen. Ich dachte nach. Der Mann hatte wirklich Recht. Ich schwieg gekränkt. Sie stehen hier, begann er wieder, unter der Anklage des groben Unfugs bei Erregung öffentlichen Ärgernisses, der Beamtenbeleidigung und des Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Haben Sie etwas zu Ihrer Entschuldigung anzuführen? Ich bin eine Leiche, wimmerte ich ganz niedergeschlagen. Das ist gar keine Entschuldigung, behauptete der Vorsitzende. Es wäre ja noch schöner, wenn Leichen und noch dazu Preußenleichen alle möglichen Delikte unbestraft begehen könnten. Im Gegenteil ist zu sagen, dass gerade Leichen sich eines äußerst ruhigen und gesitteten Betragens zu befleißigen haben. Sie sollen gewissermaßen den Lebenden ein leuchtendes Beispiel für alle Bürgertugenden sein. Als Zweilandpreuße aber sollte Ihnen der Spruch bekannt sein, dass die Ruhe die erste Bürgerpflicht ist. Und das gilt in allererster Linie von sogenannten Leichen. Der Fall ist geradezu unerhört, dass sich ein verstorbenes Individuum dagegen empört hätte und mir, offengestanden in meiner langjährigen Praxis, überhaupt noch nicht vorgekommen. Sind Sie vorbestraft? Ja, gestand ich siebzehnmal, wegen Beleidigung, wegen Zweikampfes, wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften und außerdem wegen all der Delikte, deren halben ich jetzt hier stehe. Also rückfällig, betonte er, und Sie scheinen immer noch nicht Ruhe geben zu wollen. Ich war immer unschuldig, stammelte ich. Immer unschuldig, höhnte der Amtsrichter. Kann ich mir denken, gestehen Sie die jetzt von Ihnen begangenen Delikte ein, oder wollen Sie, dass ich Zeugen vernehme? Da platzte ich los. Das ist mir alles ganz egal. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin eine Leiche, und Sie sind ein Dummkopf, und alle Ihre Zeugen sind auch Dummköpfe. Der Vorsitzende schnappte nach Luft. Aber ehe er noch ein Wort sagen konnte, erhob sich der Staatsanwalt. Ich stelle den Antrag, den Inkulpaten zur Beobachtung seines Geisteszustandes auf sechs Wochen der Landesirrenanstalt zu überweisen. Da trat schnell der Medizinalrat, der Direktor dieses Instituts, vor und erklärte, die Landesirrenanstalt muss unter den obwaltenden Umständen die Internierung des Angeklagten auf sechs Wochen ablehnen. Ich kann durchaus keine Garantie dafür übernehmen, dass er sich so lange hält. Es trat eine kleine Pause ein. Dann fragte einer der Schöffen, Ja, aber was fangen wir dann mit ihm an? Wir werden Ihnen eine Geldstrafe nehmen, sagte der Amtsrichter. Das wird Ihnen nichts nützen, bemerkte ich. Ich bin tot und habe jetzt ebenso wenig Geld wie im Leben. Meine letzte Barschaft habe ich für ein menschenwürdiges Begräbnis ausgegeben. Der Chef der Roten Radler machte mir eine Verbeugung. Dann muss ich ihn im Nichtbeitreibungsfalle eben einstecken, warf der Staatsanwalt ein. Aber die Gefängnisverwaltung wird ebenso wenig Leichen annehmen wie die Landesirrenanstalt, wandte der Vorsitzende ein. Er war ganz trostlos. Schon glaubte ich, triumphieren zu können, als sich plötzlich der salbungsvolle Pastor erhob. Erlauben Sie mir, einen bescheidenen Vorschlag zu machen, meine Herren, sagte er. Ich glaube, es wird das Beste sein, wenn wir die Leiche des Herrn Angeklagten christlich bestatten. Ich will nicht christlich bestattet werden, schrie ich wild. Aber der Pastor achtete gar nicht auf mich. Also christlich und gut bürgerlich bestatten, fuhr er fort. Ich glaube, das wird einerseits die Milde und Würde des Gerichtes bei allen anständig denkenden Menschen in das rechte Licht setzen, andererseits aber auch bei dem bedauernswert verwirrten Geist des Herrn Angeklagten gewissermaßen wie eine Strafe wirken. Dazu glaube ich, die Garantie übernehmen zu dürfen, dass eine auf diese Weise beerdigte Leiche sich in Zukunft durchaus ruhig und still verhalten und somit den hohen Behörden weiterhin zu einem notwendigen Eingreifen keinerlei Veranlassung mehr geben wird. Sehr gut, sehr gut, nickte der Herr Vorsitzende und der Staatsanwalt nickte und die beiden Schöffen nickten. Alle nickten. Ich schrie, tobte, ich wandte mich in meiner Verzweiflung an den Herrn Oberradler. Aber der zuckte mit den Schultern. Es tut mir leid, sagte er, wir sind nur für zwei Stunden bezahlt und die sind abgelaufen. Die roten Radler besorgen alles. Das ist unser oberstes Geschäftsprinzip. Aber nur gegen Bezahlung. Kein Mensch hatte Mitleid mit mir. Ich wehrte mich so gut ich konnte, aber ich wurde schnell überwältigt. Sie steckten mich in einen schwarzen Sarg und trugen mich hinaus. Der Pastor hielt mir umsonst eine Leichenrede. Ich weiß nicht, was er sagte. Ich stopfte mir die Ohren zu. Die brutale Gewalt hat gesiegt. Was nutzt es mir nun, dass ich mich jedes Mal, dreimal herumdrehe, wenn ein Staatsanwalt vorbeikommt oder ein Amtsrichter? Ende von Mein Begräbnis Sie traten zuerst mit großem Erfolg in Amerika auf und reisten dort während zwei Jahre. Es war zu Beginn der Tournee in Europa. Seiter hatte 14 Jahre noch nicht erreicht, als die Katastrophe in Paris geschah. Sena war in Frankreich, Italien, in Ägypten schon seit Jahren als Hypnotiseur von außerordentlicher Fähigkeit bekannt gewesen. Seine besondere Kraft aber war die Gedankenübertragung. Er hatte eine mystische Sensibilität, um das Fluidum der Seelen zu empfinden. Mit verbundenen Augen ließ er sich von irgendeinem auf der Bühne sitzenden Menschen aus dem Auditorium, der sich dafür angeboten hatte, durch den ganzen Saal dirigieren, einzig der Willensrichtung dieses Individuums gehorchend. Mit weit ausgestreckten Armen, die wie Fühler vor ihm herschwebten, wand er sich durch die Reihen der Zuschauer, stand da und dort still, berührte diese und jene Person, schrie zuweilen, wenn die Willensverbindung zwischen ihm und seinem Mentor nachzulassen schien, mit hoher, etwas kreischender Stimme, »Denken Sie! Denken Sie!« und huschte dann weiter, wenn ihn wieder der Strom aus dem Gehirn des Anderen wie eine geheimnisvolle Macht erfüllte. Er führte so jede Bewegung aus, die ihm die Gedankenfolge des Anderen diktierte, gehorchte jeder Idee wie einer seltsamen Welle, die aus dem Bewusstsein des Anderen zu ihm überflösse und ihn inspirierte. Das war seine unerklärbare, geheimnisvolle Gabe. Sena war von Geburt Armenier, klein von Statur, mit einem braunen, verrunzelten Gesicht. Erstaunlich standen zu den schwarzen Haaren seine grauen Pupillen, die wie poliertes Metall glänzten. Saita fand er durch Zufall in Algier. Sie war ein schmächtiges Araberkind, das durch den Straßenstaub kranke Augen hatte, welches Leiden von den einheimischen Ärzten dadurch behandelt wird, dass man den Kleinen die Innenseite der Lieder ritzt, so dass das Blut über die Augen strömt. Da dieser Anblick den Fremden oft ein Anlass des Mitleids ist, pflegen die Kinder in diesem Zustand zu betteln. So fand Sena die Kleine auf der Straße mit zwei blutenden Wunden im Gesicht. Instinktiv fühlte er, dass er eine große Macht über sie hatte. Sie, die ihn kaum sah und seine Gegenwart durch den trüben Schein des Blutes nur vag empfinden konnte, zog unter der Kraft seines Willens stehend ihre bettelnd erhobene Hand zurück, neigte sich demütig und scheu, verhielt sich dann, als ob sich ihr Geist seinem Geist öffnete, in einer mysteriösen Erstarrung still, während Sena plötzlich und wie aus dem Unbewussten aufsteigend das Bewusstsein seiner Macht über dieses Wesen fühlte. Er erschauerte selbst, wie unter einem Geheimnis. Er hatte bis zu jenem Tage den Willen der anderen empfangen, hatte Personen, die er hypnotisiert hatte, durch das Wort geleitet, aber er hatte noch nie ein Medium gefunden, das der Influenz des Willens gehorchte, das ihm in seiner Veranlagung gleich war. Saita war über ihr Alter entwickelt und geschmeidig wie eine junge Katze. Schon nach den ersten Versuchen, sie zum Zwecke eines gemeinsamen Auftretens zu erziehen, erkannte Sena, dass sein Einfluss auf ihre mediale Veranlagung erstaunlich wuchs. Etwas anderes trat hinzu. Saita geriet bei den Experimenten immer mehr in einen schlafwandlerischen Zustand, währenddessen sie verblüffende Dinge vollführte. Sena hatte sofort die Idee, ihre außerordentlichen körperlichen Fähigkeiten auszunützen. Nach Verlauf von zwei Monaten vermochte sie in diesem Traumzustand, auf die fünf Meter hohe Bambusstange zu klettern und darauf so ruhig zu stehen, wie ein Nachtwandler auf einer Dachrinne. Sie sprang durch einen mit Messern begrenzten Ring, stach sich feine, lange Nadeln durch die Arme, ohne sich zu verletzen. Kurz, sie vollbrachte die Kunststücke indischer und chinesischer Gaukler, während sie an Senas Willen wie an einem Faden hing. Sein Einfluss legte sich wie eine furchtbare, brutale Gewalt auf ihr Hirn und schaltete ihre eigene seelische Existenz so aus, dass sie während dieses stummen, unheimlichen und erregenden Dramas nur noch seinen Intellekt in sich hatte. Sena erreichte dieses seltsame Resultat nicht zuletzt durch die absolute Indifferenz, die er gegenüber dem jungen Mädchen empfand. Er sah in ihr nur die Veranlagung, sonst war sie ihm gleichgültig. Er wusste, dass sie bei jeder Vorstellung das Leben riskierte, sobald der Antrieb zur Handlung in seinem Willenszentrum erloschen wäre. Er selbst ließ sie ja auf der Stange stehen, an den Messern vorbeigleiten, wo sie sich sofort zu Tode verwundet hätte, falls er sie mitten in der Aktion mit seiner Kraft im Stich lassen sollte. Während der ersten Versuche hatte er gefürchtet, sie zu töten, nachher aber wurde er ganz sicher, kaltblütig und ruhig. Er reiste mit ihr wie mit einem seltsam dressierten, merkwürdigen Tier. Er hatte auch kein größeres Mitleid für sie. Das änderte sich plötzlich. Seita hatte sich entwickelt. Sie war als Orientalin mit 14 Jahren fast erwachsen. Er sah es zum ersten Mal, als sie in Europa landeten und sie in Cherbourg die Schiffstreppe hinunterstieg. Da gewahrte er, dass Seita Hüften hatte, dass ihr knabenhafter, hagerer Körper verwandelt, dass ihre Schultern rund geworden waren. Er erstaunte, hielt fast den Atem an. Es war ihm sonderbar. Im Zuge saß er ihr nachher mit einer gewissen Beklommenheit gegenüber und schaute ihr zu, wie sie mit ihren braunen, langen Fingern, die bis zu den Knöcheln mit Henna gefärbt waren, eine Orange schälte. Er betrachtete ihren geschweiften Mund mit den fast zu schmalen Lippen und ein Unbehagen bemächtigte sich seiner. Wieder glitt sein Blick über das sanfte Oval ihres Gesichtes, ruhte auf dem kaffeebraunen Ton ihrer Haut, so daß sie unwillkürlich ihre glänzenden schwarzen Augen weit öffnete und ihn fragend anstarrte. Da verzog er sein Gesicht zu einem sonderbaren, etwas bitteren Lächeln und sagte, »Wissen Sie, daß Sie schön sind?« Seiter lächelte. Ihre Zähne blitzten. Das Kompliment machte ihr Vergnügen. Er betrachtete sie wieder mit halbgeschlossenen Lidern. Seiter sann und hatte einen vergnügten Zug um den Mund. Vielleicht sah sie plötzlich einen Weg, Einfluß auf ihn zu gewinnen. Vielleicht dachte sie an die Möglichkeit, seine Geliebte zu werden. Sie wußte, daß Sena reich war. Sie hielt ihn für schlau und geizig. Jedenfalls lag für sie im Reichtum die größte Macht des Mannes. Ihrer Abstammung und Rasse gemäß beugte sie sich davor sklavisch. Sie hatte ihn für Frauen schon viel Geld verschleudern sehen. Warum sollte nicht sie daraus einen Vorteil ziehen können? Wenn sich Sena ihr in den zwei Jahren noch nicht genährt hatte, war es, abgesehen von ihrer Jugend, vielleicht darum nicht geschehen, weil er instinktiv in einer leidenschaftlichen Verbindung zwischen sich und dem jungen Mädchen eine Gefahr für ihre Fähigkeiten als Medium, jedenfalls für eine Verringerung seines Willenseinflusses auf sie witterte. Jetzt aber lebte das Begehren plötzlich mit einer unheimlichen Kraft in ihm auf. Sie kamen gegen Abend in Paris an. Die erste Vorstellung sollte am kommenden Tage stattfinden. Für den kommenden Morgen war eine Probe vorgesehen. Sena hatte von New York aus einen Kontrakt mit einem der großen Varietés abgeschlossen. Er sollte mit Saita als einer der letzten und wichtigsten Nummern des Programms auftreten. Sena pflegte an Abenden, da keine Vorstellung war, allein auszugehen. Saita blieb dann im Hotel, las französische Romane oder beschäftigte sich mit ihren Puppen. Sie hatte eine reizvolle Sammlung großer, raffiniert gekleiderter Wachspuppen, an denen sie ihre spielerische Freude stillte. Durch die Ankunft in Paris aber war sie in eine leichte Erregung gekommen. Nicht als ob die äußeren Eindrücke auf sie so stark gewesen wären. An den Tumult der Straßen und an die großen Geräusche der neuen Zeit war sie von den Städten Amerikas hier gewöhnt. Paris aber war für sie ein Ort, den die Neugier ihrer Seele schon lange erwartet hatte. Eine Stadt von verborgenen Merkwürdigkeiten, die sie sich in ihrem Geiste zu fantastischen Bildern ausmalte. So war sie glücklich, als Sena sie gleich am ersten Abend in eines der eleganten Restaurants in der Gegend der Madeleine zum Souper führte. Saita war von der freudigen und kindlichen Koketterie der farbigen Rasse. Sie wusste auch, dass sie mit ihrem mädchenhaften und doch reifen Körper Eindruck machen musste. Sie trug ein einfaches grünseidenes Kleid, wozu sie nach der Art orientalischer Tänzerinnen einen violetten Schal um die Hüften geschlungen hatte. Ein Seidentuch von derselben Farbe band sie wie einen Turban um ihren Kopf. Sie fiel auf. Die Blicke folgten ihr. Sena nahm sich neben ihrer Jugend seltsam verwittert aus. Er empfand es. Die Neugier der Menschen schmerzte ihn. Er fühlte dumpf, dass er sie liebte. Er fühlte aber auch, dass er alt war. Saita zeigte an diesem Abend den ganzen Jubel ihres Temperaments. Die Musik der Zigeuner, die elegante Pracht des Raumes, berauschten sie. In ihren Augen blitzte es wie weiße, flirrende Feuer. Sena war mürrisch, gereizt. Sie merkte es nicht. Das quälte ihn wieder. Er legte wie ein Passionierter und Erregter jeder ihrer Gesten eine Bedeutung bei. Aber Saita war im Grunde viel naiver, als er sich vorstellte. Wenn sie den Herrn Augen machte und mit den fremden Menschen redete, die an den Nebentischen saßen und sich an ihrem orientalischen Charme entzückten, sah er überall Absicht und Begierde. Man forderte sie auf, zu tanzen. Sie sagte zu. Die Zigeuner stimmten eine spanische Weise an. Saita trat auf den roten Teppich. Ihre Hände und Füße gaben den Rhythmus. Aber der Tanz kam aus den Hüften. Erst wiegte sie sich leise im Takt der Kalupé. Ihr Gesicht schien noch schlafend und still, als wäre noch alles Blut in den Gliedern. Der Zigeuner gab mehr Tempo. Das Zimbal klirrte wild und schreiend wie das Krächzen von heiseren Vögeln. Doch Saitas Gesicht erwachte. Ihre Augen strahlten groß und ekstatisch. Über ihren Teint irrten die farbigen Reflexe ihres Gewandes. Aus der Seide trat in seiner bebenden Schlankheit das verzückte Bild ihrer nervengepeitschten Glieder, und sie begann den heiligen Tanz der Araber. La danse du ventre. Wie eine gespannte und wieder losgelassene Feder schnellte ihr Leib. Ihr Mund verzarrte sich zu einem verwirrten Lächeln der Wollust. Ihre Pupillen wurden schmerzhaft weit. Ihre Seele glühte in einem furchtbaren und heißen Traum, der ihr wieder in ihren Körper sprang, so daß sie in eine wilde und schräumende Raserei verfiel und auf dem Teppich zusammenbrach. Blumen überdeckten sie. Rote und weiße Nelken, aus denen sie wie eine kleine braune Göttin erstaunt und verwirrt aufblickte. Dann kamen die jungen Herren mit großen Büschen gelber Rosen und legten sie seiter in die Arme. Sie grub ihr Gesicht hinein und lächelte, heiter, erwartungsvoll und ganz entgeistert. Sena war aschfahl. Der Abend wurde für ihn zu einer Martha. Als sie nachher ins Hotel fuhren, konnte er sich nicht mehr halten. Er neigte sich zu ihr, die in unruhevollen Träumereien versunken in der Ecke des Coupés saß, und raunte erbittert und gequält, sie haben sich benommen wie eine Dirne. Sie blickte erstaunt auf, wie wenn sie das als unerwartete Störung empfände, und antwortete nicht. In der Nacht lag sie wach. Eine fieberhafte Erregung war über sie gekommen. Ein ganz neues Leben hatte sich da vor ihr aufgetan. In den großen Rosenbüschen hatte sie Visitenkarten gefunden mit hastig darauf gekritzelten Worten. Man bestürmte sie, machte ihr Anträge. Junge, schöne Menschen begehrten sie. Das tat ihr wohl. Sena kam ihr jetzt alt und häßlich vor. Sogleich als Hindernis für ihr Glück. Er hatte sie entdeckt, ja, hatte sie berühmt gemacht. Ihr Bild war in den Revüen zu sehen, und ihr Name stand in den Zeitungen. Sie war aber darauf nicht glücklich geworden. Ihre Gabe als Medium war ihr von der Natur verliehen, aber ihr Herz hatte keinen Anteil daran. Und ihr Herz erwachte jetzt und verlangte, einen Menschen zu lieben. Doch nicht Sena war dieser Mensch. Hätte er sie vorher, vielleicht vor einem Monat noch, mit brutaler Gewalt genommen, so hätte sie sich vor ihm gebeugt. Jetzt aber war es zu spät. All ihre Demut vor seinem Reichtum, all die Befangenheit ihrer Abstammung, war von ihr gewichen. Urplötzlich und in wenigen Stunden war sie zum Leben erwacht. Und dieses Leben, das sie jetzt sah, während sie ihre braunen, schlanken Hände unter dem Kopf aus den Kissen schaute, es hatte nichts mit ihrem Talent zu tun, nichts mit Sena. Sie hielt ihn sogar für ein Hindernis. Er beraubte sie ihrer Freiheit, er tyrannisierte sie. Sena litt unterdessen an seiner Eifersucht. Etwas anderes, fast lähmendes, trat hinzu. Er traute seiner Kraft über ihre Seele nicht mehr. Er konnte sich für Augenblicke gar nicht mehr vorstellen, daß er sie in diesem wundersam verzückten Schlafe noch einmal durch all die Gefahren einer Vorstellung leiten würde. Er sah sie nicht mehr auf der hohen gelben Bambusstange stehen. Er sah sie einfach nicht mehr. Diese Erkenntnis kroch ihm langsam und eiskalt über die Haut. Und morgen sollte die Vorprobe stattfinden. Er fühlte sich unfähig dazu. Was er hundertmal mit ihr ausgeführt hatte, ohne Bedenken, dieses schwindelerregende Experiment, erschien ihm plötzlich furchtbar schwer. Die Leidenschaft hatte seine Kraft geschwächt. Er hatte Angst. Er lag stundenlang, bis zum Morgengrauen, bis die Boulevards erwachten, im Pyjama in einen Foteu gekauert, fühlte sich unfähig, todmüt und gerädert. Sein braunusfaltiges Gesicht hatte einen traurigen, verkrämten Zug bekommen. Es war ihm, als ob er da plötzlich am unerwartetsten scheitern müsste. Für Augenblicke stieg dann ein hasserfüllter, grausamer Zorn in dem Armenier auf, eine verzweifelte Entschlossenheit, alles zu wagen, sie zu opfern. Aber zugleich fühlte er, dass sein Wille ja gar nicht mehr so mächtig war, um darüber völlig entscheiden zu können. Am Morgen sagte er die Probe ab. Er wollte sich für den Abend stärken durch einen Spaziergang in der Morgenluft. Langsam schlenderte er die Avenue des Champs-Élysées hinauf. Es war ein lauer Apriltag. Ein leiser Regen ging auf das junge Laub nieder, und Sena fühlte die perlenden Tropfen wie etwas Milderndes und Erlösendes auf seinem heißen Gesicht. Er schöpfte Hoffnung. Er redete sich ein, dass sie ja nur an einer gegenseitigen Verstimmung litten, und dass diesem vorübergehenden, peinlichen Zustand keine große Bedeutung zuzumessen sei. Aber was ihn wieder erschreckte, war eine große Leere, die er in sich fühlte. Etwas wie eine schmerzende Höhlung empfand er in seinem Körper, und als ob darin der Sitz seiner Schwäche läge, erschauderte er, kam mit seinen Reflexionen immer wieder auf dieselbe Qual zurück. Als er im Hotel nach Seita fragte, war sie ausgegangen. Er wunderte sich darüber. Sie hatte sonst die Gewohnheit gehabt, bis zum Mittag zu schlafen. Er wartete lange auf sie und frühstückte dann allein. Nachher überwachte er im Varieté den Aufbau der Geräte für den Abend und hatte Konferenz mit den Journalisten. Das gab ihm wieder Mut. Er kam ganz heiter ins Hotel zurück. Seita erwartete ihn in der Halle. Es ging auf fünf. Eine Menge Fremde saßen rings in Korbstühlen. Die Zigeuner spielten zum Tee. Seita saß da, rauchte eine türkische Zigarette und blies Rauchringe in die Luft. Seena setzte sich ihr gegenüber. Sie sah ihn ruhig und etwas neugierig an. »Ich habe mittagslange gewartet,« sagte er. »Ich war ausgegangen,« äußerte sie leicht hin, als wünschte sie, keine weitere Erklärung zu geben. Er saß stumm, geärgert und gekränkt. Er fühlte, dass sie kein Vertrauen mehr zu ihm hatte. »Sie sind erzürnt,« fragte sie nach einer Weile und hielt ihr braunes, schmales Gesicht etwas geneigt, als ob sie auf seine Antwort horchen wollte. Er dachte, »Himmlischer Vater, was für weiße Zähne sie hat, wie weich und rot ihre Lippen sind! Es war ihm, als müsste er ohnmächtig werden vor qualvoller Eifersucht.« Er starrte in ihre Augen. Ein müder, flackernder Glanz strahlte aus ihnen. Er sagte, »Sie haben diesen Nachmittag in schlechter Gesellschaft verbracht.« Sie zuckte mit den Achseln, als ob sie nichts Bestimmtes antworten wollte. Er atmete auf. Er hatte einen Protest erwartet. Ihre Gelassenheit ließ ihn glauben, dass ihr das Erlebnis ungefährlich sei. Da sagte sie plötzlich leise, »Ich muss ihnen einen großen Schmerz bereiten.« Er horchte auf. Er fühlte, wie ihm seine Knie zitterten. Sie fuhr fort. »Ich werde sie bald verlassen. Ich trete hier in Paris noch auf, dann nicht mehr.« Er horchte stumm, mit geducktem Kopf. »Warum?« stammelte er. »Ich habe einen Menschen gefunden, der mich liebt.« Ihre Stimme klang kindlich und naiv. »Sie sind seine Geliebte geworden,« zischte er hämisch und flüsterte dann, »Dirne, Dirne.« Er sagte das Wort noch einmal. Sie schaute ihn nur ruhig und gedankenvoll an und zeigte sich so fremd, als ob weder seine Worte noch er selbst künftig etwas mit ihrem Leben zu tun hätten. Da begann er zu bitten. Er beschwor sie bei allem, was er für sie getan, bei allem, was die Welt noch von ihr erwartete. Er beschwor sie bei ihrer Jugend, bei ihrem Talent, bei ihrer göttlichen Gabe, die ihr verliehen sei. Er wurde hämisch, grausam, verfiel in Schmähungen, in Hass, in ohnmächtige Wut, in Verzweiflung. Sie blieb gleichgültig. Dazu spielten in der Halle die Zigeuner. Blicke streiften die beiden, die sich gegenüber saßen, wie ein zwergenhafter Alter und ein Kind. Schließlich stand Sena auf und ging hinaus. Er hatte um elf Uhr aufzutreten. Um neun Uhr war er schon in der Garderobe. Seiter war nebenan, kleidete sich um und trellerte. Lange hörte er zu, starrte dann in einen Spiegel, sah, wie sein Gesicht zu einer merkwürdig versteinerten, braunen Fratze geworden war. Es war ihm jetzt ganz natürlich, dass er auf keinen Menschen mehr einen Eindruck machen konnte. Er ging hinüber in die Kulissen, sah zu, wie die Akrobaten und Schontösen mit steifem, maskenhaftem Lächeln auftraten, arbeiteten und dann mit schweißbedecktem Gesicht wieder von der Bühne kamen. Er hörte das Gemurmel des Publikums, das Klatschen der Klack und den monotonen Singsang des Orchesters, das zu den halsbrecherischen Aktionen populäre Operettenmelodien spielte, bei einem Takt plötzlich abbrach, bis nach einer bangen Sekunde der Applaus und die Musik im Fortissimo wieder einsetzten. Sena war es jetzt fast gewiss, dass er diesen Menschen heute ein seltsames Schauspiel geben würde. Im Einzelnen machte er sich noch keine Gedanken darüber, aber in seinen Nerven bebte es wie eine drohende Gewissheit. Er fühlte sich sicherer als am Vormittag, kühler und vielleicht doch verzweifelter. Aber er hatte nun Gewissheit. Sie würde ihn verlassen. Sie würde irgendeinem jungen Menschen folgen, der sie für ein paar Wochen zu Pracht und Luxus führte, bis er ihrer überdrüssig wäre. Sie wird einen anderen Liebhaber finden, dachte er. Sie wird ihre Herren wechseln wie ihre Kleider. Sie wird vielleicht krank werden, elend, oder auch eine Prinzessin der Halbwelt, oder vielleicht eines jener Mädchen, die in den Kaffeehäusern, in den Brasserien sitzen. In dumpfem Brüten stierte er vor sich hin, und dann fühlte er wieder die schmerzende Leidenschaft für sie, gereizt durch die Pein in einer traurigen, niederdrückenden Verlassenheit. Sie wollte ihn im Stich lassen, sein Werk, seine Mission. Er war Fanatiker. So wenig er das Mysterium seines Berufes sich selbst erklären konnte, so demütig verehrte er die hohe überirdische Kraft, die in jenen Augenblicken in ihm waltete. Mit einem Gefühl dumpfer Religiosität war er ihr Untertan. Eine Hand legte sich ihm auf die Schulter. Der Inspizient stand hinter ihm. Der Vorhang war niedergegangen. Auf der Bühne bauten sie schon die Geräte auf, fügten die hohe Bambusstange in den Fuß des geschmiedeten Eisens, stellten den Elfenbeinring mit den Dolchen auf, richteten die Szene zu einem Louis-Sais-Salon ein, mit Bide los auf kleinen Tischchen. Jetzt war auch Saita da. Sie trug nach ihrer Gewohnheit ein violettseidenes Trikot, das ihren braunen Körper mit bunten Lichtern umhüllte. Sie streifte Sena mit einem großen, harmlosen Blick und starrte dann hinaus gegen den Vorhang. Sena sagte ihr leise, »Sie denken an ihn.« Sie drehte sich um. Sena fuhr fort, »Er ist natürlich im Saal.« Sie antwortete nicht ohne Stolz, »Ja, er ist im Saal.« Da lächelte Sena still, geheimnisvoll, »wie irrsinnig.« »Sie werden ihm ein seltenes Schauspiel geben.« Saita zuckte mit den Achseln. Sie stand immer noch mitten auf der Szene mit abgewandtem Gesicht. Sena hatte sich auf einen Stuhl gesetzt. Es war ihm, als ob er laut schreiend sich ihr zu Füßen werfen müsste. Aber er wusste, dass sie ihn nicht verstehen, dass sie ihn verspotten würde. Er stand wieder auf, näherte sich ihr, als ob er dadurch Gewalt über sie bekäme. Er hatte mit dem rechten Arm die Bambusstange umfasst. Er überlegte, »In ein paar Minuten wird sie hier oben stehen, ganz wehrlos, an meinen Gedanken hängend, mir untertan, vielleicht zum letzten Mal mir untertan.« Er starrte sie wieder an und dachte weiter, »Wenn ich sie fallen ließe, wie man einen Stein aus der Hand fallen lässt, oder« und ein wollüstiges Grauen stieg ihm ins Gehirn, »Wenn ich sie zwänge, kopfüber mit der Stirn voraus auf diesen roten Teppich zu springen. Es würde einen dumpfen Fall geben, vielleicht so, wie wenn eine Frucht von einem Baum ins weiche Gras fällt. Und ich selbst, sohn er ratlos, könnte mir morgen früh eine Browning kaufen und eine Kugel in meine linke Schläfe senden.« Dann tönten die drei Schläge, der Vorhang ging hoch. Seena trat an die Rampe. Er hielt eine kleine Ansprache, erklärte, indem er sich im Besonderen zu den Herren der Presse neigte, die in den vordersten Reihen des Parketts saßen, dass er, sei tat, zuerst hypnotisieren würde, dass er sich dann das Gesicht dem Publikum zugewandt in einem Fauteuil an die Rampe setzen wolle, worauf ihm irgendeine Gruppe der Zuschauer, im Besonderen vielleicht der Journalisten, er verbeugte sich bei diesen Worten leise, die beliebige Reihenfolge der Experimente kundtun sollte, worauf er, seita, diese Experimente genau in der gewünschten Form und Reihenfolge ausführen lassen werde, und zwar nicht durch eine Benachrichtigung mit äußeren Zeichen, sondern durch die direkte Übertragung der Gedanken von Gehirn zu Gehirn. Er hatte geendet. Ein Diener kam und stellte ihm den Stuhl an die Rampe. Das Orchester spielte einen Marsch, in dem die Journalisten diskutierten und sich Notizen machten. Sena stand wartend und etwas gebückt da. Es war, als ob er noch kleiner, zwerghafter geworden wäre. Still und schwermütig dachte er, der, den sie liebt, ist im Saal, und ich werde vielleicht sie vor seinen Augen töten. Das kam ihm gar nicht wie eine Rache vor, eher wie ein Schutz für sich, für Seita. Gleich einem sanften Rausch erfasste ihn der Gedanke. Jetzt brach die Musik ab. Die Journalisten gaben ein Zeichen, dass die gestellte Aufgabe in einer Envelope verschlossen bereit wäre. Sena winkte Seita. Sie trat mitten auf die Szene. Zärtlich faßte er sie an der Hand und gab dem Orchester ein Zeichen. Ein leises, melancholisches Stück setzte ein. Seita ließ ihre Arme schlaff am Körper niederhängen. Sena hob die rechte Hand und legte sie ihr in den Nacken. Mit der linken streifte er ihr über das Gesicht. Sie war in Hypnose. Das Orchester verstummte. Sena setzte sich in den Stuhl, ließ sich das Kuvert heraufreichen, riss es auf und überflog das Programm. Wieder setzte die Musik ein. Und jetzt begann Seita zu schreiten. Langsam, oft zögernd, als ob ihr Geist während einer Sekunde auf Nahrung wartete. Dann nahm sie ein Buch von einem Tisch, legte es auf das Tabourett in der Ecke, ging den Weg zurück, kehrte wieder, nahm dasselbe Buch und legte es unter Senas Fauteuil. Die Journalisten klatschten. Ihr Traum ging weiter. Sie nahm jetzt die kleinste der drei langen Nadeln und stach sie sich in den linken Arm. Zweimal. Es floss kein Blut. Sena lag in den Fauteuil gekauert. Sein Gesicht war in der Anstrengung des Willensaktes krampfhaft zusammengezogen. Mit furchtbarer Gewalt lenkte er sie Schritt um Schritt. Jetzt kam das mit den Messern. Sena schloss die Augen. Im Parkett war es totenstill. Nun nahm sie den Anlauf, sprang wie zu einem Stab gestreckt durch den Ring an den haarscharfen Schneiden vorbei. Ein dumpfer Ton erklang. Es war der erste Laut, den Sena von ihr hörte. Ein Sturm brach los, wie Feuer lote die Begeisterung durch die Menge. Sena öffnete wieder die Lieder. Er starrte in den Zuschauerraum wie in ein dunkles Loch. Seitlich im Orchester blinkten die Blechinstrumente der Bläser. Jetzt kam die Minute, die ihm jedes Mal so lang wie eine Stunde erschien, da er und die Menge vor ihm in der Erwartung und dem Entsetzen atemlos wie zu Knollen geballt dasaßen. Saita kletterte schon an der Stange. Man hörte das Rohr leise knistern. Jetzt war sie oben, faßte mit den Händen den Ring, legte das Knie in den Bügel und richtete sich auf. Stand frei wie eine Statue mit der träumerischen Sicherheit der Noctambule. Im Saal hörte man keinen Atemzug. Nur aus der Bar tönten ein paar Seitenklänge herüber. Aber die Journalisten hatten noch mehr gewollt. Saita kletterte zur Hälfte nieder, kletterte wieder hoch, stand wieder frei, regungslos. Sena öffnete plötzlich die Augen weit. Im Parkett, direkt vor ihm, war ein Herr aufgestanden. Er hielt die Hände in die Luft, als müsste er sie jetzt auffangen, als wäre es vor dem Himmel und der Erde nicht möglich, dass sie länger so stünde. Sena durchbebte es. Das ist er. Und in diesem Moment ließ sein Wille sie los. Er riß den Mund auf wie zu einem Schrei. Er wartete auf den Fall. ein, zwei, drei Sekunden lang. Aber Saita stand ruhig wie zuvor. Es ist noch eine andere Kraft, die sie hält, durchschauerte es ihn. Er beugte sich, seine Hände krallten sich in seine Knie. Er wollte irrsinnig werden in seiner Ohnmacht. Im Publikum wogte es, bebte es, als ob es den Atem nicht mehr länger halten könnte. Sena fror in seiner Angst. Er wollte sich umdrehen. Sie muss herunter, Kopf über, Kopf über, durchzuckte es ihn. Und jetzt hörte er einen Ton wie das Knacken einer Nuss. Ein Schrei stieg vor ihm aus der Dunkelheit auf, wie das Heulen eines gepeitschten, gefolterten Tieres. Sena sprang auf. Saita lag da mit zerschmettertem Kopf. Blut floss ihr aus dem Gehirn. Er kniete nieder, hob seine Hände, als ob er sie beschützen müsste, und sein braunes, gefaltetes, altes Gesicht weinte lange, unaufhörlich. Es war kein Mensch unter Tausenden, der nicht an seinen Schmerz glaubte. So stark floß seine Qual in alle Herzen ein. Niemand ahnte, daß da ein Mord geschehen war. Ende von Varieté gelesen von Hokus Pokus Die Pflanzen des Dr. Cinderella von Gustav Meyrink Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siehst du, dort die kleine schwarze Bronze zwischen den Leuchtern ist die Ursache aller meiner sonderbaren Erlebnisse in den letzten Jahren. Wie Kettenglieder hängen diese gespenstischen Beunruhigungen, die mir die Lebenskraft aussaugen, zusammen, und verfolge ich die Kette zurück in die Vergangenheit, immer ist der Ausgangspunkt derselbe, die Bronze. Lüge ich mir auch andere Ursachen vor, immer wieder taucht sie auf wie der Meilenstein am Wege. Und wohin dieser Weg führen mag, ob zum Licht der Erkenntnis, ob weiter zu immer wachsendem Entsetzen, ich will es nicht wissen und mich nur an die kurzen Rasttage klammern, die mir mein Verhängnis freilässt bis zur nächsten Erschütterung. In Theben habe ich sie aus dem Wüstensand gegraben, die Statuette, so ganz zufällig mit dem Stock, und von dem ersten Augenblick an, wo ich sie genauer betrachtete, war ich von der krankhaften Neugier befallen, zu ergründen, was sie denn eigentlich bedeutet. Ich bin doch sonst nie so wissensdurstig gewesen. Anfangs fragte ich alle möglichen Forscher, aber ohne Erfolg. Nur ein alter arabischer Sammler schien zu ahnen, um was es sich handle. Die Nachbildung einer ägyptischen Hieroglyphe, meinte er, und die sonderbare Armstellung der Figur müsse irgendeinen unbekannten, ekstatischen Zustand bedeuten. Ich nahm die Bronze mit nach Europa, und fast kein Abend verging, an dem ich mich nicht sinnend über ihre geheimnisvolle Bedeutung in die seltsamsten Gedankengänge verloren hätte. Ein unheimliches Gefühl überkam mich oft dabei. Ich grüble da an etwas Giftigem, Bösartigem, das sich mit hämischem Behagen von mir aus dem Banne der Leblosigkeit losschälen lässt, um sich später wie eine unheilbare Krankheit an mir festzusaugen und der dunkle Tyrann meines Lebens zu bleiben. Und eines Tages, bei einer ganz nebensächlichen Handlung schoß mir der Gedanke, der mir das Rätsel löste mit solcher Wucht und so unerwartet durch den Kopf, daß ich zusammenfuhr. Solch blitzartige Einfälle sind wie Meteorsteine in unserem Innenleben. Wir kennen nicht ihr woher, wir sehen nur ihr Weißglühen und ihren Fall. Fast ist es wie ein Furchtgefühl, dann ein leises So-So, als sei jemand Fremdes. Was wollte ich doch nur sagen? Verzeih, ich werde manchmal so seltsam Geistesabwesen, seitdem ich mein linkes Bein gelähmt nachziehen muss. Ja, also die Antwort auf meinen Grübeln lag plötzlich nackt vor mir. Nachahmen! Und als hätte dieses Wort eine Wand eingedrückt, so schossen die Sturzwellen der Erkenntnis in mir auf, daß das allein der Schlüssel ist zu allen Rätseln unseres Daseins. Ein heimliches, automatisches Nachahmen, ein unbewusstes, rastloses, der verborgene Lenker aller Wesen, ein allmächtiger, geheimnisvoller Lenker, ein Lotse mit einer Maske vor dem Gesicht, der schweigend beim Morgengrauen das Schiff des Lebens betritt, der aus jenen Abgründen stammt, dahin unsere Seele wandern mag, wenn der Tiefschlaf die Tore des Tages verschlossen. Und vielleicht steht tief dort unten in den Schluchten des körperlichen Seins das Erzbild eines Dämons errichtet, der da will, daß wir ihm gleich seien und sein Ebenbild werden. Und dieses Wort Nachahmen, dieser kurze Zuruf von irgendwoher, wurde mir ein Weg, den ich augenblicklich betrat. Ich stellte mich hin, hob beide Arme über den Kopf so wie die Statue und senkte die Finger, bis ich mit den Nägeln meinen Scheitel berührte. Doch nichts geschah, keine Veränderung innen und außen. Um keinen Fehler in der Stellung zu machen, sah ich die Figur genauer an und bemerkte, daß ihre Augen geschlossen und wie schlafend waren. Da wußte ich genug, brach die Übung ab und wartete, bis es Nacht wurde, stellte dann die tickende Uhr ab und legte mich nieder, die Arm- und Handstellung wiederholend. Einige Minuten verstrichen so, aber ich kann nicht glauben, daß ich eingeschlafen wäre. Plötzlich war mir, als käme ein hallendes Geräusch aus meinem Inneren empor, wie wenn ein großer Stein in die Tiefe rollt. Und als ob mein Bewusstsein ihm nach eine ungeheure Treppe hinabfiele, zwei, vier, acht immer mehr und mehr Stufen überspringend, so verfiel ruckweise meine Erinnerung an das Leben und das Gespenst des Scheintodes legte sich über mich. Was dann eintrat, das werde ich nicht sagen. Das sagt keiner. Wo lacht man darüber, daß die Ägypter und Chaldea ein magisches Geheimnis gehabt haben sollen, behütet von Ureusschlangen, das unter tausenden Eingeweihter auch nicht ein einziger je verraten hätte. Es gibt keine Eide, meinen wir, die so fest binden. Auch ich dachte einst so, in jenem Augenblick aber begriff ich alles. Es ist kein Vorkommnis aus menschlicher Erfahrung, in dem die Wahrnehmungen hintereinander liegen, und kein Eid bindet die Zunge, nur der bloße Gedanke einer Andeutung dieser Dinge hier, hier im Diesseits, und schon zielen die Vipern des Lebens nach deinem Herzen. Darum wird das große Geheimnis verschwiegen, weil es sich selbst verschweigt, und wird ein Geheimnis bleiben, solange die Welt besteht. Aber all das hängt nur nebensächlich zusammen mit dem versengenden Schlag, von dem ich nie mehr gesunden kann. Auch das äußere Schicksal eines Menschen gerät in andere Bahnen, durchbricht sein Bewusstsein nur einen Augenblick die Schranken irdischer Erkenntnis. Eine Tatsache, für die ich ein lebendes Beispiel bin. Seit jener Nacht, in der ich aus meinem Körper trat, ich kann es kaum anders nennen, hat sich die Flugbahn meines Lebens verändert, und mein früher so gemächliches Dasein kreist jetzt von einem rätselhaften, grauenerregenden Erlebnis zum Anderen, irgendeinem dunklen, unbekannten Ziel zu. Es ist, als ob eine teuflische Hand mir in immer kürzer werdenden Pausen immer weniger Erholung zumisst und Schrecken Bilder in den Lebensweg schiebt, die von Fall zu Fall an Furchtbarkeit wachsen, wie um eine neue, unbekannte Art Wahnsinn in mir zu erzeugen, langsam und mit äußerster Vorsicht, eine Wahnsinnsform, die kein Außenstehender merken und ahnen kann und deren sich nur ein von ihr Befallener in namenlosen Qualen bewusst ist. In den nächsten Tagen schon nach jenem Versuch mit der Hieroglyphe traten Wahrnehmungen bei mir auf, die ich anfangs für Sinnestäuschungen hielt. Seltsam sausende und schrillende Nebentöne hörte ich den Lärm des Alltags durchqueren, sah schimmernde Farben, die ich nie gekannt. Rätselhafte Wesen tauchten vor mir auf, ungehört und ungefühlt von den Menschen und vollführten in schemenhaftem Dämmer unbegreifliche und planlose Handlungen. So konnten sie ihre Form ändern und plötzlich wie tot darliegen, glitschten dann wieder wie lange Schleimseile an den Regenrinnen herab und hockten wie ermattet in blödsinniger Stumpfheit in dunklen Hausfluren. Dieser Zustand von Überwachsein bei mir hält nicht an, er wächst und schwindet wie der Mond. Der stetige Verfall jedoch des Interesses an der Menschheit, deren Wünschen und Hoffen nur noch wie aus weiter Ferne zu mir dringt, sagt mir, dass meine Seele beständig auf einer dunklen Reise ist, fort, weit fort vom Menschentum. Anfangs ließ ich mich von den flüsternden Ahnungen leiden, die mich erfüllten. Jetzt bin ich wie ein angeschirrtes Pferd und muss die Wege gehen, auf die es mich zwingt. Und siehst du, eines Nachts da riß es mich wieder auf und trieb mich planlos durch die stillen Gassen der Kleinseite zu gehen, um des fantastischen Eindruckswillen, den die altertümlichen Häuser erzeugen. Es ist unheimlich in diesem Stadtviertel wie nirgends auf der Welt. Nie ist helle und nie ganz Nacht. Irgendein matter, trüber Schein kommt von irgendwo, wie phosphorisierender Dunst sickert es vom Ratschien auf die Dächer herab. Man biegt in eine Gasse und sieht nur totes Dunkel. Da sticht aus einer Fensterritze ein gespenstischer Lichtstrahl plötzlich wie eine lange boshafte Nadel einem in die Pupille. Aus dem Nebel taucht ein Haus mit abgebrochenen Schultern und zurückweichender Stirn und glotzt besinnungslos aus leeren Dachluken zum Nachthimmel auf wie ein verendendes Tier. Daneben eines reckt sich, gierig mit glimmernden Fenstern auf den Grund des Brunnens da unten zu schielen, ob das Kind des Goldschmiedes noch darinnen, das vor hundert Jahren ertrank. Und geht man weiter über die buckligen Pflastersteine und sieht sich plötzlich um, da möchte man wetten, es habe einem ein wahnsinniges fahles Gesicht aus der Ecke nach gestarrt, nicht in Schulterhöhe, nein, ganz tief unten, wo nur große Hunde die Köpfe haben könnten. Kein Mensch ging auf den Straßen, Totenstille, die uralten Haustore bissen schweigend ihre Lippen zusammen. Ich bog in die Thunsche Gasse, wo das Palais der Gräfin Morzin steht. Da kauerte im Dunst ein schmales Haus, nur zwei Fenster breit, ein hektisches, bösartiges Gebäude. Dort hielt es mich fest und ich fühlte den gewissen überwachen Zustand kommen. In solchen Fällen handle ich blitzschnell wie unter fremdem Willen und weiß kaum, was mir die nächste Sekunde befiehlt. So drückte ich hier gegen die nur angelehnte Türe und schritt durch einen Gang eine Treppe in den Keller hinab, als ob ich in das Haus gehöre. Unten ließ der unsichtbare Zügel, der mich führt, wie ein unfreies Tier wieder nach und ich stand da in der Finsternis mit dem quälenden Bewusstsein einer Handlung vollbracht ohne Zweck. Warum war ich hinuntergegangen? Warum hatte ich nicht einmal den Gedanken gefasst, solch sinnlosen Einfällen Halt zu gebieten? Ich war krank, offenbar krank, und ich freute mich, nichts anderes, nicht die unheimliche rätselhafte Hand im Spiele war. Doch im nächsten Moment wurde mir klar, dass ich die Türe geöffnet, das Haus betreten hatte, die Treppe hinabgestiegen war, ohne nur ein einziges Mal anzustoßen, ganz wie jemand, der Schritt und Tritt genau kennt, und meine Hoffnung war schnell zu Ende. Allmählich gewöhnten sich meine Augen an die Finsternis, und ich blickte umher. Dort auf einer Stufe der Kellertreppe saß jemand. Dass ich ihn nicht gestreift hatte im Vorübergehen. Ich sah die zusammengekrümmte Gestalt ganz verschwommen im Dunkel. Einen schwarzen Bart über einer entblößten Brust. Auch die Arme waren nackt. Nur die Beine schienen in Hosen oder einem Tuch zu stecken. Die Hände hatten etwas Schreckhaftes in ihrer Lage. Sie waren so merkwürdig abgebogen, fast rechtwinklig zu den Gelenken. Lange starrte ich den Mann an. Er war so leichenhaft unbeweglich, daß mir war, als hätten sich seine Umrisse in den dunklen Hintergrund eingefressen und als müssten sie so bleiben bis zum Verfall des Hauses. Mir wurde kalt vor Grauen und ich schlich den Gang weiter, seiner Krümmung entlang. Einmal faßte ich nach der Mauer und griff dabei in ein splittriges Holzgitter, wie man es verwendet, um Schlingpflanzen zu ziehen. Es schienen auch solche in großer Menge daran zu wachsen, denn ich blieb fast hängen in einem Netz stengelartigen Gerangs. Das Unbegreifliche war nur, dass sich diese Pflanzen oder was es sonst sein mochte, blutwarm und strotzend anfühlten und überhaupt einen ganz animalischen Eindruck auf den Tastsinn machten. Ich griff noch einmal hin, um erschreckt zurückzufahren. Ich hatte diesmal einen kugeligen, nussgroßen Gegenstand berührt, der sich kalt anfühlte und sofort wegschnellte. War es ein Käfer? In diesem Moment flackerte ein Licht irgendwo auf und erhellte eine Sekunde lang die Wand vor mir. Was ich je an Furcht und Grauen empfunden, war nichts gegen diesen Augenblick. Jede Fieber meines Körpers brüllte auf in unbeschreiblichem Entsetzen. Ein stummer Schrei bei gelähmten Stimmbändern, der durch den ganzen Menschen fährt wie Eiseskälte. In einem Rankennetz blutroter Adern, aus dem wie Bären hunderte von glotzenden Augen hervorquollen, war die Mauer bis zur Decke überzogen. Das eine, in das ich soeben gegriffen, schnellte noch in zuckender Bewegung hin und her und schielte mich bösartig an. Ich fühlte, dass ich zusammenbrechen würde und stürzte zwei, drei Schritte in die Finsternis hinein. Eine Wolke von Gerüchen, die etwas feistes, humusartiges, wie von Schwämmen und Ailantus hatten, drangen mir entgegen. Meine Knie wankten und ich schlug wild um mich. Da glomm es vor mir auf wie ein kleiner, glühender Ring, der erlöschende Docht einer Öllampe, die im nächsten Augenblick noch einmal aufplackte. Ich sprang darauf zu und schraubte den Docht mit bebenden Fingern hoch, sodass ich ein kleines, russendes Flämmchen noch retten konnte. Dann mit einem Ruck drehte ich mich um, wie zum Schutz die Lampe vorstreckend. Der Raum war leer. Auf dem Tisch, auf dem die Lampe gestanden, lag ein glänzender, blitzender Gegenstand. Meine Hand fuhr danach wie nach einer Waffe. Doch war es bloß ein leichtes, raues Ding, das sich anfasste. Nichts rührte sich, und ich stöhnte erleichtert auf. Vorsichtig, die Flamme nicht zu verlöschen, leuchtete ich die Mauern entlang. Überall dieselben Holzspaliere und, wie ich jetzt deutlich sah, durchrangt von offenbar zusammengedrückten Adern, in denen Blut pulsierte. Grausig glitzerten dazwischen zahllose Augäpfel, die in Abwechslung mit scheußlichen, brombeerartigen Knollen hervorsprosten und mir langsam mit den Blicken folgten, wie ich vorbeiging. Augen aller Größe und Farben, von der klar schimmernden Iris bis zum hellblauen, toten Pferdeauge, das unbeweglich aufwärts steht. Manche, runzelig und schwarz geworden, glichen verdorrten Tollkirschen. Die Hauptstämme der Adern rankten sich aus blutgefüllten Fiolen empor, aus ihnen Kraft eines rätselhaften Prozesses ihren Saft ziehend. Ich stieß auf Schalen, gefüllt mit weißlichen Fettbrocken, aus denen Fliegenpilze mit einer glasigen Haut überzogen empor wuchsen, Pilze aus rotem Fleisch, die bei jeder Berührung zusammen zuckten. Und alles schienen Teile aus lebenden Körpern entnommen, mit unbegreiflicher Kunst zusammengefügt, ihrer menschlichen Beseelung beraubt und auf rein vegetatives Wachstum heruntergedrückt. Das Leben in ihnen war, erkannte ich deutlich, wenn ich die Augen näher beleuchtete und sah, wie sich sofort die Pupillen zusammenzogen. Wer mochte der teuflische Gärtner sein, der diese grauenhafte Zucht angelegt? Ich erinnerte mich, dass Menschen auf der Keller stiege. Instinktiv griff ich in die Tasche nach irgendeiner Waffe. Da fühlte ich den rissigen Gegenstand, den ich vorhin eingesteckt. Er glitzerte trüb und schuppig. Ein Tannenzapfen aus rosigen Menschen Nägeln. Schaudernd ließ ich ihn fallen und biß die Zähne zusammen. Nun hinaus, hinaus, und wenn der Mensch auf der Treppe aufwacht und über mich herfallen sollte. Und schon war ich bei ihm und wollte mich auf ihn stürzen. Da sah ich, dass er tot war, wachsgelb, aus den verrenkten Händen die Nägel ausgerissen. Kleine Messerschnitte an Brust und Schläfen zeigten, dass er seziert worden war. Ich wollte an ihm vorbei und habe ihn, glaube ich, mit der Hand gestreift. Im selben Augenblick schien er zwei Stufen herunter auf mich zuzurutschen und stand plötzlich aufrecht nach oben gebogen, die Hände zum Scheitel. Wie die ägyptische Hieroglyphe, dieselbe Stellung, dieselbe Stellung. Ich weiß nur noch, dass die Lampe zerschellte und dass ich die Haustür auffahf und fühlte, wie der Dämon des Starrkrampfes mein zuckendes Herz zwischen seine kalten Finger nahm. Dann machte ich mir halbwach irgendetwas klar. Der Mann müsse mit den Ellenbogen an Stricken aufgehängt gewesen sein. Nur durch Herabrutschen von den Stufen hätte sein Körper in die aufrechte Stellung geraten können. Und dann rüttelte mich jemand. Sie sollen zum Kommissär. Und ich kam in eine schlecht beleuchtete Stube. Tabakspfeifen lehnten an der Wand, ein Beamtenmantel hing an einem Ständer. Es war ein Polizeizimmer. Ein Schutzmann stützte mich. Der Kommissär saß vor einem Tisch und sah immer von mir weg. Er murmelte, haben Sie seine Nationale aufgeschrieben? Er hatte Visitenkarten bei sich, wir haben sie ihm abgenommen, hörte ich den Schutzmann antworten. Was wollten Sie in der Thunschen Gasse vor einem offenen Haustor? Lange Pause. Sie mahnte der Schutzmann und stieß mich an. Ich lallte etwas von einem Mord im Keller in der Thunschen Gasse. Darauf ging der Wachmann hinaus. Der Kommissär sah immer von mir weg und sprach einen langen Satz. Ich hörte nur, was denken Sie denn, der Dr. Cinderella ist ein großer Gelehrter, Ägyptologe und er zieht viele neuartige fleischfressende Pflanzen. Nepenten, Droserien oder so, glaube ich, ich weiß nicht, Sie sollten nachts zu Hause bleiben. Da ging eine Tür hinter mir, ich drehte mich um und dort stand ein langer Mensch mit einem Reierschnabel. Ein ägyptischer Anubis. Mir wurde schwarz vor den Augen und der Anubis machte eine Verbeugung vor dem Kommissär, ging zu ihm hin und flüsterte ihm zu Dr. Cinderella. Dr. Cinderella. Da fiel mir etwas Wichtiges aus der Vergangenheit ein, das ich sogleich wieder vergaß. Wie ich den Anubis abermals ansah, war er ein Schreiber geworden und hatte nur einen Vogel Typus und gab mir meine eigenen Visitenkarten. Darauf stand Dr. Cinderella. Der Kommissär sah mich plötzlich an und ich hörte, wie er sagte, Sie sind es ja selbst, Sie sollten nachts zu Hause bleiben. Der Schreiber führte mich hinaus und im Vorbeigehen streifte ich den Beamtenmantel an der Wand. Der fiel langsam herunter und blieb an den Ärmeln hängen. Sein Schatten an der kalkweißen Wand hob die Augen nach oben über den Kopf und ich sah, wie er unbeholfen die Stellung der ägyptischen Statuette nachahmen wollte. Siehst du, das war mein letztes Erlebnis vor drei Wochen, aber ich bin seitdem gelähmt, habe zwei verschiedene Gesichtshälften jetzt und schleppe das linke Bein nach. Das schmale hektische Haus habe ich vergeblich gesucht und auf dem Kommissariat weiß niemand etwas von jener Nacht. Ende von Die Pflanzen des Doktor Cinderella Gelesen von Hukuspokus Meine selbst erlebte wahre Geistergeschichte von Rudyard Kipling Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Diese Geschichte handelt ausschließlich von Geistern. Es gibt in Indien Geister, die die Form von dicken, kalten, klebrigen Leichnamen annehmen und sich in Bäumen nah der Straße verbergen bis ein reisender vorbeikommt. Dann fallen sie ihm auf den Hals und bleiben da. Es gibt auch furchtbare Geister von Frauen, die im Kindbett gestorben sind. Diese streichen in der Abenddämmerung die Wege entlang oder verbergen sich in den Getreidefeldern nahe den Dörfern und rufen verführerisch. Aber ihrem Ruf zu folgen bringt Tod in dieser Welt und in der nächsten. Ihre Füße sind Männer sie erkennen können. Es gibt auch Geister von kleinen Kindern, die in Brunnen geworfen worden sind. Diese halten sich an Brunnen Mauern und an den Wänden der Dschungel auf und wimmern unter den Sternen oder fassen Weiber am Handgelenk und bitten, dass man sie trage. Diese und die Leichnam Geister sind jedoch nur eingeborene Artikel und greifen Sahibs nicht an. Von keinem eingeborenen Geist ist bisher authentische Kunde geworden, der einen Engländer erschreckt hätte. Aber viele englische Geister haben schon Weiße und Schwarze die Seele heraus geängstigt. Fast jede zweite Station besitzt ihren Geist. Zwei sollen sich in Simla befinden, nicht eingerechnet das Weib, das im Dack-Bungalow von Siri an der alten Straße den Blasebalg tritt. Fußnote Ein Bungalow ist im Allgemeinen ein einstöckiges Haus von dem Typ, wie er für den Gebrauch von Europäern in Ostindien hergestellt wird. Dack-Bungalows sind Unterkunftshäuser, die an den Straßen in gewissen Abständen für die in Palankinen oder Wagen Reisenden von der Regierung angelegt wurden. Anmerkung des Übersetzers. Ende Fußnote Masuri hat ein Haus, in welchem ein sehr unruhiges Ding spukt. Eine weiße Dame soll rings um ein Haus in Laore den Nachtwächter machen. Dalhusi behauptet von einem seiner Häuser, dass darin an Herbstabenden alle Einzelheiten einer schrecklichen Pferde- und Abgrundkatastrophe wiederholt werden. Muri hat einen lustigen Geist, und nun, da es von der Cholera heimgesucht worden ist, wird es Raum für einen Traurigen haben. Es gibt Offizierswohnungen in Mian Mian deren Türen sich ohne Ursache öffnen und deren Möbel knacken, nicht von der Junihitze, sondern von dem Gewicht Unsichtbarer, die sich's in den Sesseln bequem machen. Peshawah hat Häuser, die niemand gerne mietet, und in einem großen Bungalow zu Allah Abad ist etwas, nicht das sein soll. Die alten Provinzen starren förmlich von Häusern, in denen es spukt, und gespenster Armeen marschieren durch die Hauptstraßen ihrer Städte. Einige der Dug-Bungalows an der Grand-Trunk-Straße haben bequeme kleine Friedhöfe innerhalb ihrer Umzäunungen, zeugen der Vergänglichkeit und der Zufälle dieses irdischen Lebens aus den Tagen, da man von Kalkutta nach dem Nordwesten im Wagen fuhr. Diese Bungalows sind keine einladenden Unterkunftsorte. Sie sind gewöhnlich sehr alt, immer sehr schmutzig, und der Kansamar ist so alt wie der Bungalow. Fußnote Kansamar oder Konsumar ist im Allgemeinen so viel wie Haushofmeister, in den Dack-Bungalows der meist einzige Bewirtschafter, Anmerkung des Übersetzers. Fußnote Ende. Er ergeht sich entweder in kreisenhaftem Geschwätz oder verfällt in die lange Geistesabwesenheit des Alters. In beiden Zuständen ist er nutzlos. Wenn man zornig auf ihn wird, beruft er sich auf einen Sahib, der seit dreißig Jahren tot und begraben ist, und sagt, dass, als er in den Diensten des Sahibs stand, kein Kansamar der ganzen Provinz an ihn heranreichen konnte. Dann murmelt und stammelt er und hantiert zittrig mit den Tellern und man bereut seine Auffallung. Vor nicht langer Zeit war es mein Beruf in Dackbungalos zu wohnen. Ich hielt mich nie drei aufeinander folgende Nächte in demselben Hause auf und wurde mit der Zeit ein guter Kenner der Gattung. Ich wohnte in solchen, die von der Regierung gebaut worden waren, mit roten Siegelwänden und Pfostendecken, einem Inventar der Einrichtung in jedem Zimmer angeschlagen und einer aufgeregten Kobra-Schlange als Willkommen an der Schwelle. Ich wohnte in konvertierten alten Häusern, die als Dackbungalos dienten, wo nichts sich an seinem richtigen Platze befand und man nicht einmal ein Huhn zum Essen haben konnte. Ich wohnte in baufälligen Palästen, wo der Wind durch offenes Marmor-Maßwerk ebenso ungemütlich blies wie durch eine zerbrochene Scheibe. Ich wohnte in Dackbungalos, wo die letzte Eintragung im fremden Buch 15 Monate alt war und wo man das Zicklein für das Ragout mit einem Säbel köpfte. Ich hatte das Glück, mit allen Arten von Menschen zusammen zu treffen, von bescheiden reisenden Missionaren und Deserteuren aus englischen Regimentern bis zu betrunkenen Landstreichern, die auf alle vorübergehenden Brandweinflaschen warfen, und das noch größere Glück mit knapper Not einem Paternitätsprozess zu entgehen. In Anbetracht, dass ein beträchtlicher Teil des Dramas meines Lebens sich in Dackbungalos abspielte, wundert es mich, dass ich noch keinen Geist getroffen hatte. Ein Geist, der sich freiwillig in einem Dackbungalow auffielte, wäre natürlich verrückt, aber es sind so viele Leute verrückt in Dackbungalos gestorben, dass es einen ansehnlichen Prozentsatz wahnsinniger Geister geben muss. Und endlich fand ich meinen Geist, oder eigentlich meine Geister, denn es waren ihrer zwei. Wir wollen den Bungalow den Katmal Dackbungalow nennen, aber das war das am wenigsten Schreckliche daran. Ein Mensch mit empfindlicher Haut hat kein Recht in Dackbungalows zu wohnen, er sollte heiraten. Der Katmal Dackbungalow war alt, verfallen und vernachlässigt. Der Boden war mit ausgetretenen Ziegelsteinen belegt, die Wände waren klebrig, die Fenster nahezu blind vor Schmutz. Er stand an einer Seitenstraße, die stark von eingeborenen Sub-Vize-Assistenten aller Verwaltungszweige von Finanz bis Forstwirtschaft benutzt wurde, aber wirkliche Sahibs waren selten. Der Kansamar, der in Folge hohen Alters fast zur Erde gebeugt war, sagte mir das. Als ich dort eintraf, fiel ein launenhafter, ungewisser Regen auf das Land herab, begleitet von einem ruhelosen Winde, und jeder Stoß des Letzteren brachte in den steifen Toddy-Palmen draußen ein Geräusch, gleich dem rasselnd dörrer Knochen hervor. Der Kansamar verlor über meine Ankunft vollständig den Kopf. Er hatte einmal bei einem Sahib gedient. Kenne ich den Sahib? Er nannte mir den Namen eines wohlbekannten Mannes, der seit mehr als einem Vierteljahrhundert begraben war, und zeigte mir eine alte Dagerotypie, die ihn in seiner prähistorischen Jugend darstellte. Ich hatte vor einem Monat ein Stahlstichbild des Mannes vor dem Titelblatte eines dicken Bandes Memoiren gesehen und empfand ein unsagbares Altertumsgefühl. Der Tag ging zur Neige, und der Kansamar machte sich daran, mir zu Essen zu geben. Er ließ sich nicht zu der Vorstellung herbei, das Essen Kana, menschliche Nahrung, zu nennen. Er sagte Ratub, was unter anderem Hundefutter bedeutet. Er hatte keine beleidigende Absicht bei der Wahl des Wortes. Er hatte das andere vergessen, wie ich glaube. Während er einige Tierkadaver klein schnitt, machte ich es mir bequem, nachdem ich den Dack-Bungalow durchforscht hatte. Es gab noch drei Zimmer außer dem meinigen, welches eine Ecke bildete, und sie standen durch schmutzig-weiße, mit großen, eisernen Riegeln versehene Türen miteinander in Verbindung. Der Bungalow war sehr solid gebaut, aber die Scheidewände der Zimmer waren dünn wie Papier. Jeder Schritt und jedes Zuklappen des Koffers hallte von einem Zimmer durch die anderen drei, und der Schall jedes Drittes wurde zitternd von den entfernten Wänden zurückgeworfen. Aus diesem Grunde schloss ich die Tür. Es gab keine Lampen, nur Kerzen in langen Glaszylindern. Ein Öllämpchen stand im Badezimmer. In Bezug auf niederdrückende, ungemischte Trübseligkeit war dieser Dack-Bungalow der ärgste der vielen, die ich je betreten hatte. Es war keine Feuerstelle da, und die Fenster waren nicht zu öffnen, daher wäre auch ein Kohlenbecken nicht zu verwenden gewesen. Der Regen und der Wind peitschten und gurgelten und stöhnten um das Haus, und die Toddiepalmen raschelten und knarrten. Ein halbes Dutzend Schakale durchzog singend den Hof, und eine Hyäne stand in der Entfernung und äffte ihnen nach. Eine Hyäne würde einen Sadduzeer von der Auferstehung der Toten, der bösesten Art von Toten, überzeugen. Dann kam das Ratthub, ein seltsames Gericht, halb eingeborener, halb englischer Zusammensetzung, und der alte Kansamal leilte hinter meinem Sessel von längst verstorbenen Engländern, und die Schatten der im Winde flackernden Kerzenflammen spielten Verstecken mit dem Bett und dem Moskitonetz. Es war ein Abend und eine Mahlzeit, um einen an jede Einzelne seiner vergangenen Sünden und alle, die man noch zu begehen beabsichtigte, zu erinnern. Zu schlafen war aus mehreren hundert Ursachen nicht leicht. Die Lampe im Badezimmer warf die wunderlichsten Schatten, und der Wind fing an, Unsinn zu reden. Gerade als die Ursachen vom Blutsaugen schläfrig wurden, hörte ich das Wohlbekannte auf und fort damit Grunzen von Sesselträgern draußen auf dem Hofe. Erst kam ein Tragsessel herein, dann ein zweiter, dann ein dritter. Ich hörte den dumpfen Stoß der niedergesetzten Tragsessel, und dann wurde an meiner Tür gerüttelt. Da will jemand herein, sagte ich zu mir. Aber keine Stimme wurde hörbar, und ich trachtete mich zu überreden, dass es ein Windstoß gewesen sei. Dann wurde an der Tür zu dem Zimmer nächst dem meinigen gerüttelt, und sie ging auf. Das ist irgendein Sub-Vize-Assistent, dachte ich, und er hat seine Freunde mitgebracht. Jetzt werden sie über eine Stunde lang schwätzen und spucken und rauchen. Aber ich hörte weder Stimmen noch Schritte. Niemand das Gepäck wurde im nächsten Zimmer abgesetzt. Die Tür schloss sich wieder, und ich dankte Gott, dass ich in Ruhe gelassen wurde. in die Finsternis hinaus. Es war keine Spur von Tragsesseln zu sehen. Gerade als ich im Begriff war, wieder ins Bett zu steigen, hörte ich im nächsten Zimmer den Ton, den kein vernünftiger Mensch verkennen kann, das Rollen eines Billardballes, wenn ein Spieler den ersten Stoß macht. Kein anderer Laut ähnelt ihm. Eine Minute darauf kam ein zweites Rollen, und ich legte mich ich hatte keine Angst, wirklich nicht. Ich war sehr neugierig, was aus den Tragsesseln geworden war. Aus diesem Grunde legte ich mich eiligst ins Bett. In der nächsten Minute hörte ich den Doppelklick eines Karambols und mein Haar stand zu Berge. Es ist vielleicht eine Hyperbel zu sagen, dass einem das Haar zu Berge steht. Die Kopfhaut zieht sich zusammen und man spürt ein prickelndes Stechen in allen Haarwurzeln. Das ist das zu Berge stehen des Haares. Dann kam wieder ein Rollen und ein Klicken und beide Töne konnten nur von einem Ding in der Welt her rühren, einem Billardball. Ich überlegte die Sache des Längeren hin und her und je mehr ich überlegte, desto weniger wahrscheinlich war es, dass ein Bett, ein Tisch und das ganze Mobiliar des nächsten Zimmers so genau die Geräusche eines Billardspiels wiedergeben konnten. Nach einem neuen Karambol, einem Triplet dem Laufen des Balles nach, überlegte ich nicht mehr. Ich hatte meinen Geist gefunden und hätte Welten darum gegeben, weit weg von dem Duck-Bungalow zu sein. Ich horchte und mit jedem Mal horchen wurde das Spiel deutlicher. Es folgte Lauf auf Lauf und Klick auf Klick, manchmal kam ein Doppelklick und ein Lauf und wieder ein Klick. Es war kein Zweifel möglich, im nächsten Zimmer wurde Billard gespielt. Und das nächste Zimmer hatte nicht Raum genug für einen Billardtisch. In den Pausen des Windes hörte ich das Spiel weitergehen, Stoß auf Stoß. Ich trachtete mir einzureden, dass ich keine Stimmen hörte, aber es gelang mir nicht. Weiß der Leser, was Furcht ist? Nicht gewöhnliche Furcht vor Beschimpfung, Schlag oder Tod, sondern sinnlose zitternde Angst vor etwas, das man nicht sieht? Eine Furcht, die den Gaumen und die Kehle austrocknet. Eine Furcht, die einem den Schweiß aus den Handflächen treibt und einen zu krampfhaftem Schlucken zwingt. Das ist eine besondere Art von Furcht, eine große Feigheit, die man gefühlt haben muss, um sie zu verstehen. Gerade die Unwahrscheinlichkeit von Billardtischen in einem Duck-Bungalow bewies die Wirklichkeit der Sache. Kein Mensch, nüchtern oder betrunken, konnte sich ein Billardspiel einbilden oder das unnachahmliche Geräusch eines Tiefstoß Karambols erfinden. Eine lange Folge von Duck-Bungalows hatte den Nachteil, dass sie eine unendliche Gläubigkeit hervorrufen. Wenn jemand zu einem altgewohnten Duck-Bungalow Besucher sagte, im nächsten Zimmer liegt ein Leichnam und ein wahnsinniges Mädchen ist im Zimmer neben diesem und der Mann und das Weib auf jenem Kamel sind eben erst von einem sechzig Meilen entfernten Orte durchgegangen, so würde der Hörer keine Zweifel in seine Worte setzen, weil nichts zu wild, grotesk oder grauenhaft ist, um in einem Duck-Bungalow zu geschehen. Diese Gläubigkeit erstreckt sich unglücklicherweise auf Geister. Ein vernünftiger, eben erst aus seinem Hause kommender Mensch würde sich auf die Seite gelegt haben und wieder eingeschlafen sein. Ich tat das nicht. So sicher ich von den wimmelnden Dingern im Bette als trockener Leichnam aufgegeben wurde, weil die überwiegende Menge meines Blutes in meinem Herzen war, so sicher hörte ich jeden Stoß eines langen Billardspiels, das in dem hallenden Zimmer hinter der verriegelten Tür gespielt wurde. Meine größte Furcht war, dass die Spieler vielleicht eines Markörs bedürfen würden. Es war eine dumme Furcht. Den Wesen, die im Finstern spielen konnten, waren wohl über derlei kleine Behelfe erhaben. Ich weiß nur, dass ich davor eine Todesangst hatte, und die war sehr wirklich. Nach langer, langer Dauer hörte das Spiel auf, und die Tür schlug zu. Ich schlief ein, weil ich todmüde war. Sonst hätte ich es vorgezogen, wach zu bleiben. Nicht um ganz Asien hätte ich den Türriegel zurückgeschoben und in die Finsternis des nächsten Zimmers geschaut. Als der Morgen kam, fand ich, dass ich wohl und weise getan hatte, und erkundigte mich nach Weiterbeförderungsmitteln. Nebenbei, Kansama, sagte ich, was hatten die drei Tragsessel gestern nach dem Hof zu tun? Es waren keine Tragsessel da, sagte der Kansama. Ich ging ins Nebenzimmer, und das Tageslicht strömte durch die offene Tür herein. Ich war ungemein mutig. Ich hätte um diese Stunde Blackpool selbst mit dem Herrn des großen schwarzen Pfuhls da drunten gespielt. War dieses Haus immer ein Dack-Bungalow? fragte ich. Nein, sagte der Kansama. Vor zehn oder zwanzig Jahren, ich habe vergessen, wie lange es her ist, war es ein Billardzimmer. Ein was? Ein Billardzimmer für die Sahibs, die die Eisenbahn bauten. Ich war damals Kansama in dem großen Hause, wo alle die Eisenbahn-Sahibs wohnten, und ich brachte ihnen immer Brandyschrab herüber. Diese drei Zimmer waren damals eines, und darin stand ein großer Tisch, auf welchem die Sahibs jeden Abend spielten, aber die Sahibs sind nun alle tot, und die Eisenbahn geht, wie sie sagen, fast bis nach Kabul. Wissen sie noch etwas von den Sahibs? Es ist lange her, aber ich erinnere mich, dass ein Sahib, ein dicker Mann und immer zornig, eines Abends hier spielte, und er sagte zu mir, Mangal Khan, Brandy Panidou, und ich füllte das Glas, und er beugte sich über den Tisch, um mitzuspielen, aber sein Kopf sank tiefer und tiefer, bis er auf den Tisch schlug, und seine Augengläser fielen herunter, und als wir, die Sahibs und ich herbeispringen, um ihn aufzuheben, war er tot. Ich half ihn hinaustragen. Ah, er war ein starker Sahib, aber er ist tot, und ich, der alte Mangal Khan, lebe immer noch mit ihrer gnädigen Erlaubnis. Das war mehr als genug. Ich hatte meinen Geist, einen erstklassigen, beglaubigten Geist. Ich wollte der Gesellschaft für psychologische Forschung schreiben, ich wollte das ganze Reich mit meiner Entdeckung in starres Staunen versetzen, aber ich wollte vor allem anderen achtzig Meilen wohlbesteuerten Ackerlandes zwischen mich und den Dack-Bungalow bringen, ehe die Nacht kam. Die Gesellschaft konnte dann ihren Vertreter hersenden und weitere Nachforschungen anstellen. Ich ging in mein Zimmer, um zu packen, nachdem ich mir die Einzelheiten des Falles notiert hatte. Während ich rauchend da saß, hörte ich das Spiel wieder beginnen. Mit einem Fehlstoß diesmal, denn das Rollen war nur kurz. Die Tür war offen, und ich konnte in das Zimmer hineinsehen. Klick, klack, das war ein Karambol. Ich betrat das Zimmer ohne Furcht, denn es war sonnenhell darinnen und ein frischer Wind wehte. Das unsichtbare Spiel ging mit enormer Schnelligkeit weiter. Und das war kein Wunder, da eine ruhelose kleine Ratte innerhalb des über der Zimmerdecke gespannten Tuches hin und her rannte und ein lockeres Stück Fensterrahmen vom Wind gegen den Riegel geschlagen wurde. Unmöglich das Anschlagen der Billardbälle zu verkennen, unmöglich das Laufen eines Balles über das Tuch zu verkennen. Aber ich war zu entschuldigen. Selbst wenn ich meine nun geöffneten Augen Schloss war das Geräusch erstaunlich gleich dem eines lebhaften Billardspieles. Herein trat aufgebracht der neue Gefährte meiner Leiden, Kadir Baksch. Dieser Bungalow ist sehr schlecht und gemein. Kein Wunder, dass seine Gnaden gestört wurde und empört ist. Drei Trupps von Sesselträgern kamen diese Nacht zu dem Bungalow, als ich draußen schlief und sagten, dass es ihre Gewohnheit sei, in den Zimmern zu rasten, die für die Engländer bestimmt sind. Wo ist die Ehre des Kansamah? Sie versuchten hereinzukommen, aber ich sagte ihnen, sie sollten fortgehen. Kein Wunder, wenn diese Uriasse da gewesen sind, dass seine Gnaden übler Laune sind. Es ist eine Schande und das Tun eines schmutzigen Menschen. Kabir Baksch erzählte nicht, dass er sich von jenem Trupp zwei Annas als Miete hatte vorauszahlen lassen und die Leute dann, außerhalb meiner Hörweite, mit dem großen grünen Schirm geprügelt hatte, dessen Verwendung mir bis dahin ein Rätsel gewesen war. Aber Kabir Baksch hatte keine Moralbegriffe. Der Kansamah wurde zur Rede gestellt, aber da er augenscheinlich den Kopf verlor, wich der Zorn dem Mitleid und das Mitleid führte zu einem längeren Gespräch, im Laufe dessen er des dicken Eisenbahn Sahibs tragischen Tod nach drei verschiedenen Stationen verlegte, zwei davon 50 Meilen entfernt. Die dritte Verlegung geschah nach Kalkutta und hier starb der Sahib, während er im Kutschierwagen ausfuhr. Ich ging nicht so schnell fort, als ich beabsichtigt hatte. Ich blieb noch eine Nacht, während welcher der Wind und die Ratte und der Fenster Rahmen und der Riegel eine Hals-über-Kopf-Partie auf 150 spielten. Dann legte sich der Wind und das Billardspiel hörte auf. Und ich fühlte, dass ich meine einzige echte Geistergeschichte ruiniert hatte. Hätte ich nur zur richtigen Zeit aufgehört nachzuforschen, so hätte ich alles daraus machen können. Das war der bitterste Gedanke von allen. Ende von meine selbst erlebte wahre Geistergeschichte Gelesen von Hokuspokus Ein moderner Geist von Frédéric Boutet Übersetzt von Hans-Heinz Evers Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Es war 10 Uhr Abends Anatole vor dem verrufenen Haus ankam, in dem es spuken sollte. Er war ein tapferer junger Mann und ganz darauf vorbereitet, den größten Gefahren zu begegnen und das außerordentlichste Abenteuer zu bestehen. Dank den ihm gemachten Beschreibungen erkannte er das Haus ohne Mühe. Es lag in einer kleinen verödeten Straße und war von einem Garten umgeben, dessen hohe Mauern es von den Nachbarhäusern isolierten. Vor der Tür war eine Tafel angebracht, auf der mit großen Buchstaben die Worte »zu vermieten« geschrieben standen. Es schien jedoch, als ob keiner geneigt wäre, von dieser Mitteilung Gebrauch zu machen. »Hier ist es«, sagte Anatole, der ein wenig aufgeregt zu sein schien und alles mit scharfem Blick geprüfte. »Hier ist es. Ich werde mir nichts vorschwindeln lassen.« Er hatte einen Schlüssel zu der über der Freitreppe befindlichen Tür. Er öffnete und betrat den großen Hausflur, auf dem er sich beim Lichte eines Wachsstreichhölschens behutsam zu einer Steintreppe vorwärts tastete. »Es soll in dem großen rechtsgelegenen Raum der ersten Etage sein«, murmelte er, während er behutsam die Treppe hinaufschritt. »Dort ist, wie es scheint, der Ort ihres Stelldicheins. Gehen wir also dorthin? Sie irren gewaltig, wenn sie denken, uns mit ihren Taschenspieler und Gauklerstücken Angst machen zu können.« Er hatte die erste Etage erreicht und bemühte sich, beim letzten verglimmenden Scheine seines Wachslichtchens die kupferne Klinke einer rechtsbefindlichen Tür niederzudrücken. »Herein«, rief ihm da plötzlich aus dem Innern des Zimmers eine freundliche Stimme entgegen. »Halt! Da ist jemand!«, murmelte Anatol ganz erstaunt und öffnete die Tür. Das große, höchst behaglich eingerichtete Zimmer wurde durch den hellen Schein eines in einem großen Kamin brennenden Feuers sowie sowie durch Licht zweier auf dem Tisch stehende Armleuchter freundlich erhellt. Auf dem mitten im Zimmer stehenden Tisch waren Likörflaschen und Gläser aufgestellt, während ein alter, sehr gut gekleideter Herr mit kalem Kopf bequem in einem grünen Sessel ruhte und sich die Füße am Feuer wärmte. Er hielt ein auseinandergefaltetes Zeitungsblatt in den Händen und blickte über seine Brille wegsehend anatolfreundlich entgegen. Neben ihm auf dem Stuhle stand ein hoher Hut, in dem ein Seidentuch und Handschuhe steckten. Daneben lag ein Stock mit silbernem Knopf. Sein Überzieher hing über der Lehne des Stuhles. Der alte Herr rauchte eine Zigarre und blickte den etwas verlegen eintretenden jungen Mann lächelnd an. So kommen Sie zu Anatol Halt erkennt mich Wer mag das wohl sein dachte dieser ein wenig verwirrt näher tretend Setzen Sie sich doch bitte sagte der alte Herr Danke und Anatol nahm auf dem anderen vor dem Tisch stehenden Sessel Platz der seiner zu Harren schien Entschuldigen Sie wenn ich Sie störe fuhr er fort Ich wußte nicht in der Tat man erzählt sich Sie haben doch auch ganz gewiss gehört dass es in diesem Haus spukt da es meinem Freund Pond gehört Sie kennen Herrn Pond Sehr gut sagte der alte Herr sehr gut aber nehmen Sie doch ein Gläschen Kognak Dann sagte Anatol wundert es mich nur dass ich Sie niemals dort getroffen habe Nein danke ich nehme keinen Zucker in den Kognak Und wie kommen Sie hierher Eine Zigarre bot der alte Herr freundlich an und schob Anatol das Kistchen zu Sehr gern Nicht wahr ich sagte Ihnen schon dass ich hierher gekommen bin weil man mir erzählt hat es Spuke in diesem Hause Pond hat es mir übrigens nicht mitgeteilt dass wir die Nacht zu Zweien verbringen würden Ich bin übrigens sehr erfreut darüber fügte er hinzu sein Glas lehrend und sogleich wieder füllend denn der Kognak war vorzüglich und Anatol war geistigen Getränken durchaus nicht abholt Haben Sie mich vielleicht hier erwartet Ja sagte der andere Nun ich finde dass Pond mich davon hätte unterrichten können meinte Anatol eine Zigarre ansteckend Wirklich das finde ich Aber das hat er doch getan sagte der alte Herr ruhig So nun jedenfalls habe ich keine Botschaft von ihm erhalten und das ist eigentlich etwas peinlich für mich denn ich komme mir hier beinahe wie ein Eindringling vor aber keinesweges ganz gewiss nicht und der alte Herr lächelte noch liebenswürdiger als vorher doch ganz gewiss erklärte Anatol würdevoll es ist peinlich wenn man einander nicht kennt er machte eine kleine Pause in der Hoffnung dass der andere sich nun vorstellen würde dieses geschah jedoch nicht und Anatol lehrte um seine Verlegenheit zu verdecken sein Glas und füllte es wieder ausgezeichnet sagte er ganz ausgezeichnet aber aber da wir uns beide zum zwecke einer wissenschaftlichen untersuchung hier zusammengefunden haben erlauben sie mir sie zu fragen was sie denn über die gespenster geschichten denken die man über dieses haus erzählt man hat mir besonders von dem spukhaften erscheinen eines alten dummkopfes eines früheren mieters zu berichten gewusst ganz gewiss ist dass dies haus sehr im verrufe steht und sich daher nicht vermieten die es versucht haben eine Nacht darin zu verbringen wie das jetzt unser vorhaben ist es nicht zum zweiten male gewagt haben aber was ist der grund für dieses gerede weshalb spukt es in diesem hause und was für ein geist geht darin um ich sagte ruhig der alte herr anatol über seine brillengläser weg ansehend sie rief an antol bestürzt sie scherzen wohl nein sagte der alte herr das ist kein scherz das ist die wahrheit ich bin es den sie eben erst den geist eines alten dummkopfes und früheren mieters genannt haben teufel teufel auch murmelte anatol in sein glas sehend nein sagte der alte herr wieso nein fragte anatol nein ich bin nicht der teufel ich bin ein gespenst wenn sie so wollen ein phantom ein schatten ein bin nicht der teufel das das gefällt mir nicht gestand anatol beunruhigt außerdem verstehe ich nicht er nahm abermals seine zuflucht zu einem gläschen konjak sie werden bald genug verstehen sagte das gespenst herablassend ich habe vor etwa 15 jahren als ich noch sehr lebendig war dies kleine haus gemietet und elf jahre darin gewohnt vor vier jahren bin ich gestorben da bin ich natürlich in eine andere welt eingetreten in der ich jedoch aus persönlichen gründen nicht dauernd bleiben konnte ich bin deshalb hierhin zurück gekehrt um aber hier in ruhe bleiben zu können bin ich gezwungen gewesen den leuten die es sich einfallen ließen hier wohnen zu wollen angst einzujagen ich ich verstehe sagte Anatole das wundert mich nicht sagte der Geist da sie wirklich sehr intelligent sind und das ist auch der Grund weshalb ich geglaubt habe sie freundschaftlich und ohne Umstände empfangen zu können und dass ich es mir ihnen gegenüber sparen könnte mit Ketten zu klären und Feuerzauber wirken zu lassen mit dem man alte Weiber in Schrecken versetzt sie trinken aber gar nicht doch sagte Anatole sein Glas mit einer Mischung von Kirsch und Chartreus füllend aber verzeihen sie die Frage sie sagten sie hätten in der anderen Welt nicht bleiben können aber weshalb konnten sie dies nicht ich glaube schon bemerkt zu haben dass dies eine persönliche Angelegenheit gewesen bemerkte der Geist zurückhaltend dennoch will ich ihnen als Ehrenmann unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitteilen was Bewandtnis hat ich starb also nicht war und man gab mir da natürlich eine Eintrittskarte für das Paradies denn ich bin mein ganzes Leben lang ein gerechter und tugendhafter Mann von reinen Sitten gewesen der sich treulich der Witwen und Waisen angenommen hat so kam ich also in das Paradies und und fragte Anatole sein Gegenüber mit Augen anstarrend die infolge des reichlich genossenen Alkohols sich mit Tränen zu füllen begannen und sagte der liebenswürdige Greis lächelnd ich fand sehr bald dass ich es im Paradies einfach nicht aushalten konnte es wurde da immerfort musiziert verstehen sie wohl es gab Musik vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis zum Morgen Musik bei Tag und bei Nacht und alle Zeit ohne Gnade und Barmherzigkeit dabei immer nur klassische Musik wenn man wenigstens mal eine Oper gehört hätte ach die schlechteste Oper mit den minderwertigsten Sängern die meinetwegen auch noch falsch gesungen hätten es wäre doch mal eine Abwechslung gewesen dazu dann erst das Publikum es gab nur streng tugendhafte Leute da deren Ehrbarkeit so intakt war dass man davor hätte fliehen mögen gleich viel wohin ich habe mich da meines eigenen tugendhaften Lebenswandels schämen gelernt ich habe es ertragen so gut ich konnte vier monate und acht tage lang dann ging es nicht mehr und ich habe fersengeld gegeben als Sankt Petrus mir die himmels pforte aufschloss da habe ich ihm wohl angesehen wie gern er meinem beispiel gefolgt wäre und als ich hinaus ging sagte er in traurigem neiderfülltem tone sie haben genug davon was sie machen sich davon ich wollte nur dass ich das auch tun könnte diese verdammte heilige musik volle achtzehnhundert jahre habe ich das gedudel nun schon anhören müssen na und dann bin ich zur hölle herabgestiegen annatul der sich gerade einen in eis gekühlten kümmel zu gemüte geführt hatte spitzte die ohren nun und ist es in der hölle amüsant das will ich meinen sagte das gespenst bitter sogar sehr amüsant aber natürlich es ist da auch nicht ein platz mehr frei alles ist überfüllt ich hatte eine sehr gute empfehlung und habe mich bemüht eine stelle als unterteufel zu bekommen aber der chef des personals hat mir ganz offen gesagt dass ich nicht darauf rechnen könne es haben sich 11 millionen 780 1212 kandidaten vor mir dazu gemeldet ohne von denen zu sprechen die die ersten berechtigsten ansprüche auf anstellung haben es warten noch drei päpste und siebzehn könige wovon zwei neger sind darauf damit ist alles gesagt da hast du recht sagte beifällig anatol der immer eifriger dem kümmel zusprach und anfing zärtlich zu werden ja fuhr der arme geist fort da ich also durch die musik aus dem paradiese vertrieben worden und in der hölle keinen platz finden konnte aber das fegefeuer warf anatol ein das ist seit langer zeit geschlossen sagte der andere es haben sich da ganz unmögliche dinge zugetragen sehen sie mir blieb wirklich nichts anderes übrig als auf die erde zurück zu kehren und da bin ich eben in meine alte behausung eingekehrt die ich nun schon gegen so viele idioten die durchaus darin wohnen wollten tapfer verteidigt aber ich bin gezwungen gewesen die aller albernsten farsten aufzuführen nur um mir ein wenig ruhe zu verschaffen ich bin einer alten dame die hier eingezogen ist als skelett mit einem von schwarzen schleiern umweilten totenschädel erschienen und habe sie so in furcht gejagt dass sie selbst gestorben ist einen praktischen arzt der sich als freigeist aufspielte habe ich durch ketten gerassel und durch feurige schriftzeichen die ich auf der wand erschienen ließ zu verjagen gewußt man hat ihn schwer krank mit schrecken zu erfüllen dann ist ein phlegmatischer engländer hier eingezogen der der sache auf den grund gehen wollte und mich überall hin sogar auf den speicher verfolgte ich habe hartnäckig seine kerze ausgeblasen und alle türen vor ihm lautlos weit aufgerissen da verließ ihn sein phlegma bald und er machte sich aus dem staube darauf zog ein alter oberst mit seiner sehr jungen mädchen sobald es sich an das klavier setzte die tollsten dinge in das ohr und riss den vater wenn er sich zu bett legte an den füßen heraus sie haben sich ebenfalls sehr bald fort gemacht sie werden einwenden dass das banale abgedroschene farcen seien aber sie strengen weiter nicht an und ziehen immer noch auf diese weise ist es mir gelungen mir wirklich nach und nach ein wenig ruhe zu verschaffen und wenn ich ihnen dies alles heute abend erzähle so geschieht es weil ich sie für sehr intelligent halte obgleich sie ja jetzt ein wenig angetrunken sind ich habe nichts getrunken sagte anatole beleidigt intelligent obwohl augenblicklich etwas betrunken wurde das gespenst fort mein zweck dabei ist sie zu veranlassen herrn pont davon zu überzeugen dass sein haus wirklich unbewohnbar ist wegen der geister die darin umgehen es ist nicht wahr sagte anatole vertraulich werdend du bist kein geist wieso fragte das gespenst nein erklärte anatole der so betrunken war dass er kaum noch reden konnte nein gespenster die sind nicht wie du die machen angst du aber du machst mir keine angst ich mache dir keine angst sagte das gespenst ärgerlich du dummer bengel nein stotterte anatole nicht die geringste angst aber du darfst mir keine grobheiten sagen nein das das tut mir weh du bist ein wenig betrunken aber sonst wirklich ganz nett welch ein dumm kopf murmelte das gespenst es ist ein eben solcher idiot wie die anderen auch es bleibt mir nichts anderes übrig als ihm die gewohnten hanswurstereien vorzumachen und plötzlich verlöschten die kerzen der armleuchter und das feuer im kamin jedes auch das kleinste geräusch verstummte und totenstille herrschte ringsumher vor anatol aber erhob sich drohend die gestalt des alten herren der riesenhafte verhältnisse angenommen hatte und mit dem kopfe bis zu der decke des zimmers ragte dieser kopf aber hatte kein menschliches aussehen mehr es war das eines ungetüms mit weit vorstehenden furchtbaren zähnen und mit feurigen augen die wie irrlichter durch den unheimlichen das gemach erfüllenden nebel leuchteten anatol der plötzlich nüchtern geworden stand einen augenblick stumm mit gesträubtem haar und vor entsetzen überwältigt da der geist aber streckte seine leichenfarbenen mit langen fühlfäden versehenen hände drohend nach ihm aus anatol der sich von einem namenlosen grauen erfüllt fühlte schrie laut auf vor furcht und versuchte so schnell wie möglich den ausgang zu gewinnen er prallte gegen den kamin verletzte dann seine schulter an der ecke des buffets und sprang da er die tür nicht finden konnte endlich durch das fenster auf diese weise gelang es ihm ziemlich schnell die straße zu erreichen wo er jedoch ohnmächtig liegen blieb er kam mit einem schenkelbruch und verschiedenen ernsten kontusionen davon wenn ich bedenke murmelte der geist des alten herrn der wieder seine ursprüngliche gestalt angenommen hatte wenn ich bedenke dass man doch immer wieder zu diesen abgedroschenen alten farcen zurückgreifen muss dabei wird behauptet die menschen seien skeptisch geworden ende von ein moderner geist gelesen von hokus pokus das weiße tier von georg von der gabel lenz diese librivox aufnahme ist in der public domain ein nachtstück wissen sie was es ist wenn einen das grausen packt es ist etwas ganz anderes als angst man kann angst haben bei einer gefahr vor drohenden schmerzen vor krankheit oder vor dem tode doch ein mann wird über solche dinge hinweg kommen in jener nacht aber war es etwas tausendmal schrecklicheres vor dem ich gezittert habe obgleich ich seine nähe nur fühlte nur ahnte da lernte ich was es heißt grausen empfinden feiges nerven töten des grausen ich hatte mich als arzt unweit der russischen grenze niedergelassen mein beruf führte mich bis in die einzelnen abgelegenen güter und höfe der umgebung und ich unternahm oft stundenlange ritte als ich eines tages von einem solchen nach meiner wohnung zurückkehrte traf ich vor dem hause einen reiter er stieg aus dem sattel und schritt auf meine tür zu ich rief ihn an da zog er einen brief aus der brusttasche und überreichte ihn mir das schreiben lautete herr doktor folgen sie sofort meinem boten der sie zu mir führen wird ich bin verloren wenn sie nicht kommen sorgen sie bitte dass niemand von dem besucher erfährt ihr ergebener wilhelm rosen ich fragte den boten der die gelockerten sattelgurte seines pferdes schon wieder anzog nach dem befinden und dem leiden seines herrn er zuckte die achseln und entgegnete ich weiß es nicht dabei verzog er seinen mund zu einem grinsen zwinkerte mit den augen und wies mit der hand auf seine stirn was ist ihr herr ich weiß es nicht er bleibt sonst niemals am dritten oktober zu hause denn er fürchtet sich das weiße tier könnte an dem tage kommen damit wandte er sich um und saß auf wenige augenblicke später trabten wir nebeneinander davon nach mehrstündigem ritt bog mein führer auf schmalem wege in ein mir unbekanntes waldtal ein alte föhren schlossen ihre kronen über dem verwahrlosten pfad zusammen und wölbten hohe tore bei einbruch der dämmerung standen wir vor einem einstöckigen haus inmitten dieses waldes der wohnung rosens mein begleiter nahm mir das pferd ab ich betrat das geräumige einen gutshof abschließende gebäude im flur dessen wände allerlei beutestücke eines jägers elchköpfe und hirschgeweihe schmückten erwartete mich ein älterer diener und begleitete mich durch mehrere zimmer nach dem wohnraum des besitzers dann zog er sich schweigend zurück ein hagerer herr erhob sich mühelos aus einem bequemen stuhl der neben einem auffallend großen kamin stand und reichte mir mit starkem druck die hand freudiges lächeln glitt über seine nicht unschönen züge er lud mich zum sitzen ein und dankte mir für mein rasches eintreffen dann sagte er ich fühlte mich vor einer weile nicht ganz wohl aber jetzt geht es mir schon besser nach diesen worten ging er an die beiden türen des zimmers von denen die eine nach dem ende des flurs führte verschloss sie von innen und steckte die schlüssel in die tasche dann erst nahm er mir gegenüber platz ich sah meinen patienten forschend an er schien mir nicht leiden zu sein seine gestalt war trotz der sechzig jahre die ich ihm gab hoch und kräftig seine bewegungen hatten nichts krankes oder schlaffes auch für geistig gestört konnte ich ihn nicht halten er sprach ohne auf seinen brief anzuspielen in ruhigem ton über die verschiedensten dinge über politik und der gleichen seine krankheit zu berühren schien ihm peinlich zu sein und so vermied zunächst auch ich es danach zu fragen mittlerweile war die nacht angekommen der wind hatte sich schlafen gelegt nur manchmal regte er sich ganz leise mit einem seufzenden ton in der ferne der wälder im zimmer war es still denn unsere unterhaltung wurde ich weiß nicht warum wie auf gemeinsame verabredung halblaut geführt nur die alte uhr auf dem kamin tickte eintönig lang rosen erhob sich steckte alle lichter und lampen im zimmer an und verteilte sie so daß sie es bis in die entlegensten ecken erhellten dann setzte er sich wieder zu mir wir plauderten über die freiheiten der bauern und deren nutzen oder schaden für die entwicklung des benachbarten russischen staates und mein patient zeigte eine sachkenntnis und einen scharf blick wie man sie bei einem wirklich geisteskranken menschen sicher nicht gefunden hätte da begann die standuhr auf dem kamin eine stunde zu schlagen ich achtete nicht weiter darauf folgte ich doch gerade den ausführungen meines gegenübers rosen aber unterbrach sich mitten in seiner rede warf einen raschen blick auf den zeiger und zählte die schläge der glocke es waren acht da lehnte er sich vor sich hin erst acht uhr es kommt noch nicht dann griff er den faden der unterhaltung wieder auf wo er ihnen fallen gelassen hatte ohne sein tun zu entschuldigen oder zu erklären meine frage ob er noch irgendeine nachricht oder einen besuch heute abend erwarte schien er mit absicht zu überhören denn er fuhr fort über politik und soziale verhältnisse zu sprechen eine stunde darauf wiederholte sich dasselbe schauspiel als die uhr zu schlagen begann langsam und keuchend als wolle ihr der atem ausgehen hielt rosen in seiner rede inne er ließ die brennende zigarre aus der hand in den aschenbecher fallen heftete den blick auf das zifferblatt und zählte die einzelnen neuen glockenschläge dann erhob er sich ging noch einmal durch das zimmer versicherte sich von neuem dass die türen und fenster fest verschlossen seien und raunte indem er wieder zu mir trat noch nicht wir müssen warten aus seinen Worten und aus seinem tun sprach heimliche angst er rückte seinen stuhl näher an den meinen doch noch immer gab er keine erklärung seines benehmens nun aber machte ich miene mich zurück zu ziehen denn ich war rechtschaffen müde geworden und hatte nicht lust mit diesem mann die ganze nacht zu bringen um alle augenblicke zeuge der angewohnheiten eines sonderlings zu sein und irgendein ereignis das jener mir trotz meiner andeutungen augenscheinlich auch nicht mitteilen wollte kaum aber hatte ich mich erhoben als mich Rosen am arm erfasste und mit einer kraft in den stuhl zurückdrückte die mich in erstaunen setzte bleiben sie ich beschwöre sie ich habe nur darum heute das haus nicht verlassen das mich in dieser nacht sonst nie in seinen mauern sieht um einen versuch zu machen ich bin nicht wahr ich wollte nur ihres kommens sicher sein sie erweisen mir damit einen dienst dessen größe sie jetzt nicht im entferntesten schätzen können mein benehmen muss ihnen sonderbar erscheinen ich sehe es ihnen an dass sie an meinem ruhigen verstand zweifeln aber ich bin mir leider nur zu klar über alles ich bin nicht überspannt nicht im geringsten ich will nur versuchen ob ihre nähe die unbeeinflussten mannes jenes entsetzliche vertreiben kann vor dem ich mich fürchte und das rosen schnellte vom stuhl empor und griff nach einem jener haarscharfen türkischen säbel yatagan genannt die eine gefährliche waffe in der faust eines mannes bilden er hielt die hand ans ohr und lauschte ein zittern ging durch seinen körper auch ich stand unwillkürlich auf und horchte ein unbestimmtes geräusch etwa wie das regellose hin und her huschen einer ratte über holzdielen ließ sich vernehmen die augen rosens irrten suchend im zimmer umher und blieben auf der tür nach dem flur haften von dem die laute zu kommen schienen hören sie nicht flüsterte er und umklammerte mein handgelenk aber die leichten schritte waren schon wieder verklungen ich musste den erregten beruhigen ich höre nichts absolut nichts log ich ich glaube sie sind nur einem irrtum unterworfen gewesen erklären sie mir nun endlich was sie fürchten rosen setzte sich wieder legte den säbel dicht neben sich auf einen tisch auf dem allerlei rauch gerätschaften standen er bot mir eine zigarre an und auch ich nahm von neuem platz wie sonderbar sagte er ich hätte darauf geschworen dass ich es gehen hörte aber freilich wenn sie meinen und sie haben nichts gehört sind sie dessen sicher gewiss erwiderte ich vollkommen sie können ruhig sein es war nichts mein wirt prüfte mit den fingerspitzen die scharfe des stahles glauben sie rief er plötzlich ganz unvermittelt und ließ die klinge pfeifen durch die luft schwirren glauben sie dass man damit einem menschen die hand abhauen kann gewiss mit leichtigkeit rosen sah mit einem sonderbaren harten blick auf die blitzende waffe und wog sie in der hand ja mit einem schlag mit einem einzigen schlage bringt man das fertig und ein kurzer stoß ins herz genügt auch einen menschen aus der welt zu schaffen aber ich glaube es gibt wesen die sind auch damit nicht zu töten glauben sie nicht rosens augen ruhten gespannt auf meinen lippen ich hätte die waffe lieber in der hand eines anderen gesehen als in der dieses aufgeregten kranken ich ich ja mein gott das kommt ganz darauf an was sie töten wollen aber ich sollte meinen ich wurde jäh unterbrochen still hören sie das tasten dort dort am fenster um gottes willen hören sie das nicht wie es ans fenster greift mein gegenüber war wieder von seinem sitz empor gefahren sein antlitz war blass geworden seine Augen hatten sich unnatürlich erweitert und starrten nach den dunklen scheiben wirklich vernahm auch ich von zeit zu zeit einen leisen ton als klopfe jemand von außen an das glas der fenster als taste etwas suchend an ihm herum ich meine es muss wohl der wind sein der welke blätter aus ihrem garten an die scheibe wirbelt bemerkte ich endlich oder es sind die äußersten ästchen der linde die vor dem hause steht und ihren fenstern zu schaffen machen in diesem augenblick schlug die uhr rosen zählte ohne den blick vom fenster abzulenken es waren zehn schläge da setzte er sich in seinen stuhl zurück meinen sie wirklich die äste der linde nun sie mögen recht haben es war nur der wind es ist ja auch erst zehn uhr es kommt noch nicht aber man kann ja nicht wissen wir schwiegen lange zeit mich beschlich in der nähe des kranken allmählich ein unbestimmtes gefühl von dumpfer furcht dass ich nicht mehr loswerden konnte so sehr ich mir auch mühe gab dagegen anzukämpfen eine schwüle fast unnatürliche ruhe lag über dem raume die vielen lampen und kerzen erhitzten die luft wohl erhellten sie jeden winkel es war nichts ungewöhnliches zu sehen und trotzdem fühlten wir beide dass sich etwas in unserer nähe vorbereitete wenn ich nur gewusst hätte was ich erwartete welches das wesen sei das seit einer stunde von uns gefürchtet lauernd um dieses zimmerschlich das uns drinnen gefangen hielt keiner von uns hätte jetzt mehr gewagt die tür oder eines der fenster zu öffnen wir wussten dann sprang es herein was hätte ich darum gegeben wenn ich das haus erst wieder verlassen gehabt hätte mehr und mehr fühlte ich mich selbst den rosens merkwürdige wahn idee verstrickt von der aufregung meines patienten angesteckt und doch war es nur eine ratte waren es nur trockene blätter ästchen ein verirrter nachtvogel vielleicht die jene sonderbaren geräusche hervorgebracht hatten ich wollte mich zwingen an eine natürliche erklärung zu glauben aber was ich mir auch einreden mochte ich hielt jetzt diese ruhe dieses unverständliche warten nicht mehr länger aus mein gegenüber blickte sich fortwährend um immer die hand am säbel bald nach der tür bald nach dem fenster horchend es war draußen totenstill geworden der wind hatte sich gelegt lautlos zuckten blaue und gelbe flämmchen von dem erlöschenden feuer des kamins sobald das glühende holz einmal knackte fuhren wir beide zusammen soll ich nicht nach ihren leuten klingeln fragte ich ich sehnte mich danach andere menschen um mich zu sehen um gottes willen nein nein die dürfen ja nichts wissen ich kann es doch jenen da nicht erklären nichts sagen bleiben sie sitzen dann sagen sie mir aber endlich was sie eigentlich so fürchten was sie mit jedem glockenschlag erwarten ich wusste ich würde aus dem munde dieses kranken etwas ganz unsinniges hören aber alles auch das schrecklichste war mir in diesem Augenblick lieber als diese Unsicherheit da begann er hastig sie sollen mir helfen sie wissen aus okkultistischen schriften sicher so viel dass der einfluss eines willenstarken menschen eines skeptikers die unheilvolle verbindung zwischen dem medium und seinem meister zu zerreißen vermag sie sind arzt sie allein können dies tun können mich von jenem retten heute ist die nacht wieder gekehrt in der ich ihn erwarte heute will ich ihm mit ihrer hilfe entgegentreten um ihn vollends zu vernichten ich wollte ihnen nichts sagen um ihnen Ruhe und Unbefangenheit nicht zu nehmen doch sie zwingen mich zu sprechen und ich sehe ja auch sie ahnen seine Nähe ja aber um Himmels Willen wer ist denn jener entsetzliche der sie so peinigt fragte ich lebt er in ihrer umgebung das kann ich ihnen nicht beantworten er ist tot lange tot tot fragte ich aber zum teufel ja tot unterbrach mich Rosen das weiß ich gewiß ein buckliger kleiner elender Schuft war es ich lebte damals in Genf ich verkehrte in einem spiritistischen Club da war er dabei und er lief mir nach er drängte sich an mich verfolgte mich förmlich zwang mich zu allem was er wollte indem er mir mit der langen weißen hand über den arm strich sie wissen sie er hat mich zum dieb gemacht er sagte mir sie werden morgen das und das tun das und das für mich stehlen dann tat ich dann stahl ich ohne zu überlegen machtlos umsonst versuchte ich gegen ihn anzukämpfen da floh ich eines tages fort ich versteckte mich vor bekannten freunden vor aller welt um ihm und seinem einfluss zu entgehen ich nahm sogar einen anderen namen an kaufte dies einsame gut mitten im wald und verließ es nicht mehr aus angst ich könnte ihm draußen irgendwo begegnen und ich bin ihm doch noch einmal begegnet er brach ab sprang auf blickte sich um durch maß das zimmer die waffe in der rechten blieb plötzlich horchend stehen legte das ohr an die tür suchte mit funkelnden augen unter jedem möbel umher und flüchtete dann endlich wieder an meine Seite indem er sich mit der hand über die Stirn wischte nun wurde mir noch unheimlicher in der Nähe des Mannes der sagte ich mir auch daß ich es mit einem irrsinnigen zu tun hätte so teilte ich doch merkwürdiger weise die angst jenes unglücklichen trotzdem zwang ich mich in gleichgültigstem ton zu bemerken ich werde ihnen helfen erklären sie mir nur ob sie sich wirklich vor dem toten fürchten wollen sie etwa an spuk glauben nicht ihn selbst fürchte ich den toten nur seine hand seine fürchterliche hand den buckligen den schwachen zwerg brauche ich nicht mehr zu fürchten aber diese hand schwören sie mir zu schweigen ich nickte so hören sie jetzt ich bin der welt gegenüber verloren wenn sie etwas sagen die leute würden mich dann für einen verrückten oder einen verbrecher halten aber es ist vielleicht alles gleich horchen sie dort ist es schon wieder das weiße tier jetzt ist's im kamin ganz bestimmt im kamin bei diesen worten stürzte sich rosen an den holzkorb und warf mit fieberhafter hast einen kiefernscheid nach dem anderen in die von neuem auf auf glud 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 ich hörte nichts anderes als das knacken und prasseln des frischen holzes und das zischen der flammen die unheimliche geschäftigkeit des unglücklichen steckte an ich half ihm wir warfen den ganzen inhalt des korbes ins feuer sodass die flammen hoch aufsprühten jetzt hatte rosen zum ersten mal selbst das weiße tier erwähnt von dem schon seine diener gesprochen was mochte das sein wie kam es in den vorstellungskreis seines kranken hirns dieses gespenstische tier dessen namen ihn erzittern machte das sogar durch die flammen zu ihm dringen wollte und dass er nun in einem Anfall sinnloser Wut zu verbrennen bemüht war wieder horchten wir zusammen nach irgendwelchen lauten gespannt wie eine schildwache die in der nacht das heranschleichen eines feindes erwartet bei gott hätten aus dem kamin schreie geklungen heulen winseln eines verbrennenden tieres ich hätte mich nicht gewundert wie das lodert wie das brennt frülockte rosen grimmig ob es dem widerstehen kann er hatte vor dem kamin gekniet nun stand er auf mit hastig hervorgebrachten worten immer wieder sich unterbrechend und um sich spähend berichtete er kurz ich floh aus genf reiste hin und her versteckte mich endlich hier mehrere jahre vergingen schon glaubte ich mich vom buckligen befreit zu haben kannte doch keiner meiner freunde mein versteck da eines abends es sind heute gerade siebzehn jahre her packte mich plötzlich eine seltsame unruhe ich hörte jemand kommen die tür öffnete sich ich wendete mich um der bucklige stand hinter mir allein unangemeldet war er ins zimmer gelangt ich ahnte vorher dass er kommen würde ich fühlte durch stunden sein nahen am magnetischen ein fluss seine augen sein triumphierendes lachen verrieten mir dass er mich abermals zu irgendeinem verbrecherischen plan benutzen wollte darum streckte er auch wieder die hand nach mir aus mich von neuem in die gewalt seines willens zu bringen da springe ich auf und flüchte hinter den tisch und stoße diesen gegen den eindringling ich konnte meine leute nicht zu hilfe rufen sie waren alle zufällig an jenem abend das scheuseil sprang bei hände wie eine katze hinter dem tisch hervor und fasste mit seinen affen fingern nach meinem arm nehmen sie sich in acht schrie er sie sind mein diesmal lasse ich sie nicht wieder los da reiße ich die waffe von der wand und haue mit aller kraft nach dieser hand der unhold fuhr mit einem schrei zurück ich hatte ohne es zu wollen mit einem hieb die hand vom arm getrennt als ich das blut sah die vor wut und schmerz verzerrte abscheuliche fratze da warf ich mich in jäher verzweiflung vollends auf ihn und stieß ihm ehe er ausweichen konnte den stahl in den leib dann riß ich den buckligen empor packte ihn und warf ihn mitten in die hoch aufludernden flammen des kamins rasch schäufte ich alles holz auf den leichnam ich kniete vor dem feuer nieder und ruhte nicht eher als bis der letzte rest dieses fürchterlichen menschen verbrannt war der mich jahrelang gequält der mich ruhelos umhergetrieben und nun zum mörder gemacht hatte reue empfinde ich nicht über meine tat ihm ist nur recht geschehen er hat sein ende hundertfach verdient als das feuer niedergebrannt war sammelte ich sorgfältig alle knochen reste um sie in einer kiste zu bergen und zu vernichten ich fand sie alle alle es war eine schreckliche arbeit nur die rechte hand fehlte ich wandte mich um suchte im zimmer sie war verschwunden ich musste sie also ins feuer geworfen haben und hatte das vielleicht in der aufregung dieser minuten vergessen noch einmal untersuchte ich den ganzen kamin jedes aschehäufchen nichts immer nichts da faßte ich mich an die stirn und meinte wahnsinnig zu werden der kranke beugte sich zu mir und starrte mir ins auge sehen sie jene hand jene furchtbare hand ist also nicht mit verbrannt sie ist heimlich geräuschlos fortgekrochen während ich sie ist flüchtend in irgendeine Ecke gerannt vielleicht dort zu jenem fenster hinaus geklettert denn das fenster stand offen ich habe alle möbel von der wand gerückt zitternd unter jeden schrank jeden stuhl geleuchtet ich bin wie ein irrer noch einmal auf die schauderhafte kiste losgestürzt die die schwarz gebrannten knochen enthielt ich habe sie einzeln herausgenommen sie alle nebeneinander gelegt bis das ganze gerippe vor mir auf der diele lag ich wischte mir hundertmal die augen immer fehlte die rechte hand dann die asche des kamins ich habe sie trotz der sengenden hitze in kleinen teilen durch meine finger gleiten lassen umsonst alles umsonst die hand fehlte wie soll ich ihnen schildern was ich damals ausgestanden habe niemand hat den buckligen bei mir eintreten sehen niemand hat sein verschwinden bemerkt oder nach ihm geforscht dieser mord blieb unentdeckt und ungesühnt da erfand ich ein märchen um es meinen leuten wahrscheinlich zu machen dass ich einen spuk fürchtete und seinetwegen nicht mehr in der nacht der tat hier im hause bleiben wollte ein wegziehen von hier ich habe wohl daran gedacht und was hätte es mir geholfen ich hätte mich verdächtig gemacht und jene hand hätte mich doch zu finden gewusst meine leute bangten vor dem weißen tier das keiner je gesehen hat auch ich es ist lächerlich ich habe es nicht gesehen es ist eine ausgeburt meiner Einbildungskraft nicht wahr wie soll es sonst sein und doch fürchte ich weiß ich dass es einmal kommen wird mit ihrer Hilfe will ich ihm heute entgegentreten ich muss auch den letzten Rest jenes toten Unholz vernichten der mir mein Leben zerstört hat aber fragte ich wie können sie an einer so unmöglichen Einbildung leiden nehmen wir an es hat sich wirklich alles so begeben wie sie es erzählt haben wie kann eine verschwundene Hand die Hand eines Toten ihnen gefährlich werden ich gestehe dass ich mich mit solchen Worten selbst beruhigen wollte Rosen entgegnete rasch wie ich daran leiden kann haben sie nicht selbst gefühlt dass gerade diese Nacht etwas besonderes hat es ist heute ganz anders als es sonst in der Nacht zu sein pflegt ganz anders es gibt Nächte in denen es hier draußen wunderbar schön und friedlich ist ich liebe diese Einsamkeit diesen Wald diese Wiesen aber heute die toten stille rings um das Haus selbst den Bach hört man nicht plätschern wie sonst dieses tappen und tasten draußen am Fenster an der Türe diese leisen Schrittchen vorhin dies trippeln und rascheln auf dem Gang sie glaubten es seien Ratten oh nein das ist das weiße Tier ich ahne ja ich weiß daß es heute wieder in der Nähe ist daß es in dieser Nacht auf mich lauert daß es ums Haus schleicht daß es von irgendwoher plötzlich auf mich zuspringen wird der der kranke sank im stuhl zusammen wie erdrückt von der erinnerung an seine grausige tat er sprach nicht mehr stützte die beiden hände auf den säbel den er vor sich hielt und seine augen suchten im zimmer umher in der stille glaubte ich das klopfen unserer herzen zu hören wir horchten und warteten ich wagte nicht nach der glühenden öffnung des kamins zu blicken in der furcht den toten buckligen darin zu sehen die uhr schlug langsam elf schläge rosen zählte sie einzeln nach elf uhr hören sie es ist elf uhr schrie er und sprang empor wie damals elf uhr jetzt muss es kommen der unglückliche begann im zimmer auf und ab zu rennen den blitzenden stahl in der geballten faust schwingend und dabei von neuem angstvoll die möbel in alle ecken spähend plötzlich blieb er mitten im zimmer stehen den oberkörper weit vorgebeugt wie ein fechter alle muskeln am körper gestrafft den blick fest auf die tür gerichtet schweiß perlte in tropfen auf seiner stirn auch ich war aufgesprungen der wahnsinnige mit der geschwungenen waffe flößte mir aber jetzt weniger grauen ein als ein geräusch das immer deutlicher man näherte sich der tür aber es waren weder die ruhigen schritte eines menschen noch die eines tieres es schien mir das kratzen von fingernägeln zu sein ich fühlte wie es mich von kopf bis zu den füßen kalt überlief umsonst sah ich mich nach einer waffe um obgleich ich wußte daß sie mir nichts helfen würde im nächsten augenblick mußte es hereinkommen sich auf uns stürzen dies gespenstische weiße tier ich rief laut wiederholt schrie ich es ist nichts es ist bestimmt nichts bleiben sie um gottes willen ruhig aber so sehr ich mir auch immer wieder einreden wollte daß es nichts anderes sei als der nächtliche traum meines fieberkranken es wollte mir nicht gelingen es kommt keuchte rosen seine in sinnloser furcht erweiterten augen folgten einem unsichtbaren wesen das sich ihm auf der diele kriechend nähern mußte denn sie waren mit schauerlichem entsetzen nach dem boden gerichtet langsam hob er die bewaffnete hand hoch über sein haupt zum hieb ausholend seine brust schwer atmend seine grauen haare sträubten sich ich wußte da war etwas hört ich's doch über den boden näher kommen scharende fingernägel doch ich sah nichts so sehr ich meine blicke anstrengte aber ich fühlte ich fühlte es deutlich dass wir beide nicht mehr allein im zimmer waren diese augenblicke vergesse ich nie mehr in meinem leben das grausen schüttelte mich ich mußte mich am tisch festhalten mir versagte der atem ich war nahe daran umzusinken meine sinne waren angespannt gleich einer bogensehne die zu reißen droht plötzlich fuhr die waffe rosens wie ein blitz herab aber schon im nächsten augenblick stieß er einen gellenden grässlichen schrei aus taumelte rückwärts als sei ihm etwas gegen die brust gesprungen und stürzte zu boden seine finger ließen den säbel los mit beiden händen fasste er in der luft nach irgendetwas das auf seiner brust zu hocken schien er zerrte und riss an einem unsichtbaren gegner seine schreie gingen rasch in röcheln über ich war nicht imstande mich zu bewegen meine glieder waren wie mit blei ausgegossen ich sah diesen fürchterlichen kampf an ohne retten oder auch nur helfen zu können nach einigen sekunden fielen rosens arme schlaff längs des körpers herab bald war alles ruhig er bewegte sich nicht mehr da beugte ich mich über ihn seine Augen waren weit aus ihren Höhlen getreten und verglast der mund war geöffnet wie bei einem erstickten nun ermannte ich mich mehr und mehr schwand das bedrückende gefühl der abhängigkeit von einer außer mir liegenden stärkeren kraft ich ich rannte die klingel und stemmte mich mit aller gewalt gegen die verschlossene tür auch von außen half jemand sie sprang auf der alte diener stürzte herbei er half mir den reglosen aufzuheben und nach dem bett zu tragen auf das wir ihn niederlegten rosen war tot der untröstliche diener versicherte immer wieder dass sein Herr niemals krank gewesen sei niemals über irgendwelche schmerzen geklagt hätte auch die anderen dienstboten liefen zusammen ich erzählte ihnen was sich zugetragen sie standen gleich mir vor einem rätsel wir öffneten alle fenster die dumpfe und heiße luft des zimmers weichen zu lassen die leute sahen auf mich mit entsetzten minen sie behaupteten später ich hätte im gesicht schloh weiß ausgesehen wie eine kalk ich zog mich in ein nebenzimmer zurück und verließ die jammernde und schwatzende dienerschaft mir noch einmal das erlebnis in allen seinen einzelheiten zu vergegenwärtigen und eine erklärung zu finden noch noch niemals hatte ich einen ganz gesunden menschen in so rätselhafter weise enden sehen es vergingen mehrere stunden der tag war angebrochen in den räumen die nachts einen so unheimlichen eindruck gemacht webte helles freundliches licht da öffnete sich die tür nach meinem zimmer der alte diener rannte herein und stieß zitternd die worte hervor ich bitte sie herr doktor kommen sie herüber sehen sie was geschehen ist ich folgte dem alten nach rosens schlafgemach wir traten an das bett auf dem halse des unglücklichen zeigte sich deutlich die gestalt einer großen mageren um die kehle des toten gekrallten hand ende von das weiße tier gelesen von hukuspokus spuk in goslar von heinrich heine diese librivox aufnahme ist in der public domain aus die harzreise in jener nacht die ich in goslar zubrachte ist mir etwas höchst seltsames begegnet noch immer kann ich nicht ohne angst daran zurück denken ich bin von natur nicht ängstlich und gott weiß dass ich niemals eine sonderliche beklemmung empfunden habe wenn zum beispiel eine blanke klinge mit meiner nase nase bekanntschaft zu machen suchte oder wenn ich mich des nachts in einem verrufenen walde verirrte oder wenn mich im konzert ein gähnender leutnant zu verschlingen drohte aber vor geistern fürchte ich mich fast ebenso sehr wie der österreichische beobachter was ist furcht kommt sie aus dem verstande oder aus dem gemüt über diese frage disputierte ich so oft mit dem doktor saul ascher wenn wir in berlin im café royal wo ich lange zeit meinen mittagstisch hatte zufällig zusammentrafen er behauptete immer wir fürchten etwas weil wir es durch vernunftschlüsse nur furchtbar erkennen nur die vernunft sei eine kraft nicht das gemüt während ich gut aß und gut trank demonstrierte er mir fortwährend die vorzüge der vernunft gegen das ende und immer schloss er damit die vernunft ist das höchste prinzip vernunft wenn ich jetzt dieses wort höre so sehe ich noch immer den doktor saul ascher mit seinen abstrakten beinen mit seinem engen transzendentalen leibrock mit seinem schroffen frierenden kalten gesicht das einem lehrbuche der geometrie als kupfertafel dienen konnte dieser mann tief in den fünfzigern war eine personifizierte gerade linie in seinem streben nach dem positiven hatte der arme mann sich alles herrliche aus dem leben heraus philosophiert alle sonnenstrahlen allen glauben und alle blumen und es blieb ihm nichts übrig als das kalte positive grab auf den apoll von belvedere und auf das christentum hatte er eine spezielle malice gegen letzteres schrieb er sogar eine broschüre worin er dessen unvernünftigkeit und unhaltbarkeit bewies er hat überhaupt eine ganze menge bücher geschrieben worin immer die vernunft von ihrer eigenen vortrefflichkeit renommiert und wobei es der arme doktor gewiss ernsthaft genug meinte und also in dieser hinsicht alle achtung verdiente darin aber bestand ja eben der hauptspaß dass er ein so ernsthaft närrisches gesicht schnitt wenn er dasjenige nicht begreifen konnte was jedes kind begreift eben weil es ein kind ist einige male besuchte ich auch den vernunft doktor in seinem eigenen hause wo ich schöne mädchen bei ihm fand denn die vernunft verbietet nicht die sinnlichkeit als ich ihn aber einst ebenfalls besuchen wollte sagte mir sein bedienter der doktor ist eben gestorben ich fühlte nicht viel mehr dabei als wenn er gesagt hätte der herr doktor ist ausgezogen doch zurück nach goslar das höchste prinzip ist die vernunft sagte ich beschwichtigend zu mir selber als ich ins bett stieg indessen es half nicht ich hatte eben in warnhagen von enses deutsche erzählungen die ich von clausthal mitgenommen hatte jene entsetzliche Geschichte gelesen wie der Sohn den sein eigener Vater ermorden wollte in der nacht von dem geist seiner toten mutter gewarnt wird die wunderbare darstellung dieser geschichte bewirkte dass mich während des lesens ein inneres grauen durchfröstelte auch erregen gespenster erzählungen ein noch schauerlicheres gefühl wenn man sie auf der reise liest und zumal des nachts in einer stadt in einem hause in einem zimmer wo man noch nie gewesen wie viel grässliches mag sich schon zugetragen haben auf diesem flecke wo du eben liegst so denkt man unwillkürlich überdies schienen der mond so zweideutig ins zimmer herein an der wand bewegten sich allerlei unberufene schatten und als ich mich im bett aufrichtete um hinzusehen erblickte ich es gibt nichts unheimlicheres als wenn man beim mondlicht das eigene gesicht zufällig im spiegel sieht in demselben augenblick schlug eine schwerfällige gähnende glocke und zwar so lang und langsam dass ich nach dem zwölften glockenschlage sicher glaubte es seien unterdessen volle zwölf stunden verflossen und es müsste wieder von vorn anfangen zwölf zu schlagen zwischen dem vorletzten und letzten glockenschlage schlug noch eine andere uhr sehr rasch fast keifend grell und vielleicht ärgerlich über die langsamkeit ihrer frauge vatterin als beide eiserne zungen schwiegen und tiefe totenstille im ganzen hause herrschte war es mir plötzlich als hörte ich auf dem korridor von meinem zimmer etwas schlottern und schlappen wie der unsichere gang eines alten mannes endlich öffnete sich meine tür und langsam trat herein der verstorbene doktor saul ascher ein kaltes fieber rieselte mir durch mark und bein ich zitterte wie espenlaub und kaum wagte ich das gespenst anzusehen es sah aus wie sonst derselbe transzendental graue leibrock dieselben abstrakten beine und dasselbe mathematische gesicht nur war dieses etwas gelblicher als sonst auch der mund der sonst zwei winkel von zweieinhalb grad bildete war zusammengekniffen und die augenkreise hatten einen größeren radius schwankend und wie sonst sich auf sein spanisches röhrchen stützend näherte er sich mir und in seinem gewöhnlichen mundfaulen dialekte sprach er freundlich fürchten sie sich nicht und glauben sie nicht daß ich ein gespenst sei es ist täuschung ihrer fantasie wenn sie mich als gespenst zu sehen glauben was ist ein gespenst geben sie mir eine definition deduzieren sie mir die bedingungen der möglichkeit eines gespenst in welchem vernünftigen zusammenhang stände eine solche erscheinung mit der vernunft die vernunft ich sage die vernunft und nun schritt das gespenst zu einer analyse der vernunft zitierte kant kritik der reinen vernunft zweiter teil erster abschnitt zweites buch drittes hauptstück die unterscheidung von phänomena und normena konstruierte als dann den problematischen gespenster glauben setzte einen syllogismus auf den anderen und schloss mit dem logischen beweise dass es durchaus keine gespenster gibt mir unterdessen lief der kalte schweiß über den rücken meine zähne klapperten wie kastagnetten aus seelenangst nickte ich unbedingte zustimmung bei jedem satz womit der spukende doktor die absurdität aller gespenster furcht bewies und derselbe demonstrierte so eifrig dass er einmal in der zerstreuung statt seiner goldenen uhr eine handvoll würmer aus der uhrtasche zog und seinen irrtum bemerkend mit possierlich ängstlicher hastigkeit wieder einsteckte die vernunft ist das höchste da schlug die glocke eins und das gespenst verschwand Ende von spuk in goslar gelesen von hukuspokus schlug schlug von gustav meiring diese librivox aufnahme ist in der public domain reif 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 sonnenlicht schlug frommen die herabsieht auf das ruhige bild er tritt ein beirauch duft seufzend fällt die schwere tür zurück an das lederpolster verschlungen ist der laute schein der welt grün rosa fließen die sonnenstrahlen durch schmale kirchenfenster auf die heiligen stein quader hier unten ruhen die frommen aus vom wechselnden sein der einsame atmet die tote luft gestorben sind die klänge andächtig liegt der dom im schatten der töne das herz wird ruhig und trinkt den dunklen weihrauch duft der fremde blickt auf die schar der kirchenbänke die weihevoll zum altar hingebeugt wie auf ein kommendes wunder warten er ist einer jener lebendigen die das leid überwunden haben und mit anderen augen tief hineinsehen in die andere welt er fühlt den geheimnisvollen atem der dinge das verborgene lautlose leben der dämmerung die verleugneten heimlichen gedanken die hier geboren wurden ziehen unstet suchend durch den raum wesen ohne blut ohne freude und weh wachs bleich wie die kranken gewächse der dunkelheit verschwiegen schwingen die roten ampeln feierlich an langen geduldigen stricken der luftzug von den flügeln der bronzen erzengel bewegt sie da ein leises scharren unter den bänken es huscht zum beetstuhl und versteckt sich es kommt um die säule geschlichen eine bläuliche menschenhand auf linken fingern läuft es am boden hin eine gespenstische spinne horcht klettert eine eisenstange empor und verschwindet im opferstock die silbernen münzen darin klirren leise träumend ist ihr der einsame mit den augen gefolgt und seine blicke fallen auf einen alten mann der im schatten pfeil steht die beiden sehen sich ernst an es gibt viele gierige hände hier flüstert der alte der einsame nickt aus dem nächtigen hintergrunde ziehen trübe gestalten heraus langsam sie bewegen sich kaum beet schnecken menschen büsten frauenköpfe mit schleiernden umrissen auf kalten schlüpfrigen schnecken leibern mit kopftüchern und schwarzen katholischen augen sie saugen sich lautlos über die kalten fliesen sie leben von den leeren gebeten sagt der alte jeder sieht sie und doch kennt sie keiner wenn sie tagsüber drüben bei der kirchentüre hocken wenn der priester die messe liest schlafen sie in der flüsterecke hat sie mein hiersein im beten gestört fragt der einsame der alte tritt an seine linke seite wessen füße im lebendigen wasser stehen der ist selbst das gebet wußte ich doch dass heute einer kommen würde der sehen und hören kann gelbe lichtreflexe hüpfen über die steine wie irrlichter sehen sie die gold adern die sich hier unter den quadern hin ziehen das gesicht des alten flackert der einsame schüttelt den kopf mein blick dringt nicht so tief oder meinen sie es anders der alte nimmt ihn an der hand und führt ihn zum altar das bild des gekreuzigten ragt stumm schatten bewegen sich leise in den dunklen seiten logen hinter gebrauchten kunstvollen gittern schämen alter stift fräulein aus vergessenen zeiten die nie mehr wiederkehren fremdartig entsagungsvoll wie weihrauch duft es rauschen ihre schwarzen seidenen kleider der greis deutet zu boden hier tritt es fast zu tage einen fuß tief unter den fliesen lauteres gold ein breiter leuchtender streifen die adern ziehen sich über den alten platz bis weit unter die häuser wunderbar dass die menschen nicht längst schon darauf gestoßen sind als sie das pflaster gelegt haben ich allein weiß es seit vielen jahren und habe es niemandem gesagt bis heute keiner hatte ein reines herz ein geräusch in dem gläsernen religienschreien ist das silberne herz herabgefallen das in der knochenhand des heiligen thomas lag der alte hört es nicht er ist entrückt seine augen schauen ekstatisch ins weite mit starrem geradem blick die jetzt kommen sollen nicht mehr betteln gehen es soll ein tempel sein aus schimmerndem gold der fährmann holt über zum letzten mal der fremde lauscht den prophetischen worten die flüsternd in seine seele dringen wie feiner erstickender staub aus dem heiligen moder versunkener jahrhunderte hier unter seinen füßen ein blinkendes zepter gefesselter schlafender macht es steigt ihm brennend in die augen muss denn auf dem golde der fluch sein lässt er sich nicht bannen durch menschenliebe und mitleid wie viel tausende verhungern vom glockenturme tönt die siebente stunde die luft vibriert die gedanken des einsamen fliegen mit dem schall hinaus in eine welt voll üppiger kunst voll pracht und herrlichkeit ihn schaudert er sieht den alten an wie verändert sind die räume es heilt der schritt die ecken der beetstühle sind abgestoßen abgeschürft der fuß der steinernen pfeiler die weiß gestrichenen statuen der päpste bedeckt mit staub haben sie das das metall mit körperlichen augen gesehen in den händen gehalten der alte nickt im klostergarten draußen beim mutter gottes bild unter blühenden lilien kann man es greifen er zieht eine blaue kapsel hervor hier öffnet sie und gibt dem einsamen ein zackiges ding die beiden männer schweigen zur kirche dringt weit her der lärm des lebens das volk kehrt heim von den lustigen wiesen morgen ist arbeitstag die frauen tragen müde kinder auf den armen der einsame hat den gegenstand genommen und schüttelt dem alten die hand dann wirft er einen blick zurück zum altar nochmals umwogt ihn der geheimnisvolle hau friedvoller erkenntnis vom herzen gehen dinge aus sind herz geboren und herz gefügt er schlägt das kreuz und geht am offenen türspalt lehnt der müde tag frischer abendwind weht herein über den markt rasselt ein leiterwagen mit laub begrenzt voll lachender fröhlicher menschen und in die bogengänge der alten häuser fallen die roten strahlen der sinkenden sonne der fremde lehnt an dem steinernen denkmal inmitten des platzes und sind er ruft im geiste den vorübergehenden zu was er soeben erfahren er hört wie das lachen verstummt die bauten zerstauben die kirche stürzt ausgerissen im staube die weinenden lilien des klostergartens es wankt die erde die dämonen des hasses brüllen zum himmel ein pochwerk hämmert und dröhnt und stampft den platz die stadt und blutende menschenherzen zu goldenem staub der träumer schüttelt den kopf und sind lauschend der klingenden stimme des verborgenen meisters im herz wer eine schlimme tat nicht scheut und die nicht liebt die glück verleiht der ist entsagend einsichtsvoll entschlossen voll von wesenheit wie ist doch der zackige brocken so leicht für hartes gold der einsame sieht ihn an ein menschlicher wirbelknochen ende von chimere gelesen von hukuspokus frau venus von franz von gaudi diese librivox aufnahme ist in der public domain abschnitt eins zu der zeit als der grausame can signoro de la scala nach ermordung seines bruders can grande des zweiten über verona herrschte begab es sich dass in einem adeligen schloss welches unweit des castellvecchio und der vom gotenkönig deodorisch erbauten türme auf der anhöhe lag ein junger edelmann mit namen otaviano sacramoso seine vermählung mit der schönen vergonya castellani feierte die geschlechter denen das brautpaar angehörte durften sich eines gleich alten adels rühmen beide wurden zu den angesehensten von verona gerechnet ihre güter und reichtümer mochten einander die waagschale halten grund genug um zwischen beiden stemmen eifersucht und neid zu erregen um jahrhundertwierigen erbitterten hass und verderbliche kämpfe zu entzünden nie nie erblickte man die beiden familien auf einer seite hatten die castellani für die guelfen gestimmt so traten die sacramosi zu den gibelinen über fochten die ersten für den kaiser so standen die zweiten unter den panieren der päpstlich gesinnten die schwerter beider parteien hatten sich bereits unzählige male sowohl auf dem offenen schlachtfelde als in Zweikämpfen gekreuzt ihre dolche sich nur allzu oft schon mit dem blute der verhassten nebenbuhler gefärbt jedes opfer aber heischte seine sühne seinen neuen mord und so schien die blutrache mit dem untergange beider geschlechter erlöschen zu wollen da geschah es daß der junge ottaviano sacramoso des familienältesten Scipione Sohn und der einstiges Stammhaupt die Tochter des Gianfilippo Castellani bei einer Prozession in der Kathedrale von San Fermo Maggiore erblickte für die herrliche Vergogna in Liebe entzündet wurde bald ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und nach jahrelangen Huldigungen ihr Herz sich geneigt zu machen wußte die die Hindernisse die welche sich dem Bunde der Liebenden entgegen stemmten schienen unübersteigliche nur dem inständigen flehen des jungen Mannes seinem unerschütterlichen beharren bei der einmal getroffenen Wahl der dringenden Fürsprache Can Signorios welcher nichts sehnlicher wünschte als die feindlichen Stämme zu versöhnen um in Frieden über die beruhigte Stadt herrschen zu dürfen gelang es endlich die Einwilligung der Väter zu jener Verbindung zu erschmeicheln beiden Geschlechtern das Gelübde eines ewigen Vergessens der Vergangenheit und der wechselseitig zugefügten Unbilden zu entlocken Nachdem die zahlreichen Sippen der Sacramosi und Castellani im Dom gemeinschaftlich das Sakrament zum Zeichen der Einigkeit und Liebe genommen und der Erzbischof die Trauung des glücklichen Paares vollzogen waren die Geschlechter so wie der größte Teil der Veroniser Edlen welche alle den jetzt verschmolzenen Familien durch Freundschaft oder Blutsverwandtschaft näher oder ferner standen dem jungen Bräutigam auf sein väterliches Schloss gefolgt Ein prächtiges Festmahl war dort zur Feier des Tages veranstaltet worden und kann Signorio selber verschmähte es nicht daran teilzunehmen Es war ein heller sonniger Mai Tag einzelne flockige Wölkchen ruderten langsam über das durchsichtige Blau des Himmels Ein kühler Nordwind der sich von den Alpen herniedersenkte trieb sie wie ein Knabe die schillernden Schmetterlinge vor sich her und über die reichen Ebenen der Lombardei Die Kronen der ernsten Zypressen und Stecheichen welche die Höhe mit ihrem dunkelgrünen Gewand umkleideten ließen sich wohl kaum von den über sie hin ziehenden Luftströmen aus ihrer träumerischen Ruhe stören Verstummend tauchten die Singvögel in die Blätternacht unter und nur das Schrillen der Zikaden rauschte aus allen Zweigen und Hecken in seiner betörenden Einförmigkeit Zahlreiche Dienerscharen rannten eifrig hin und her stürzten mit geschäftiger Hast aus dem Schlosstor und zogen dann wieder die silbernen Schüssel und Schwenkkessel die goldenen künstlich getriebenen Pokale bedächtig in den Händen wägend über die Steintreppen zu den Gastierenden hinein durch die geöffneten Fenster schalten die Wirbel der Pauken das gällisch Schmettern der Zinkenbläser und verkündete denen in dichten Haufen um das Schloss gescharten Dienstleuten das wiederum unter lautem Jubel der Gäste ein Trinkspruch zu Ehren der Neuvermählten oder auf die Verzweigung der edlen Stämme ausgebracht werde bis endlich die Erscheinung festlich geschmückter Ritter und blühender Frauen gestalten welche sich aus dem Spitzbogenfenster herniederbogen oder auf dem steinernen Söller ins Freie traten das Ende des Mahles verkündeten bald darauf öffneten sich auch die Flügeltüren der ganze Schwarm der Geladenen rauschte über die Marmorstufen in den Garten welcher das Schloss umgab und verteilte sich bald vom Zufall öfter noch von Neigung geleitet in einzelne Gruppen ein kranz lieblicher Frauenbilder lagerte sich umdrängt von jungen edlen im Schatten der dicht belaubten Eichen und scherze und anmutige Erwiderungen täuschende Rätsel und sinnreiche Lösungen flatterten farbigen Schmetterlingen gleich in der Runde dann ergriff auch wohl einer der Jünglinge die Zitter und stimmte ein keckes herausforderndes Liedchen an bis ihm aus schönem Munde die zarte gesänftigte Antwort zurückklang und die fröhlichen Stimmen der übrigen beim Rundreim einfielen Ein anderer Kreis reihte sich um einen sinnigen Erzähler und lauschte den wunderbaren Abenteuern zweier durch unerhörte Unglücksfälle voneinander gerissener nach langjährigen Prüfungen endlich vereinigter Liebenden In einiger Entfernung von den Zuhörern gaukelte ein zierlich tanzendes Paar und begleitete die leichten anmutigen Bewegungen mit dem Takt der klappernden Kastagnetten und dem dumpfen Wirbel des Tambourins Edelfalken welche auf den Händen der zuschauenden Frauen ruten klingelten die Flügel schüttelnd mit den silbernen Glöcklein der Kappen lustig dazwischen und junge Männer strebten in dem fröhlichen Wirrwarr manch zärtliches Wort in ein achtsames Ohr zu flüstern seltener in der Umgebung als in der flugs erglühenden Stirn der Hörerin einen Verräter findend andere erstiegen die freie Anhöhe und schauten in das weite sonnige Tal hinab auf die goldene Schlange der Adligen welche sich durch die Stadt ringelte strebten von den Spitzen der altersgrauen Türme geleitet die Giebel der eigenen Wohnungen auszuforschen überflogen die blauen Spitzen der Voralpen oder ließen ihre Blicke über die bis nach den fernen Kuppeln von Mantua Streifen Einzelne Paare durchzogen die schattigen Gänge Liebende bei traulichem Geflüster junge Mädchen im eifrigen Austausch ihrer Geheimnisse Erkraute Krieger unter weitschweifiger Berichterstattung von Feldlagern und Reitergefechten und Belagerungen Mehrere junge Männer vereinigten sich beim Spiel die Kugel in kunstvoller Schwingung über den Rasen und dem Ziele zuzurollen Andere wieder erprobten ihre Gewandtheit und Ausdauer im Scheinkampf mit abgestumpften Klingen Ein dritter Haufen stand sich gegenüber um mit kraftvollem Schlage den ledernen Ballon in die Luft zu schnellen und zurück zu treiben unter 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 letzteren befand sich auch Filippino Castellani der Bruder der Braut ein schöner Jüngling welcher die gesamten Mitspieler an Stärke und Behändigkeit bei weitem übertraf Lauter Jubel und Bravo Rufe der Umstehenden begleiteten jeden seiner Schläge und es war eine herrliche Lust den schlanken kräftigen Filippino zu sehen wie er des fesselnden Obergewandes bar die Brust und den nervigen Arm entblößt das glühende erhitzte Gesicht nach oben gewand den herabsinkenden Ball mit blitzenden Augen verfolgte die geschmeidigen Glieder nach der Richtung des fallenden dehnte und mit mächtigem Schlage ihn in schönem Bogen die eben durch laufende Bahn zurückfliegen ließ Brav gegeben Filippino rief ihm Teobaldo Sacramoso von der Gegenpartei zu Du bist der König der Veroneser Ballonschläger zumindest ihr Vizekönig denn mein Vetter Ottaviano möchte wohl so ziemlich der Einzige sein der es mit dir aufnehmen darf Das gelte wohl noch die Frage erwiderte Filippino leicht hin Noch sind wir uns seither in so friedlichem Kampfe nicht begegnet Gern will ich jedoch in meinem Schwager den Meister erkennen aber nur nicht auf das Wort eines Dritten hin er möge mich zuvor aus dem Felde schlagen ehe ich ihm den Kranz zugestehe Nun dazu könnte wohl Rat werden lachte Diobaldo Sieh nur dort tritt er just zur rechten Zeit den reizendes Schwesterlein am Arm hinter dem Springbrunnen hervor Den Arm um die schlanke Hüfte schlingend predigt er der andächtigen Zuhörerin ganz leise das Evangelium von ewiger Liebe und Treue ins Ohr O San Seno jetzt absolviert er das fromme Kind von den Sünden Seinen Worten Glauben geschenkt zu haben mit einem heiligen Kuss Scheint es doch als könne der Beichtvater nach so süßer Beichte es kaum erwarten das Abendmahl auszuteilen Geduld Vetter Geduld siehst du denn nicht die Schatten der Pappeln als riesige Herolde der kürzesten Nacht voraustraben Der Scherz des Vetters fand seinen tosenden Wiederhall im Gelächter der ausgelassenen Jünglinge Ihr einstimmiges Jubeln begrüßte den stolz einher schreitenden Bräutigam die beschämt zur Erde blickende Braut nur näher heran Ottaviano rief ihm Philippino von weitem zu es gilt den parteischen Teobaldo Lügen zu strafen dir die angemaßte Krone vom Haupte zu reißen tritt in die Schranken mit mir wenn du es wagst oder bekenne dich überwunden Ottaviano hob so herrlichen Preis schon gewonnen der mag wohl der andern leicht entraten ei das nenne ich mir doch einen zärtlichen Gatten erwiderte Filippino scherzend der dem Bruder den Sieg einräumt seit er über die Schwester triumphierte der über die Braut völlig die Hochzeitsgäste vergißt du magst immerhin deinem frommen Edelfalken auf ein Viertelstündchen die Kappe lüften Schwesterchen wir bringen ihn dir fröhlich und wohlgehalten zurück und werden dafür Sorge tragen dass er auf kein anderes will stoße auch wir verlangen des Gastgebers Gegenwart ein Schwarm junger Frauen welcher zur gleichen Zeit nahte umringte und entführte die neu vermählte Ottaviano leistete der Aufforderung wenn auch mit widerstrebendem Herzen Folge warf das Obergewand von sich schob den breiten hölzernen mit stacheln umdornten ring an den unterarm und schleuderte von dem abschüssigen brett herablaufend den ihm zugeworfenen ball hoch in die luft meisterhafte schläge wechselten auf beiden seiten gesieg blieb unentschieden und doch behaupte ich rief diobaldo dass mein vetter heute seine früheren leistungen nicht erreicht seine gedanken sind allzu fern vom spiele ich mag es nicht leugnen versetzte Ottaviano aber die etwaige zerstreutheit ist es nicht allein welche mir diesen vorwurf zuzieht ich will's euch nur sagen die hand schwoll von der raschen bewegung und nun presst der ungewohnte trauring dies sind aber unbequemlichkeiten des ehestandes von denen ihr gelbschnebel freilich euch nichts träumen lasst ei so leg doch den trauring ab antwortete der fröhliche diobaldo versuch's einmal wieder als jung geselle gib mir den gold reifen während des spiels zur aufbewahrung und du wirst dich wundern mit welchem anstande ich die fessel zu tragen weiß welches grämliche großpapa gesichtig mit dem ringe am finger schneiden will bewahre der himmel versetzte der bräutigam keinem sterblichen vertraue ich das köstliche Pfand soll es ja auf augenblicke von meinem finger weichen so sei die frau venus dort in der halle seine wärterin und die einzige schöne welche sich rühmen könne es aus meiner hand empfangen zu haben mit behendem schritt eilte der junge mann dem tempel zu schlanke ionische von rosen und je länger je lieber ranken umflochtende säulen die rechte von breitästigen bäumen überschattete kuppel auf dem piedestal in der mitte stand die göttin der schönheit und liebe ein altes griechisches meisterbild sie schien soeben dem meere entstiegen zu sein hob mit der rechten das faltige gewand vom boden um die schwellenden hüften den in süßer scham in sich geschmiegten leib zu verschleiern während ihre linke hand sich vergeblich öffnete um den anblick des jungfräulichen busens lauschenden zu entziehen kaum merklich den kopf senkend schien die göttin in die ferne zu spähen mit dem verhüllen ihrer reize zu zögern während die hände der ersten bewegung aufgeschreckter weiblichkeit gehorchten verriet der träumerische blick wie zum lächeln sich rundende lippen den zunächst aufkeimenden gedanken heimliches schmachten verstohlenes herbeisehnen der gefahr wohl oftmals hatte ottaviano in früheren jahren vor dem wunderbaren bilde im anschauen der überirdischen schönheit verloren gestanden hatte sich schmeichelnden träumereien des sehnsüchtigen liebeahnenden herzens hingegeben und die einstige geliebte und gattin mit dem liebreiz des wonnigen gebildes begabt mit der erscheinung vergognas waren die ausgeburten einer jugendlichen regeneinbildungskraft in ihr nichts zurückgesunken lächelnd gedachte er jetzt der einstigen torheit und nur die keusche holzseligkeit des geliebten endlich errungenen weibes stand in aller ihrer glorie vor seiner seele jetzt jetzt darf ich es wohl wagen sprach er mich mit dir du schönes starres bild zu verloben den ring der treue an deinen zarten finger zu stecken bewahre ihn treulich du frohlockenden theobaldo zugestehen dass das von ihm gespendete lob ein wohl begründetes sei dass er in seinem schwager den meister anerkenne von neuem schmetterten die trompeten vom schlosse durch das gewimmel sie riefen zum nachtmal hastig eilte ottaviano nicht ohne heimliche vorwürfe zu lange zeit den gefährten geopfert zu haben nach dem tempel der venus um das anvertraute Pfand zu lösen aber der finger des marmor bildes welcher den goldring trug war gekrümmt die steinhand war fest geschlossen entsetzt bebte der jüngling zurück und verdeckte die augen er wollte den stürmisch erregten blutwellen frist gönnen sich zu ebnen die nebel gestalten der aufgeschreckten einbildungskraft zu verfließen und zum zweiten mal streckte er den arm aus um den ring abzustreifen aber der finger blieb gebogen und die hand der venus schien sich nur noch fester an den busen zu schmiegen gleich als ob sie den begangenen raub sichern wolle die vollen strahlen der untergehenden sonne fielen in die halle und übergossen das bild der göttin mit einem wundersamen glanz ein zauberhafter lebens ein zauberhafter lebensschimmer überflog den stein in den weißen armen schien das blut zu wallen der busen sich leise atmend zu heben zu senken die lippen sich zum wollüstigen kuss erschließen zu wollen im tau des zärtlichen verlangens zu zittern der wiederholte ruf der trompeten der wiederholte ruf der trompeten welcher mahnend von dem soller herabklang riß otaviano aus seiner erstarrung mit bebender hast stürzte er zu den seinigen zurück und flüchtete sich an die seite seiner braut als suche er in der nähe des blühenden lebens schutz gegen den unheimlichen spuk welcher sein helles glück zu verdüstern drohte zu mächtig aber hatten die schrecken der geisterwelt das gemüt des jungen sakramoso ergriffen als das seine züge nicht das gepräge der tiefsten erschütterung hätten tragen sollen schweigend bleich und verstört saß er zur seite seiner gattin hatte nur flüchtige kalte worte der beruhigung für ihr besorgliches fragen nur ein frostiges erzwungenes lächeln für die mutwilligen scherze der freunde welche die verstimmung des bräutigams zärtlicher ungeduld zurechnen wollten in raschen zügen schlürfte er den feurigen wein er wollte sich betäuben die erscheinung bannen sich ermutigen dem grauen der unterwelt die stirn zu bieten das mal war beendet ottaviano hieß die vertrautesten unter seinen dienern sich mit fackeln und hämmern versehen und stürmte ihnen mit der hass des verzweifelnden voran entschlossen dem zauberischen bilde den ring zu entreißen und wenn er es auch vorher zertrümmern müsse die rote glut der kienbrände erhellte die rotunde regungslos stand die statue auf ihrem sockel starrte unbeweglich vor sich hin die linke hand war wiederum zum schirm des busens entfaltet der ring war spurlos verschwunden vernichtet wankte ottaviano nach dem schlosse zurück trat das düstere gewirr und tosen der gäste meidend in ein entlegenes gemach und blickte in dumpfer betäubung hinaus in die nacht der sturm hatte sich erhoben rauschte wild durch die äste der alten eichen und bog die kronen der pappeln ottaviano wähnte allerhand seltsame stimmen in den gängen des gartens schrillen und pfeifen zu hören mochte aber nicht unterscheiden ob sie nicht vom gekreische der nachtvögel herrührten oder vom knarren der windgedrehten wetter fahnen dann deuchte es ihm wieder als gleiter eine weibliche gestalt über den rasen winkte ihm mit weißer hand und verschwinde wieder in den taxus hecken die entfernung des bräutigams war den gästen das zeichen zum aufbruch gewesen der lärmende abschied der ruf nach den dienern das schnauben der ungeduldig harrenden rosse der rasche hufschlag der davonsprengenden trönte von dem schlosshof herauf flackernde windlichter deren funken der wind versprühte beleuchteten das bunte gedränge bald verhalten die stimmen im tal die fackeln blitzten irrenden sternengleich aus den krümmungen des weges ferner und ferner und verschwanden zuletzt im dunkel auf dem schlosse ward alles still keines bestimmten gedankens bewusst hatte ottaviano lange zeit am fenster gestanden bald in das schlummernde tal hinunterstarrend bald wieder zum himmel hinauf von welchem schwere wolken vorübersausten endlich raffte er sich auf eilte mit unsteten schritten mit seltsam beklommenem herzen dem schlafgemach zu wer sein starres auge die bleiche wange die unsichere hast seiner bewegungen beobachtete hätte wohl eher einen mit blutschuld belasteten flüchtling als den beglückten gatten welcher der brautkammer zufliegt in ihm zu erblicken vermeint ein dämmerndes lampenlicht verstreute seine zitternden strahlen durch das enge gemach vergonya lag bereits schlummernd auf dem fühl den feinen arm über dem matt gesenkten haupt von welchem die glänzenden schwarzen locken in reicher fülle hernieder rollten eine leichte seidendecke verhüllte die züchtige und nur die umrisse der zarten glieder schimmerten verräterisch aus den weichen falten regungslos blieb ottaviano auf der schwelle stehen ohne das auge von dem teuren bild verwenden zu können alle die schrecken welche sein herz zugeschnürt hatten waren bei dem anblick des schönen zärtlich geliebten weibes die er nun ganz die seine nennen durfte verweht vergonya erwachte schlug die langen wimpern auf und schloß sie wiederum von süßer bräutlicher scham durchschauert da stürzte ottaviano in leidenschaftlicher bewegung vor dem lager auf die knie ergriff die weiße hand presste sie an seine lippen an sein herz nein nein du über alles geliebte nichts vermag uns fortan zu scheiden du bist du bleibst die meinige keine höllische macht soll dich aus meinen armen reißen können was ist es das euch so seltsam bewegt und verwirrt mein teurer herr und gemahl entgegnete leise die braut wer könnte an dem tag unserer heiligen verbindung daran denken sie wieder zu lösen wohl bin ich euer demütig ergebenes weib und will es bleiben bis an meinen tod schmeichelnd strichen ihre finger über die dunklen locken des knienden er sank in ihre arme er drückte sie mit sehnsüchtigem verlangen an seine brust und die augenlider schlossen sich vor unsäglicher wonne da fühlte er ein loses unsicheres andrängen fühlte wie seine umschlingenden arme leise gelöst wurden vergonja flehte er schmachtend meine vergonja du entziehst dich mir und jetzt bittend schlug er die augen auf ein duftiger milchweißer nebel lagerte sich zwischen ihn und seine braut verdichtete sich mehr und mehr verkörperte sich in die gestalt des venus bildes umschloss den jungen mann mit kalten armen und flüsterte leise nicht vergonja ist deine braut mir hast du dich verlobt der göttin der liebe hast du den ring geschenkt hast dich der venus eigen gegeben an deiner brust du schöner will sie erwarmen entsetzt riß ottaviano sich vom lager auf stürzte mit dumpfem schrei mit brechenden knien an die wand das auge stier auf die gespenstische erscheinung gerichtet um gottes und aller heiligen willen rief vergonja ängstlich was ergreift dich bricht dies furchtbare schweigen was ist dir begegnet sprachlos wies ottaviano mit zitternder hand auf die kissen mein gemahl mein teurer gatte ich fasse dich nicht was treibt dich von meiner seite woher dieser abscheu gegen deine vergonja dort dort stammelte der jüngling schauernd hart an deiner seite vergonja du siehst nichts nichts was sollte ich sehen wir sind allein du träumst an meiner seite luft ringsum luft luft die ausgeburt der hölle ist es sie die liebesgöttin das gespenstische marmorbild der goldreif blinkt an ihrem finger sie breitet die arme nach mir aus ihr ihr bin ich verfallen gel aufschreiend wand sich vergonja aus den teppichen und wollte sich in die arme des gatten werfen fort von mir vergonja um der madonna willen bleib mir fern das gespenst drängt sich dir vor drohend steht es zwischen uns nahe zu gleich mit dir siehst du es nicht das üppige weib mit der verzehrenden glut im blick hörst du nicht ihr heimliches flüstern ihre sinnverwirrenden verheißungen vergonja bete daß die entsetzliche weiche daß die hölle von mir ablasse totenblass und an allen gliedern zitternd sank die braut auf den gebets schemel zu häupten des bettes umklammerte das kruzifix und flehte die himmlischen helfer um beistand in ihrer not ja sie weicht keuchte ottaviano matt aufatmend sie verschwebt sie ist fort halb ohnmächtig sank er in die knie seine gattin flog herbei und trocknete den kalten schweiß den er von seiner stirn troff langsam schlug er die augen auf lallte mit gebrochener stimme worte des dankes riß sich jäh aus den armen des treuen weibes taumelte mit sträubenden haaren in die entfernteste ecke des zimmers schon wieder schreckliches wesen fort fort du hast keinen teil an mir vergonya hilf von schrecken überwältigt wandte er das haupt und wehrte die gespreizten hände vorhaltend das nebelbild von sich ab die ersten strahlen der frühsonne blitzten neugierig durch die runden scheiben der bogenfenster in das brautgemach auf dem vorsaal ward es allmählich laut hin und her schleifende schritte dumpfes geflüster und das stimmen der saiteninstrumente ließ sich auf dem gange undeutlich vernehmen da hoben die jungen mädchen mit heller fröhlicher stimme ein lied als frischen morgengruß an und die jünglinge sangen den zweiten vers während das schwirren der geigen das geklingel der triangel lustig die melodie begleitete der gesang der jungfrauen beklagte scherzend daß nunmehr die schönste aus ihrer mitte geschieden sei die jungen männer priesen und neideten das glück des bräutigams in der brautkammer aber regte sich nichts die mutwilligen jünglinge hießen ottaviano einen langschläfer einen unersättlichen und drohten in das gemach einzubrechen lauter als alle rief filippino castellani bald den schwager bald die schwester bei namen riß als keine antwort erfolgte ungeduldig die tür auf da sah er vergonja wie sie mit blassem verweintem gesicht leise und eifrig betend vor dem kruzifix kniete wie fern von ihr mit zerstörten zügen der gatte stand nicht wagend der geliebten zu nahen um nicht die furchtbare erscheinung von neuem herauf zu beschwören scheu jedes wort der liebe zurückdrängend erschrocken starrten die hereinstürmenden auf das paar die stimmen der sänger erstarben die klänge der instrumente vertönten wie deute ich das rief filippino betroffen das sind keine bräutlichen gesichter die ich hier erblicke meine schwester in tränen ottaviano fern von ihr mit finsterer grimmiger gebärde hat es ein sacramoso gewagt um eine tochter unseres stammes zu freien nur um ihr schimpf anzutun freunde brüder sollen wir diese schmach dulden ein dumpfes murren erhob sich von seiten der castellani während die sacramosi sich stürmisch um ihren verwandten drängten um ihn vor den ausbrüchen der ersten wut zu schirmen und gewalt mit gewalt zu vertreiben schon blitzten die blanken klingen als sich vergonja in die arme ihres bruders warf und ihn beschwor des schuldlosen gatten zu schonen als ihr inständiges flehen die gereizten gemüter wieder beschwichtigte und sie bebend den ängstlichen blick nach der ecke des zimmers gerichtet den ungläubigen kopfschüttelnd die erscheinung ihrer gespenstischen nebenbuhlerin vertraute die kunde von jenem furchtbaren rätsel flog in kurzer zeit von mund zu mund denn die verwandten des brautpaares hatten sich allmählich wieder auf dem schloß zu den festlichkeiten deren dauer auf eine volle woche angesetzt war eingefunden da drängte sich denn ein jeder mit gutem rat was hierbei zu tun hervor und jeder pries sein mittel als das allein untrügliche der eine schlug vor das bett der neuvermehlten mit weihwasser zu besprengen und im brautgemach eine messe lesen zu lassen der zweite wollte daß geweihte kerzen über nacht angezündet würden der dritte eine reliquie von san seno an der bettsbonde oder doch wenigstens über den türpfosten aufgehängt zu wissen die mehrzahl riet die trauung noch einmal zu vollziehen wobei sie darauf drangen daß die trauringe mit dem namen der drei könige des morgenlandes gezeichnet würden einige alte jungfern von den castellani bekreuzigten und segneten sich und behaupteten geradezu daß eine ehe welche unter so unheimlichen vorbedeutungen beginne und in welcher der teufel so frank und frei schalten dürfe nun und nimmer zum guten führen könne hier bliebe nichts übrig als daß die braut ins kloster gehe und die sünde sich mit einem teuflischen amanten verlobt zu haben durch ein der buße geweihtes leben sühne messer scipione sacramoso ein erfahrener weltkluger mann welcher sich in seiner jugend vielfach versucht nach jerusalem gepilgert und längere zeit sich im morgenlande aufgehalten hatte schüttelte zu allen diesen ratschlägen den kopf dann erhob er seine stimme und sprach ihr lieben verwandten und freunde schenkt mir ein kurzes gehör und ich will euch sagen was ich von dem handel denke sofern mein sohn mutwilligerweise den bösen versucht hätte oder sich wohl gar in fremden umgang mit den geistern der hölle eingelassen und sich ihres beistandes zu verruchten zwecken bedient dann möchte ich wohl nicht lange anstehen ihn von mir zu stoßen und ihn dem heiligen gerichte zur wohlverdienten strafe zu überantworten so aber hat ottaviano sich jederzeit betragen wie es einem guten christen und dem sprossen eines alten adeligen geschlechtes ziemt wie denn auch keiner auftreten kann der das gegenteil bezeuge die schuld die er auf sich geladen beging er arglosen sinns und wir sollen ihn deshalb nicht allzu strenge richten der erbfeind aber ist voller arglist und tücke und stellt den menschenkindern gar feine schlingen wer ihnen entrinnen mag der preise die heiligen und seinen gütigen stern in demut und erhebe sich nicht trotzig seines verdienstes halber denn es gibt der stunden wo den geistern der verdammnis gestattet ist auf erden zu wandeln uns schwache sterbliche zu verlocken und die willfährigen zu verderben in einer solchen steckte ottaviano aber dem zauberbilde den ring an hier gilt es zuvörderst den versucher mit seinen eigenen waffen zu bekämpfen und nur wenn diese nicht ausreichen wollen wir die hilfe unserer heiligen kirche anrufen hört denn mir ist in der nähe von verona ein in seltsamen heimlichkeiten wohl bewanderter mann mit namen palumbo bekannt er ist seiner wissenschaft ein arzt und gar manches wunderbare von seiner kunst und seinem wissen kam mir bereits zu ohren die rede geht er sei ein maure und aus dem fernen königreich granada eingewandert ihm möge mein sohn sich anvertrauen und bei ihm sich rat erholen versagt er uns seinen beistand oder sollte dieser sich als ungenügend beweisen dann geschehe nach eurem willen und keins der vorgeschlagenen mittel um den zauber zu lösen und den verwirkten ring wieder zu erlangen soll unversucht bleiben hiermit waren denn alle wohl zufrieden vornehmlich aber ottaviano welcher sich alsbald voller hoffnung aufmachte um den schwarz künstler aufzusuchen ende von abschnitt zwei gelesen von hokus pokus frau venus von franz von gaudi diese librivox aufnahme ist in der public domain abschnitt drei auf dem schlosse ward es immer öder und stiller die geladenen welche sich mit fröhlichen erwartungen eingefunden hatten begriffen wohl daß weder ort noch zeit zu hochzeitlicher lust und scherz günstig seien und zerstreuten sich nachdenklich die köpfe schüttelnd vergonya hatte sich in ihre gemächer geflüchtet und harrte unter andächtigen gebeten der entscheidung nur allein herr scipione war guten mut und gab jedem der abgehenden die versicherung wie er zu der weisheit und willfährigkeit des palumbo ein festes vertrauen hege das sich alles noch freudiglich lösen werde und wie sie dann die gestörte lust doppelt und dreifach einbringen wollten währenddessen war ottaviano sacramoso über den ponte di navi geritten den bezeichneten weg zum zauberer verfolgend die häuser der vorstadt lagen schon hinter ihm als er sich von der großen nach piacenza führenden heerstraße abwandte und einen schmalen von hohen weißen mauern begrenzten weg der nach den bergen zuleitete einschlug bald hörten auch die steinwände zu beiden seiten auf und nun irrte er unschlüssig auf engem fußpfade zwischen gräben und blühenden hecken von je länger je lieber und hartriegel von grundstück zu grundstück umher durch das laub der maulbeerbäume und hohen ulmen deren gezweig durch volle weinranken untereinander verflochten war schimmerte dann und wann das blaue duftige gebirge die zinne eines alten schlosses oder die kuppel einer fernliegenden kirche leiser glocken klang wehte aus den tälern herauf und ein schwacher windatem spiegelte mit den silbergrauen blättern der olivenbäume schaukelte die glänzenden maisstauden hin und her und hob und senkte die hoch aufgeschossenen halme der saat so daß sie wie ein wogendes schimmerndes meer anzuschauen waren über der ganzen gegend schwebte ein milder seliger frieden ottaviano fühlte sich seltsam bewegt er vermochte zum ersten mal wieder recht freudig aufzuatmen und sich der auf ihm lastenden beklemmung zu entschlagen da gewahrte er einen eltlichen mann in ärmlicher bauerntracht welcher beschäftigt war die überwucherten blätter der weinrebe zwischen den bäumen abzuknicken diesen befragte er nach der wohnung des weltberühmten maurischen arztes palumbo von welcher ihm gesagt daß sie hierherum sein müsse der alte maß den jungen edelmann mit prüfendem blick deutete dann vorwärts auf ein kleines weißes häuschen welches sich aus dem grün der hecken hervor lauschte band das rost des fremden an das spalier und zog ihm schweigend voran hier also haust der berühmte nekromant rief ottaviano und schaute sich verwundert um in der einfachen wohnung deren gerät mehr an das gewerbe eines schlichten winzers als an die werkstätte eines gelehrten und magiers erinnerte wohlan denn guter freund geht hinein und meldet dem weisen palumbo daß ein junger veroneser nobile seine harre und seines beistands begehre er erwartet euch bereits herr ottaviano sacramoso war die erwiderung mich erwartet er fragte der jüngling staunend und woher wäre mein anliegen dem meister bekannt und auch ihr kennt meinen namen guter alter was sollte ich nicht entgegnete der greis mit trübem lächeln bin ich doch selber der palumbo den ihr aufsucht befremdet trat ottaviano zurück und maß den armen weinbauer stumm mit starrem blick als erwarte er wie der geheimnisvolle maure seine gestalt verändern und sich ihm als mächtiger herrscher der geisterwelt enthüllen solle er irrte der greis verharrte in seiner unscheinbaren kleidung behielt den gebeugten nacken die gefürchte stirn die bleiche wange das erloschene auge ein tiefer kummer schien ihn niederzudrücken ihr mögt wohl noch immer zweifeln messer ottaviano hob er nach einer pause an ob ich auch wirklich der rechte sei und ob ein mann wie ich der so wenig der irdischen schätze besitzt und bedarf imstande sei euch mit rat und tat beizustehen es gilt ja den versuch setzt euch und blättert einstweilen in jenem buch während ich für euch arbeiten will der veroneser tat wie ihm geheißen und schlug den dagereichten folianten auf jedes blatt trug als überschrift den namen eines menschen bekannter wie fremder darunter aber war ihr lebenslauf mit enger schrift verzeichnet auch den eigenen namen fand er auf las mit staunen wie alles was ihm bisher begegnet sogar die abenteuer der verwichenen nacht bereits eingetragen waren und wie er jetzt auf der winnie des palumbo sitze und im lebensbuche blättere er las auch die namen des scipione sacramoso vergognas und aller seiner sippe sobald er aber einen blick auf ihre begebnisse tat begannen die buchstaben auf eine seltsame art zu zittern und durcheinander zu wirren wie wenn ein leiser wind über den spiegel des sees streift und die stille fläche rieselt er konnte keine zeile entziffern die singvögel gaukelten draußen in den sonnendurchglänzten zweigen und pickten die körner auf welche für sie auf das fenster gestreut waren palumbo zeichnete emsig fremdartige zeichen mit bunten farben auf ein pergamentblatt ohne von seiner arbeit aufzuschauen ottaviano blickte abwechselnd auf das allwissende buch und auf die bäuerische tracht des alten auf das ärmliche gemach und die rohen gerätschaften er konnte sich in dem gemisch von gewöhnlichem und wunderbarem gar nicht zurecht finden bald darauf erhob sich der meister und reichte dem jüngling einen mit sieben grünen siegeln petschierten brief sobald von euren türmen die abendglocken geläutet werden sprach er machst du dich ohne begleitung auf den weg nach brescia und besteigst in dem fischerdorf pesciera einen leichten kahn du selber mußt ihn lenken und bis auf die mitte des gardasees rodern gegenüber der landspitze der sermione auf welcher die alten ruinen aus der römerzeit ruhen hältst du an es sind jene trümmer von denen die sage geht daß sie von einer villa herrühren in welcher der heidnische dichter katullus ein wüstes schwelgerisches leben geführt und die göttin venus vor allen anderen mit festen und gesängen verehrte dort harrest du der mitternächtlichen stunde dann wird sich seltsames begeben du wirst einen nebelhaften gespenstischen zug vorüber wallen sehen unheimliche oft erschreckende gestalten laß dich nichts anfechten denn du bist auf gutem wege aber schweig herre bis der fürst und herr der geisterschar vorüber zieht du wirst ihn an seinem funkelnden stirnbande erkennen dem reiche schweigend diesen brief stehe keiner frage red und antwort jedes wort würde dein verderben nach sich ziehen und nun geh mein sohn und der gott deiner väter möge dich bei deinem gange geleiten die glockenklänge welche die stunde vor der mitternächtlichen von den kirchen der stadt lazise verkündet hatten waren bereits verhallt als auch messer ottaviano schon im schwankenden fischer kahn dem bezeichneten vorgebirge gegenüber auf dem lago die garda schaukelte jetzt hob er die ruder aus der flut und griff nur mit seltenen schlägen wieder ein so oft der leise zug der strömung die barke an das ufer zurückzutreiben versuchte der himmel war unbewölkt kein luftzug kräuselte die weiße fläche des sees und die silbernen sterne schwammen ruhig träumend auf dem feuchten spiegel am strande irrten noch einzelne sprühende lichter umher verstreuten ihre roten streifen über das wasser und verschwanden kein laut unterbrach das nächtliche schweigen wenn nicht in den gehöften am ufer ein hund anschlug oder ein silberner fisch sich aus der tiefe aufschnellte und plätschernd wieder versank da wälzten sich von den gipfeln des montebaldo der wie ein schwarzes riesenhaupt in den kessel herniederschaute finstere gewölke herab entrollten ihre undurchsichtigen schleier und verhingen die ampeln des himmelszeltes aus den tiroler schluchten schnob ein eisiger wind über das wasser wiegelte die wellen auf und schaukelte den nachen des unter bangem herz klopfen harrenden ottaviano die glocken riefen seufzend den beginn der geisterstunde aus und ein langer weißer nebelstreif zog von der mündung des mincho langsam und gerade dem mehr und mehr wachsenden stürme entgegen über den lago nach dem promontorio von sermione zu einzelne schneeweiße möwen schossen wie leuchtende funken dem nebligten duft voraus zogen krächzend ihre kreise über den wellen schwangen sich zu dem näher herangleitenden gewölk zurück und stoben dann im hastigen fluge wieder vorwärts bald hatte der befremdlich leuchtende nebel die höhe des nachens erreicht und sonderte sich allmählich in fabelhafte unerhört seltsame gestalten welche sämtlich von dem ihnen entströmenden falben lichte umflossen wurden es war der geisterzug welchen der maurische arzt verkündet hatte voran schwammen dichte haufen überaus großer und fremdartig gebildeter fische einigen von ihnen wuchsen lange mit zacken versehene schwerter aus dem kopf und diese zogen wie helle badriere gleichsam um den weg zu bahnen voraus dann wimmelte eine wüste menge hintendrein mit breiten häuptern und häßlichen fast menschlichen gesichtern welche den ottaviano mit ihren hervorquellenden grasgrünen augen weit anstarrten und mit den langen roten flossen wie mit armen wunderlich hantierten oft wenn sie einige schritte vorwärts geschwommen richteten sie sich auf und schritten mit dem schweife schlenkernd in sonderbaren unbeholfenen bewegungen über die fläche hin stülpten dann wieder um tauchten mit dem kopf unter und segelten vorüber ungeheure hummer griffen mit breiter schere zur linken weit aus krallten sich in die wellen ein und schleppten sich dann mit der winzigen rechten nachstemmend über das wasser bunte muscheln strichen wie leichte kähne einher und gräuliche meerspinnen schoben die langen rauhen beine weit von sich gestreckt blitzschnell über den see dann zogen paarweise delphine mit hoher kluger stirn vorüber und sprudelten aus den nasenlöchern helles wasser auf ihnen schloss sich ein langwärtiger mann dessen leib in einem mit schuppen bedeckten geringelten schweif endete an er blies aus voller macht in eine gewundene muschel und obwohl kein laut vernehmbar war so deuchte es dennoch dem otaviano als tönten die gespenstischen klänge an sein ohr und betäubten es mit ihrem wilden gekreisch jetzt folgte ein schwarm gar feiner mädchen mit langen von der nässe triefenden haaren hoben bald ein weißes ärmchen bald eine blendende schulter aus den wellen schlüpften dann wieder wie verschämt in den feuchten kristall zurück und tauchten neugierig und lüstern lächelnd wieder auf manche in losen flatternden gewändern ritten auf meerwundern begrüßten mit winken der zarten hand den staunenden jüngling und lockten ihn sich dem wallenden zuge anzureihen während andere nixen die arme um bleiche aus gläsernen augen vor sich hin starrende knaben schlangen und die kalt und frostig nebenher schwimmenden vergeblich mit süßen küssen zu erwärmen strebten otaviano ahnte in den jungen männern die ertrunkenen fischer die den geistern des sees verfallen waren zu erblicken und so war er denn auch zu seiner eigenen verwunderung mit all den gespenstigen erscheinungen bekannt und vertraut und alle ihre namen waren ihm geläufig ohne daß er sich recht besinnen konnte ob er dieselben irgendwo schon gehört oder nur von ihnen geträumt habe er wußte auch jetzt müsse der herrsche über jenes spukhafte gesindel erscheinen und das grausige rätsel sei seiner lösung nahe dabei wurde er immer ruhiger und kälter obwohl es ihn zur gleichen zeit befremdete daß ihn die schauer der geisterwelt nicht zu überwältigen vermochten kaum hatte er diesen gedanken ausgedacht als auch ein zweirädriger wagen mit breiten schaufeln statt der speichen durch die wellen rauschte vier grüne glänzende seerosse schwammen schnaubend vor ihm her und wo sie die wellen zerstampften und die räder das wasser aufwühlten dort verstäubten die tropfen wie flüssiges feuer im wagen aber stand der herrscher mit funkelndem stirnband eine riesengroße furchtbar schöne gestalt ottaviano sacramoso rief er dumpf was schaffst du in meinem reiche weshalb stellst du dich mir in den weg nenne mir dein begehr der junge edelmann zog den brief aus dem busen und hielt ihn ohne ein wort zu erwidern hin darauf plätscherte ein triton bis an den kahn nahm das schreiben in empfang und überreichte es seinem fürsten als dieser die sieben siegel gelöst und den inhalt überschaut hob er die arme gen himmel und rief mit lauter stimme o palumbo palumbo wirst du denn nimmer von deiner bosheit lassen hast du denn ganz vergessen daß deine frist schier abgelaufen damit gab er tief aufseufzend einen wink und stürmte wild vorüber so daß die den gewässern entsprühenden funken ihm wie ein feuerregen nachstoben der triton aber schwamm zu einer hinten drein gleitenden von schwänen gezogenen muschel dort thronte frau venus das reiche haar mit perlenschnüren durchflochten sonst aber ganz wie das bildwerk im garten sie darstellte mit der rechten das luftige durchsichtige gewand erhebend mit der linken den busen verdeckend den zärtlich schmachtenden blick auf den jüngling gerichtet als sie das geheiß ihres herrn und gebieters vernahm begann sie laut zu klagen und bitterlich zu weinen dann beschwor sie den jungen mann flehentlich seiner irdischen liebe zu entsagen und ihr zu folgen wo sie ihm dann ewige freude und wonne verhieß als aber ottaviano von allen bitten und lockungen ungerührt blieb und nur schweigend den kopf schüttelte rang sie verzweifelt die schneezarten hände ward immer bleicher und nebelartiger und streifte endlich schluchzend den goldreif vom finger mit welchem auch der meermann unverzüglich zu dessen früherem eigentümer zurückruderte kaum hatte ottaviano den trauring wieder aufgesteckt als die ganze erscheinung verstob und er sich wieder einsam auf dem lago di garda befand der sturmwind legte sich die wellen zitterten leise aus und die gestirne tauchten wiederum auf aus den wolken und spiegelten sich in der geglätteten fläche frohen mutes ruderte der junge mann auf pesquera zurück als er am folgenden tag den zauberer palumbo von dem glücklichen erfolg seiner fahrt und den worten die der höllenfürst gesprochen in kenntnis setzte ward jener sehr traurig denn er merkte wohl daß nunmehr sein stündlein geschlagen habe kurz darauf stand auch die vinje leer und der maure war spurlos verschwunden der frau venus steinbild aber war über nacht vom gestell herabgestürzt und lag in unkenntlichen trümmern auf dem boden seitdem hat sich das gespenst nicht wieder unterfangen die ruhe der jungen eheleute zu verstören manches jahrzehnt hindurch haben sie noch in einer reich gesegneten ehe gelebt und ihre nachkommen werden in verona noch bis auf diese stunde zu den angesehensten und reichsten edelleuten der stadt gezählt ende von frau venus gelesen von hokus pokus